P.M.D.W.E. Sage der Flamme 4. Sterben des Sturmes Kapitel 1 Terrosplan Na los, beeil dich! Was glaubst du, wer du bist, so zu trödeln, wenn Omegon nach dir rufen lässt? Dieses beschissene Impurgator! Das Pokémon, welches derzeit als Diener Omegons auftrat, hasste das Pokémon schon nach wenigen Wochen in Silberdorf. Jedes gesprochene Wort stärkte diese Abneigung nur. Während die anderen Pokémon seines Teams einen recht normalen Eindruck machten, schien dieser Günther auf nichts bedacht als Kampf und Heimat. Er war auch der Einzige, der an diesem Ort wirklich mit Leib und Seele hinter Omegon stand. All die anderen Pokémon kannten die Pläne des Tyrannen nicht einmal. Sie alle glaubten, etwas Gutes zu tun. Aber der Diener durfte auch wieder kein Wort verraten. Alles Teil einer Abmachung, an welcher er sich ohnehin nur unter innerem Widerstand halten konnte. Und dazu traute Günther dem Diener sichtlich kein bisschen. Egal was er tat. Selbst wenn Omegon ihn zum Vertrauen aufrief. Aber das Empagator konnte sich scheinbar einfach nicht vorstellen, dass ein Pokémon eines anderen Weltenbaumes kooperationsbereit wäre, wenn es denn die Wahrheit kennt. Ich halte mich für ein Pokémon, das ich nicht hetzen muss. Es ist nicht, als hätte Omegon es schon jemals wirklich eilig gehabt. Dann hab ich es eben eilig. Ich habe den Eindruck, dass du deinen Platz in diesem Spiel noch nicht ganz verstanden hast. Omegon steht über allem. Und ich habe mich entschieden, mich ihm anzuschließen, da mir selber dieser Weltenbaum wichtiger ist, als es all die anderen je sein könnten. Und du hast dich Omegon unterworfen. Heißt, du stehst unten in der Hierarchie. Das halte ich für ein Gerücht. Es wäre mir sehr neu, dass Lord Omegon dir oder mir sagte, dass ich dir unterstehe. Ihm ja, aber dir. Der einzige Grund, aus dem ich hier bin, ist, dass Omegon dich aufgefordert hat, mich hier unterzubringen. Da ich mich nicht in den anderen Weltenbäumen blicken lassen soll, solange ich nicht auf Mission bin. Und deine Freunde scheinen auch kein Problem mit mir zu haben, weil sie die Wahrheit nicht kennen. Und du es weder als ihr Anführer noch als ihr Freund für notwendig hältst, sie diese wissen zu lassen. Kurz verstummte Günther. Offensichtlich nicht bereit gewesen für so ein Konter. Sprich nicht, wenn du keine Ahnung hast. Sie dürfen es zu ihrem eigenen Besten nicht erfahren, weil ihnen diese fremden Welten wichtiger wären als alles, was wir uns als Team erarbeitet haben. Einem inneren Nobles denken, doch eines, welches nur auf einem eigenlosen Sinn der Selbstentfremdung lebt. Und unter dem Gedanke der Wahl. Während ihrem Streit hatten Omegons Diener und Günther bereits den Kern des Weltenbaumes erreicht. Omegon bereits in voller Erwartung. Nun, ihr beiden seid angekommen. Ich möchte euch beiden einige Neuigkeiten mitteilen. Und im Anschluss unter vier Augen mit meinem Freund hier reden. Günther, du wirst dich entfernen, aber abrufbereit halten. Wie immer. Zunächst aber. Ich habe die Reisenden selber treffen können. Ein kleines Gespräch führen. Sie sind interessante Pokémon. Jedes Wissen und alle Worte scheinen an ihm bloß abzuprallen. Stattdessen wollen sie reisen. Im Bewusstsein, dass ihre gesamte Reise ein Pfad ins Leere ist. Eine Lüge ihrer sogenannten Götter. Ich kann wahrlich nicht sagen, ob sie mutig sind. Oder einfach dumm. Doch so oder so gab es einen Grund für unser Aufeinandertreffen. Ein Grund, der mich doch selber auch getroffen hat. Sie haben die Zweigwelt durchqueren können. Den Welten keinem Wald gefunden. Der Diener dachte sich, ehrlich gesagt, relativ wenig bei alledem. Flamme und Soll waren scheinbar wirklich stark geworden. Zusammen mit diesem Absol. Günther hingegen reagierte deutlich extremer. Sie haben den Wald durchquert. Und das, nachdem unsere Freunde informiert wurden. Wie kann das sein? Was haben sie getan? Sie können doch nicht wirklich... Was ist mit Bulby? Mit Funkenherz? Mit Evie? Sie können doch nicht geschlagen worden sein! Irgendwas war komisch. Omegon schien für einen Sekundenbruchteil überlegen zu müssen. Seine Stimme hatte einen Hauch der Unehrlichkeit in sich. Oder zumindest einen der Verheimlichung. Es gab irgendwas, was der Tyrann nicht verraten wollte. Schlimmer als nur das. Nein, sie wurden nicht besiegt, sondern überzeugt. Erst mal ein Rätsel, wie dies geschah. Doch die drei Reisen konnten all die Pokémon ihre Wahrheit tolerieren und glauben lassen. Haben sich dadurch sogar Hilfe bei der Suche nach dem Weltenkern gefunden. Selbst Evie hatte gekämpft, aber wurde dann umgestimmt. Mehr als gewisse Akzeptanz kam von niemandem. Doch genug, um die drei ziehen zu lassen. Und damit zum Thema Günther tritt ab. Mein Freund und ich wollen besprechen, wie wir die weitere Reise unserer Feinde stoppen können. Der Blick des Imperator war erfüllt von Ungläubigkeit. Doch Einspruch erhob er nicht. Sondern verließ die eigenartige Grotte wieder. Nun dann, mein Freund. Verbleiben noch wir beide. Bestimmt kannst du dir schon denken, worum es geht. Die Reisenden haben meinen Weltraum wieder verlassen. Ich habe sie in jeden des Sturmes geschickt. Und natürlich kann ich sie dadurch nicht sich selbst überlassen. Was soll ich tun? Nun, ich habe bereits einen Plan, der sogar deinem Idealen folgen dürfte. Aber, weißt du, die Wurst der Welt des Sturmes ist eine eigenartige. Tundils Kern ist an einem geheimen Ort, welchen die Pokémon nicht kennen. Deswegen ist er immerhin geheim. Aber so ist ja auch jeder Weltenbaum. Nun, die meisten. Aber ja, es gibt einen Ort, welchen die Pokémon mit dem Weltenkerl, mit Tundils-Kern sogar, verbinden. Ein riesiges, mystisches Labyrinth. Ein Labyrinth, in welchem jeder falsche Schritt ein großer Fehler ist. Legenden besagen, dass der Gang eines falschen Weges einen in den Untergrund stürzen lässt. Ein Untergrund, aus welchem nichts entkommt. Was größer als eine Echse ist. Und diese nur durch Luftlöcher. Allerdings soll sich in diesem Labyrinth auch der Schlüssel verstecken, welcher den Kern-Tundils offenbart. Nun, den Auflandshort des Labyrinths kennen nur wenige. Doch wie ich die Reisenden kenne, werden sie herausfinden. Aber am Labyrinth selber, wie wollen sie es denn durchqueren? Nun, den Aufenthaltsort des Labyrinths kennen nur wenige. Nun, die Weltengeister waren nicht stumm, als sie erfuhren, dass ihre Erwählten nicht mal eine Wurzelwelt erreichen könnten. Tundiel kennt natürlich den Weg durch sein eigenes Labyrinth. Doch wie teilen sie dies nun mit? Nun! Praktischerweise gibt es in Terrorsheim ein Pokémon, welches den Reisenden helfen möchte. Dieses Pokémon beging große Fehler, enttäuschte seine Heimat, zeigt deswegen Reue. Und um diese Buße zu begleichen, gab Terrorsheim die Aufgabe, die Pfade des Labyrinths zu erlernen und die Reisenden zu leiten. So viel verstehe ich. Wo komme ich ins Spiel? An jenem, an dem du lernst, dass nicht einmal Terrors diesen tollen Plan kennt. Nun verlor der Diener jedes Verständnis. Die Weltengeister hatten keine Ahnung von ihrem eigenen Plan. Wie als Antwort erschien vor dem Pokémon eine Karte. Überzogen von gar endlosen Linien. Erfüllt von Xen und einer einzelnen roten Linie. Sie wissen nichts davon, dass sie diesen Plan in Hand nehmen. Das ist bloß, was die Reisenden glauben sollen. Also los! Beginn zu büffeln. Denn du wirst sie am Labyrinth erwarten, ihnen als Leiter zur Seite stehen. Bloß, dass du sie in die Irre leiten wirst. Nirgendwo sonst hin. Mit in eine Falle. Einen der Abgründe in den unentfliehbaren Untergrund. Also, dann soll ich mir das Labyrinth einprägen. Und sie unter dem Vorwand, das Terrors mich schickte, täuschen. Aber wie soll ich sie dazu bringen, mir zu vertrauen? Hast du nicht das Perfekte an? Ich habe es gerade genau erklärt, mein Freund. Deine Zeit der Reue ist noch nicht zu Ende. Und Terrors möchte dir eine Chance geben, deine Fehler gut zu machen. Denn, das ist, was sie erfahren werden. Was sollen sie denn dagegen sein? Es ist ein nachvollziehbarer Grund. Ein logischer. Selbst wenn sie nicht wahrlich trauen möchten, sollen sie es anfechten. Selbst wenn sie es tun, nennen wir eine Alternative. Sollen sie alleine in das Labyrinth rennen. Gerne doch. Die Chance ist, nein, nur dass sie auf diesem Weg an ihr Ziel gelangen würden. Stattdessen würden sie ohne Beihilfe in die Tiefe stürzen. Und wenn sie das würden, warum muss ich mich ihnen dann offenbaren? Wäre es nicht eine bessere Waffe, um meine Identität geheim zu halten und sie alleine in die Tiefe stürzen zu lassen? Höre ich da etwas Zweifel an meinem Plan? Oh nein, sie müssen früh von dir wissen. Lassen wir sie unbeeinflusst, so besteht das Risiko, dass sie jemanden suchen, der sie durch das Labyrinth führt. und zwar jemanden, der auf ihrer Seite steht. Außerdem, auch wenn die Chance sehr gering wäre, dass sie das Labyrinth alleine bestehen. Ich gehe doch lieber sicher. Deine Identität ist keine Waffe. Obwohl, vielleicht doch, wenn offenbart. Der Plan missfiel dem Diener. Mehr als nur, dass er hasste ihn. Er hatte nun Wochen in einem fremden Weltenbaum zubringen müssen, da Omegon angewiesen hatte, dass er sich nicht in seiner Heimat zeigen dürfte. Nicht irgendwo anders. Aber direkt nun, im Anschluss, musste sich der Diener doch offenbaren. Und das gegenüber dem Feind selber. Doch gleichzeitig, was sollte er machen? Widersprechen? Omegon würde nicht hören, nur drohen. Sich wieder setzen? Er hatte einen Deal und wenn er diesen brach, dann würde seine Heimat mit dem Rest der Weltenbäume verenden. Gehorsam war die einzige Option. Gut. Lord Omegon. Nur, wie soll der Plan beginnen? Du hast mir erklärt, dass sie von einem Wegführer erfahren sollen, noch lange bevor sie am Labyrinth ankommen. Wie soll ich das anstellen? Ich kann es ihnen nicht selber mitteilen. Wenn sie mir dann misstrauen, dann haben sie all die Zeit, sich vor der Ankunftsarmlabyrinth jemand anderen zu suchen. Und genau deswegen müssen sie Einheimischen die Reisenden überzeugen. Und dafür du siehe. Und das wird keine schwere Aufgabe. Nein, dafür sind die Pokémon des Sturmes zu verzweifelt. Ihr Weltbaum stirbt bereits. Sie sehen ihre Heimat niedergehen. Wenn du dort nun auftauchst in deiner normalen Gestalt. Ein fremdes Mond, welches den Standort und Weg durch das Labyrinth kennt. Sie werden dir neins aus der Hand fressen. Jedes deiner Worte in Gold aufgefunden. In reinstem Gold. Auch wenn es keine Hoffnung für sie gibt. Wenn es so scheint, als gäbe es die kleinsten Funken. Dann werden sie Preisen nicht loslassen wollen. Bis sie selber merken, dass sie sich noch selber schaden. Also. Ich wiederhole noch einmal. Ich werde in die Wurzel Welt des Sturmes reisen. Ohne meinen Umhang oder meine Waffe ausgerüstet. Und den Pokémon dort beweisen, dass ich Wissen habe, welches mir nur ein Weltengeist geben könnte. Somit werden sie den Reisenden von mir erzählen. Während ich bereits am Labyrinth bin und mir die Wege einpräge. So. Dass sie mich dort antreffen werden. Nachdem die Bewohner sie dorthin geleitet haben. Dann. Nein. Das machst du anders. Sie sollen von dir fahren. Doch die Einheimischen kennen zu größten Teilen den Weg zum Labyrinth nicht. Es gibt nur sehr wenige, die es tun. An jedem Ort, zu welchem ich dich bringen werde. Ein einziges Pokémon. Ein Trikephalo. Sorge dafür, dass sie den Weg nie erfahren. Wenn sie das Labyrinth nie erreichen, dann wäre es doch noch besser, als wenn du sie nie antriffst. Und wie? Unsere Atmachung fordert dein Gehorsam. nicht, dass ich alles übernehme. Auch wenn ich dafür geeignet habe bin. Überleg dir selber was. Handle auf deinen Wegen. Aber nach meinen Worten. Ja... Lord Omegon. Ich werde mir etwas ausdenken. Also wenn... Falls ich die Reisenden am Labyrinth treffe, werde ich versuchen, sie von meiner Glaubwürdigkeit zu überzeugen. Schaffe ich dies nicht, gehe ich sicher, dass sie versuchen, das Labyrinth alleinig zu durchqueren, anstatt jemand anderen zu suchen. Sollten sie dies nicht, gehe ich sicher, dass sie es nicht durch ein Nagelglück durchqueren. Falls sie mir wahrlich vertrauen sollten, dann führe ich sie voran, werde sie für eine Weile in Sicherheit wägen, bevor ich sie in eine Falle führe. Der Plan ist erfolgreich, wenn sie das Labyrinth nie durchqueren. Entweder, da sie es nie erreichen, oder beim Durchqueren scheitern. Habe ich damit alle wichtigen Punkte verstanden. Nun, seit mir es klingt so, ob deine Kompetenz der Durchführung meines genialen Planes gerecht wird, ist eine andere Frage. Aber irgendwie wird es schon genügen. Also, wenn wir dann fertig sind, würde ich gerne zurück in mein Heimkehren. Los, mach dich auf. Warte, eine Frage habe ich noch. Kapitel 2 Keine Macht über mich. Eine Frage habe ich noch. Omegon blieb stumm, doch tatsächlich auch anwesend, scheinbar die Frage abwartend. Aber, wäre es vielleicht doch besser, einfach ruhig zu bleiben? Wie würde der Tyrann wohl reagieren, wenn... dann sprich und stehe nicht stumm in der Landschaft. Weshalb hast du Günter benutzt? Er ist dein treuerster Anhänger. Und du verheimlichst ihm etwas. Nervös wartete der Diener durch die folgende Stille. Hatte er so direkt sein müssen, Omegon würde ihm das niemals durchgehen lassen. Es war doch ohnehin nicht mehr als ein Gefühl gewesen, dass überhaupt etwas im Busch war. Nun, ich muss zugeben, mich überrascht, dass du erschließen konntest, dass ich dich die ganze Wahrheit offenbart habe. Ich muss wohl doch weiter an meine Redekünsten feilen. Es ging um etwas, das nur Günter nicht wissen darf. Ob du es weißt, ist mir egal. Du wirst es ohnehin merken, wenn du Bescheid weißt. Solange du gegenüber den Pokémon dieser Welt schweigst. Ich hielt es schlicht für eine schlechte Idee, Günter mitzuteilen, dass ein Pokémon meiner Zweigwelt, sogar eine, die als auf Günters Seite kämpfte, sich entschlossen, mit den Reisenden mitzureisen. Er darf nicht anfangen zu zweifeln. Und die Reisenden dürfen es auch nicht. Nicht an dieser Mitstreiterin. Das heißt, dass ich mich einer deiner einstigen Heldinnen gegenüberstellen muss. Mehr oder weniger. Sie ist die Tochter zweier von ihnen. Doch vor allem ist sie die Tochter von jenem Pokémon, welches Darkrai aus einer verlorenen Seele formte. Heißt, sie ist das nächste, was Darkrai zu einer Ahnen hat. Und damit missfällt sie mir eigentlich. Aber du musst dir keine Gedanken um sie machen, ne? Der Plan umfasst kein Kampf. Doch sollte er entstehen, wirst du problemlos siegen. All deine Feinde sind niemanden. An einem fernen Ort hingegen erwachte Flamme. Eine weitere Reise zwischen den Weltenbäumen. Und es zeigte sich, dass dies wohl gleichzusetzen war. Mit einem weiteren Erwachen an jenem See im Nirgendwo. An jenem Ort, wo Inferno schlummerte. Oder wohl er nicht schlummerte, wenn er Flamme denn so nerven musste. Und doch, im Anblick dieses Sees, das letzte Mal, dass Flamme hierher gerufen wurde, hatte ihm manches gelehrt. Vor allem, dass er diesen Ort einfach verlassen konnte, legte er es dann darauf an. Und gerade dieses Wissen, kontraintuitiv, zu dem, wie es erst scheinen könnte, motivierte sich, sich dieses Mal wieder dem Ebenbild zu zeigen. Denn immerhin wusste er nun, er konnte einfach gehen, wenn er das denn wollte. Und wenn er die Nerven verlor. Und er hatte Fragen. Ein kurzer Schluck, so wie es immer war. ließ das Wasser sich verwirbeln. Ein neues Gegenüber zeigte sich. Ein Wulpix ungleich seiner Reflexion. Endlich kommst du wieder her. Flamme, warum genau? Du kannst die Frage gleich vergessen. Heute stelle die Fragen ich und nur ich. Tatsächlich verstummte Inferno, wenn auch er aus Schock als aus Gehorsam. Dann los. Was für Geheimnis hast du noch? Was verheimlichst du mir? Erklär mir mal, woher Ormegon von dir weiß. Wie weiß er von einem Wulpix geleitet von einem Inferno? Wie kann er davon reden? Diese Frage hörend schien bloß die Stille des Abbildes lauter zu werden. Zumindest für einen kurzen Moment. Das hat er gesagt? Davon redet er. Ich schwöre, bei allem, was ich habe und bin, ich kann mir das selber nicht erklären. Spar dir deine Ausreden und sprich. Ich meine es ernst. Überleg doch mal, wenn ich etwas aus meiner Zeit, bevor ich deine Flamme war, verheimlichen würde, dann würde sein Wissen doch keinen Sinn machen. Einerst du dich denn nicht mehr, dass du mir den Namen Inferno gegeben hast? Bevor ich bei dir war, trug ich einen anderen Namen. Auch wenn Omegon definitiv das Pokémon kannte, dessen Flamme ich zuvor war, kann er nicht Inferno kennen. Oder sollte es zumindest nicht. Es fühlte sich so gut an. Endlich einmal hatte Flamme die Kontrolle über ein Gespräch mit Inferno und das Bild im See hatte keine. Absolut keine. Und trotzdem gestehst du mir weitere Lügen. Omegon kannte dein letztes Pokémon. Was soll ich mir da denken? Und wie kannst du mir garantieren, dass Omegon deinen Namen nicht von jenen Zeiten kennt, nachdem ich dich benannt habe? Wie kann ich wissen, dass du nicht für ihn arbeitest? Ist das weshalb du willst, dass ich alleine reise? wenn wenn mit was daran liegen würde, hätte ich dir gesagt, du sollst das Telithium entsorgen und dann abgewartet, bis der Wahn dich überkommt. Du hast inzwischen selber die Kraft des Telithium gelernt, nicht? Und ich wollte dich immer dazu hinleiten. Außerdem wie sollte ich mit Omegon arbeiten? Wie sollte ich mit ihm kommunizieren? Ich bin ein Teil von dir. Ich kann nirgendwo hin, wo du nicht bist. An diesem Ort hier bin meistens ich nicht, du aber schon. Im Geiste bist du immer hier, weil dieser Ort in deinem Verstand liegt. Und jetzt gib mir einen Grund, dir zu glauben. Nach all den Lügen, die du mir schon erzählt hast, wie kann ich sicher gehen, dass du nicht in Wahrheit doch an beweisen kannst. Du dort mit Omegon redest. Ich meine, bemerke ich deine Präsenz nur selten. Wenn ich mich öfter in deine Gespräche einmische, hast du auch etwas dagegen. Du musst dich nicht einmischen, um dich bemerkbar zu machen. Dann sag mir doch, was denn dein Plan ist. Wie soll ich dir beweisen, dass ich immer hier bin, wenn auch du mir glauben sollst. Ein gutes altes Marco Polo Spiel oder was? So scherzhaft dieser Beitrag auch war. Flamme durchfuhr bei der Idee eine gewisse Schadenfreude. Das klingt doch nach einem Plan. Du merkst doch, was ich denke und kannst meinen Gedanken antworten nicht. Dann machen wir das doch. Ich nehme mir heraus, wenn ich einfach will, das Wort Marco zu denken und dann erwarte ich von dir die passende Antwort. Die Reaktion war genau wie erwartet. Zum wiederholten Male völlige Sprachlosigkeit. das meinst du hoffentlich als Scherz, oder? Nicht im Ansatz. Es ist die beste Möglichkeit für mich sicher zu gehen, dass du dauerhaft anwesend bist. Die Idee ist Bullshit. Genau wie im Prinzip alles, was du gerade sagst und machst. Das hier sollte eine Team Arbeit sein. Team. Da sollte das Vertrauen auch so reichen. Habe ich denn nicht schon genug bewiesen, dass ich helfen will? Habe ich nicht schon vor eurer Ankunft in der Zweigwelt erklärt, was ihr dort alles vorfinden und tun werdet? War nicht jedes einzelne Wort davon korrekt? Jedes Das Ganze war einmal eine Team Arbeit in der Vergangenheit. Bevor du mir bewiesen hast, dass ich dir nicht vertrauen kann. Und auch weiterhin gibt es Dinge, die du mir verschweigst. Das gibst dir indirekt schon selber zu. Und in dieser Lage wachst du es von Vertrauen zu sprechen. Ja, du hast mir genau gesagt, was in der Welt da passieren würde. Und warum? Behaupten würdest du das es war, damit wir vorankommen? Und ist das wirklich so? Wer kann mir das garantieren? Dasselbe Pokémon, das mir immer noch ein anderes Leben verschweigen will? Nach allem, was ich weiß, könntest du mich gerne absichtlich direkt zum Weltenkern geschickt haben, damit wir ja den Weltenbaum des Sternlichtes wieder verlassen? Nicht, dass wir am Ende noch die Wurzelwelt erreichen. Was du nicht verstehst, ist, dass ich meine Geheimnisse zum Besten von uns beiden behalte. Immer wenn ich dir etwas über mich verrate, glaubst du mir weniger, weil meine Vergangenheit deinem Ideal widerspricht. Du merkst gar nicht, was hier wirklich los ist, oder? Natürlich vertraue ich dir weniger, je mehr du mir über dich verrätst, weil du es mir jetzt erst erzählst, weil jede Wahrheit, die du jetzt preisgibst, vorher eine Lüge war, die du mich glauben lassen wolltest. Das Problem ist nicht, was du mir verrätst, sondern wann du es tust. Und das gibt dir also das Recht, mich zu behandeln wie eine Witzfigur. es gibt mir das Recht, alle Maßnahmen zu ergreifen. Und was willst du dagegen tun? Ich glaube, ein Problem ist nicht, dass ich handele, sondern dass du keine Macht mehr über mich hast. Weil ich nicht mehr handele, als müsste ich jedem deiner Worte folgen. Ich wäre ja durchaus bereit, dich trotzdem anzuhören, deine Worte für meine Handlungen zu erwägen. Aber du musst mir eben beweisen, dass es nicht mein Schaden wäre, das zu tun. Zunächst blickte die innere Flamme nur stumm auf ihren Horst. Erfüllt von Zorn, vermutete Flamme. Doch eben deswegen überraschten die folgenden Worte umso mehr. Gut, wenn meine Wahrheiten dir so dringend sind, du sie so schnell wissen musst, dann sollst noch etwas mehr erfahren und vielleicht lernen, warum manchmal die halbe Wahrheit besser ist als die ganze. Dann bin ich mal gespannt. Sprich Na gut, ich habe es dir gesagt, Omegon sollte mich nicht als Inferno kennen dürfen, da ich erst seit unserem ersten Treffen Inferno bin. Aber auch habe ich schon offenbart, dass Omegon jedes Pokémon kannte, mit welchem ich zuerst arbeitete. Und daraus hätte er wohl kaum einen Grund, mich zu hassen. Im Gegenteil, bevor ich hier war, Flamme, war ich die Flamme von jemandem, der für ihn kämpfte. Und zwar wahrlich kämpfte. Ich habe einst ein Pokémon der Gruppe geführt, die nun eure letzte Hürde wird. Deswegen konnte ich so viel über die Zweigwelt reden. Wir haben sie oft besucht. Deswegen konnte ich dir von Ivi erzählen. Ich kämpfte einst auf ihrer Seite. Und jetzt versuchst du ihren Erfolg von der anderen Seite zu erzwingen. genervt schnaubte die Spiegelung auf, drehte sich wie manchmal in seinem kleinen Kreis, bevor er sich widersetzte. Siehst du genau das? Genau das meinte ich. Deswegen habe ich dir die Scheiße verschwiegen, weil du dich dann von vornherein geweigert hättest, mich anzuhören. Genau deswegen habe ich dich angelogen. Wie man es macht, ist es falsch. Sage ich nichts, bin ich dir nach ein Verräter. Spreche ich dann auch. Soll ich es dir ausbuchstabieren? Du hast Funkenherz doch auch schon getroffen. Sie hat sich euch angeschlossen. Sie hilft euch. Glaubst du wirklich, der Rest von uns wäre anders? Wir haben nicht für Omegon gekämpft, weil wir irgendwelche Weltenbäume zerstören wollten. Wir haben gekämpft, weil es aussah, als wäre er, als wären wir die Opfer in diesem Krieg. Er hat uns manipuliert, belogen und und du glaubst dafür will ich mir jetzt helfen, dafür für eine Lüge durch die Hölle gegangen zu sein. Funkenherz ist viel zu gnädig ihm gegenüber. Meine Vermutung ist, dass ich nur wieder eine Flamme geworden bin, um Rache zu üben. Für uns alle. und deswegen stecke ich in der Scheiße hier mit dir fest, weil du der Auserwählte bist, der Omegon stürzen soll, weil du derjenige bist, der Omegon brennen lassen soll. Lieber sterbe ich tausend qualvolle Tode, als noch eine Sekunde meiner Existenz für etwas anderes zu verwenden, als die Hinarbeit auf sein Ende. Und wenn du scheiterst, dann werde ich wieder eine Flamme. Und wenn Omegon sein Reich erschaffen kann, dann werde ich in diesem Reich eine Flamme. Und wenn ich die Flamme eines jeden Pokémon werden muss, bevor eines von ihnen endlich Erfolg hat, dann werde ich das tun. Ich habe eine Existenz als Flamme verschwendet, jemanden zum Sieg geführt, für den wir nichts als Werkzeuge waren. Und ich werde jede weitere Minute dafür aufgeben, dass diese Existenz nicht in den Geschichtsbüchern verbleibt. diese Rede war etwas, das selbst den so sonst misstrauischen Flamme zum Nachdenken brachte. Die gesamte Stimme der inneren Stimme, jedes einzelne Wort schien von solchem Hass erfüllt, Erinnerung an eine lieber vergessene Zeit schien mit zu schwingen. eine Reue, aber auch eine Entschlossenheit in jeder Ader, welches zur Herausforderung machte, an der Aufrichtigkeit des Abbildes zu zweifeln. Gut, gut, ich glaube dir, die ganze Tirade kam auf einmal zum Stillstand, als Überraschung wieder Einzug gebot. Was? Du glaubst mir. Du, so etwas höre ich aber auch zum ersten Mal. Willst du dich etwas beschweren? Natürlich nicht. Aber auch wenn ich deine Ansprache Glauben schenke, so gibt es Dinge, die sich noch nicht ändern. Also, wenn du willst, dass ich wirklich wieder bereit werde, zu glauben, dass ich bereit werde, wir als Team zu arbeiten, dann musst auch du kooperieren. Sind wir uns da einig? Na gut. Fürs Erste. Kapitel 3 die frühste Spur. Mit dem Ende seines Besuches bei Inferno war es nun an der Zeit für Flamme in einer weiteren neuen Welt zu erwachen. Es war bereits der vierte Weltenbaum, den das Wulpixen auf seiner Reise bereiste. Nur noch einer und er könnte sich zu einer kleinen Auswahl zählen, die wahrlich jeden Weltenbaum der Pokémon bereist hatte. Würde er sich damit rühmen? Interessierte es ihn überhaupt? Nein, nicht wirklich. Es war alles nur der Weg zu einem eventuellen Ziel, welches genauso gut unerreichbar sein könnte. Wie immer war Flamme der letzte, der erwachte, als die ganze Gruppe sich an einem neuen fremden Ort wieder fand. Absol, Funkenherz und Soll sahen sich bereits alle oben, offensichtlich wenig besorgt, da mindestens Soll bereits wusste, dass Flamme immer länger brauchte und trotzdem glaubte er ihm nicht, dass es Inferno gab. Die anderen Weltenbäume bisher hatten ihre Besucher gebührend begrüßt. Einmal fand das Erwachen in einem weiten klaren Sumpf statt, ein anderes Mal in einem kleinen Wald, inmitten eines spiegelklaren Sees. Nun, der Weltenbaum des Sturmes hatte sichtlich wenig Interesse daran, eine ebenso gebührende Begrüßung zu bieten. Jener Ort, welchen Flamme um sich herum erblickte, schien eine Kreuzung zu sein, praktischerweise direkt ausgeschildert. Am Rande dieser stand ein einzelner Baum. Oder was wohl irgendwann mal ein Baum gewesen war. Praktisch war es nicht mehr als ein kohl schwarzes Holzgerüst, dessen Äste schwächelnd herunterhingen. Vom Geruch her war das Geäst am Verrotten. Es machte sich ja also niemand die Arbeit diese Kreuzung zu pflegen, wenn die Pflanzen nicht auskamen, wenn es keiner tat. Hatte die ausgeschilderte Stadt etwa so selten Besuch? Der Rasen stimmte mit dem Baum in Solidarität in ähnliches Leiden ein und war zwar noch in besserem Zustand, doch manche Halme waren ebenfalls ins selbe schwarz getränkt und hingen herab. Funkenherz rupfte ein von ihnen vorsichtig, sichtlich besorgt aus. Beinahe hatte Flamme erwartet, dass das Stück Elend sofortig zu Asche zerfallen würde. Doch es war eher das Gegenteil, was geschah. Der Grashalm blieb ganz, ließ sich nicht einmal biegen. Er wirkte beinahe wie aus Stein. Ich bin ja kein riesiger Experte, was die Flora und Fauna dieses Weltenbaumes angeht, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass irgendetwas hier für mich gesund wirkt. Gradan hatte bereits erwähnt, dass diese Welt ungesund wirkt, nicht? Wahrscheinlich sehen wir gerade selber die Folgen davon. Das heißt, die Folgen von Amegon. Das war natürlich genauso möglich. Die Pflanzen hier waren nicht durch Missachtung der Einheimischen so zugerichtet, sondern durch den Mangel an Kraft, welche Amegon ihn geraubt hatte. Aber dann haben wir nur noch einen Grund mehr, uns zu beeilen. Gehen wir zunächst in die Stadt? Das war bisher immer unser Ansatz. Die Nächste stattfinden, dort mehr erfahren und dann weiter. Und bis jetzt auch immer funktioniert. Dementsprechend werden wir jetzt keine Pläne ändern. Ein narrensicherer Plan. Nun, eigentlich war er absolut nicht narrensicher, aber doch war es bisher jedes einzelne Mal erfolgreich gewesen und wenn es nur zwei Male waren. Zumal wie auch immer gedacht, wenn in der Stadt niemand halb oder helfen konnte, dann wäre es immer noch kein Schaden. Also würde die Gruppe S wieder einmal drauf anlegen. Dieses Mal in einer Stadt namens Raststadt. Zumindest wenn das Schild nicht log. Zumindest war die Suche nach einer Stadt dieses Mal die einfachste gewesen, welche bisher auf dieser Reise vor sich gegangen war. Zuvor war dies immer schon der erste schwierige Schritt. Dieses Mal waren sie neben einem Schild gelandet, welches die Existenz einer Stadt in unter 10 Minuten Fußweg anzeigte. Jene Stadt zeigte sich als eine der größeren, die die Gruppe bisher gesehen hatte. Doch so hässlich Flamme den Pokémon Platz auch fand, es war mit großem Abstand auch die hässlichste aller Städte. Auf unterschiedlichen Höhen gab es kleine Teiche, verbunden durch einen Wasserfall, ausgehend vom höheren der beiden, das Wasser dort aus einem Stein entspringend. Vom zweiten Teich aus verliefen mehrere kleine Bäche. Ganz am Eingang des Dorfes ein Bach noch von einem dritten Teich mit Wasserfall entspringend. Jedoch wirkte das Wasser trüb. Nicht grün wie ein Sumpf oder so etwas, sondern schlicht etwas milchig, als wäre etwas weiße Farbe in die Wasserquelle geraten. Ansonsten wollten manche Büsche und viel Gras diesen Ort schmücken. Doch auch hier schien dasselbe Schicksal die Natur zu überkommen wie an der Kreuzung vor der Stadt. Die wenigen Gebäude schienen recht unberührt von all der Verkommen ist. Doch dies erzeugte eher sogar noch einen unschönen Kontrast. Das einzig Normale, was diese Stadt scheinbar bot, waren Pokémon. Auch hiervon nicht allzu viele, aber doch zumindest manche. Und die Menge wäre ja auch irrelevant, solange mindestens eines von ihnen helfen könnte. Absol war der Erste, der sich ohne Zögern auf das erste Pokémon zubewegte, welches ihm in den Blick fiel. Normalerweise wäre Flamme zwar ein etwas vorsichtigerer Ansatz recht, aber die Pokémon dieses Ortes hatten offensichtlich ohnehin größere Probleme als ein paar fremde. Zumal das mittelgroße blaue Pokémon alles andere als gefährlich aussah. Hey, du stammst von hier nicht. Du kannst uns nicht zufällig ein paar Informationen für eine Gruppe Reisende entwenden. Anstatt zu antworten, startete das Pokémon zunächst kurz in Richtung der drei restlichen Fremden. Nanu, ist einer von euch zufällig Flamme? Äh, ja, ich. Warum? Woher kennst du den Namen? Aber warum seid ihr dann hier? So eine Art Mon war es also die Sorte, die keinen Sinn machte. Prima. Dann warte doch bitte ganz kurz hier. Ich möchte ein paar andere Pokémon holen, ja? Wenn ihr kämpfen wollt, dann lasst es gleich bleiben. Legt euch nicht mit uns an. Oh nein, das will ich gar nicht. Wartet einfach für einen Moment, dann erklären wir euch alles. Nun, es hatte ja alles seine Vorteile. Vielleicht würde der Kern Pokémon mitbringen, mit dem man eigentlich Klartext sprechen konnte. Und auch bestand immer noch voriger Punkt. Das Mon sah mehr als ungefährlich aus. Dementsprechend herrschte auch Einigkeit in der Gruppe der Reisenden. Sie warteten tatsächlich ab. Und es dauerte auch nur Momente, bis das blaue Wesen zurückkehrte. Im Schlepptaub zwei Pokémon Mon von Spezies die Flamme sogar kannte. Ein Psyaner und ein Nachtara nämlich. Aber auch ein viertes Mon, das in der Gruppe bisher noch niemand je gesehen hatte. Ach herrje, hat Monod etwa die Wahrheit gesagt? Ihr seid die vier Reisenden? Vor allen Dingen sind wir die vier, die jetzt gerne mal eingeweiht werden würden. Uns ist nicht klar, weshalb ihr habt. Eure Ankunft wurde uns schon vorher angekündigt, aber eigentlich nicht hier. Also, ich weiß jetzt auch nicht ganz, was ich erklären soll und was ihr schon wisst. Ganz einfach, erklärt uns bitte alles. Bitte. Also gut, eure Ankunft wurde uns schon vor kurzem angekündigt. Die Reisenden, die versuchen Omegon zu besiegen, um die Weltenbäume zu retten. Wie ihr bestimmt schon seht, je mehr Zeit vergeht, desto nötiger hat unsere Heimat diese Rettung. Nun ist aber vorhin ein Pokémon in unsere Stadt gekommen, welches von Terrus geschickt wurde. Wisst ihr, unsere Welt hat eine Legende von einem großen Labyrinth, größer als alles andere, verwinkelt voller Fallen, die einen in ein ewiges Gefängnis führen. Aber gleichzeitig munkelt man, dass dieser Ort nur versteckt und bewacht ist, weil sich dort der Schlüssel zu unserem Weltengeist befindet. Also genau, was ihr braucht. Und das von Terrus geschickte Pokémon hat über ihnen den Standort und sogar den Weg durch das Labyrinth erfahren. Und zwar um eine Gruppe zu führen, die sich um das Wulpix Flamme bildet, weil sie es sind, die sich Omegon stellen. Also haben die Weltengeister uns jemanden zuvor geschickt, um uns zu Tundil zu führen. Das hören wir ausnahmsweise mal gerne. Wo ist dann dieses Pokémon? Es hat sich sofort zum Labyrinth begeben und angewiesen, dass unsere Stimme des Lebens euch hinbringen Er ist das eine Pokémon von uns, das zumindest den Standort des Labyrinth kennt, wenn auch nicht den Weg hindurch. Dann bringen uns halt zu dieser Stimme des Lebens. Kurz blicken sich die Einheimischen bloß stumm an. Also da gibt es leider ein Problem. Und zwar haben wir auf die Aussage von Terros Boote erwartet, dass sie an einem anderen Ort in dieser Welt ankommt. einem ganz anderen. Deswegen ist Trikephalo dorthin aufgebrochen, anstatt hier zu bleiben. Und wir haben auch nicht wirklich eine Möglichkeit zurückzurufen. Wir sind am falschen Ort angekommen. Das muss er mit Absicht gemacht haben. Aber wo ist dann dieses Pokémon? Zum ersten Mal mischte sich nun auch das letzte Pokémon. Das nach Tara ins Gespräch ein. Da kommen dann wohl wir ins Spiel. Erst an einem sehr weit entfernten Ort, dem Gletscherpalast. Es ist ein Ort, den man zu Fuß nicht erreichen kann. Aber Psyan und ich sind früher sehr viel gereist und haben dabei sogenannte Magna-Karten entwickelt. Das heißt Karten, die einstellbar sind und dadurch an einen Ort teleportieren können. Zum Beispiel zum Gletscherpalast, seitdem wir die Kombination kennen. Und dafür nutzen die Karten die Lebensenergie der Welt und das interessiert euch wohl auch eher weniger. Aber lange Geschichte kurz. Die Karten können nicht die ganze Zeit benutzt werden. Nach einer Nutzung brauchen sie gut einen halben Tag bis sie wieder bereit sind. Und naja, wir muss der Trikephalo schon weg schicken. Genau gesagt können wir euch ihm hinterher schicken. Aber erst ab heute Nacht. Das passt schon. In den letzten Welt haben wir deutlich größere Hürden vor uns. Da können wir jetzt da wohl einige Stunden abwarten. Nun theoretisch durchaus. Das wusste Flamme. Aber musste der Scheiß wirklich sein? Hätte es nicht einmal simpler gehen können? Hätte die Gruppe nicht mal ohne irgendwelche Wartezeiten ohne Hindernisse weiterreisen können? Als wäre es nicht klar genug, dass die wahren Probleme noch lange nicht begonnen hatten. Die Reise zu diesem Labyrinth durch Querung und selbst wenn sie dann diesen Schlüssel hätten, dann müssten sie immer noch herausfinden, wo er passen würde. Genug Schritte, bei denen es Probleme geben würde. Genug Schritte, bei denen Omegons angekündigter Krieger eingreifen könnte. Hätte es dann nicht zumindest mal einen einzelnen Schritt mal schnell abschließen können? Ihr seid natürlich bis dann unsere Gäste und wir formieren euch sofort, wenn die Karten wieder bereit sind. Haltet euch nur bestenfalls im Dorf auf. Oder zumindest immer einer oder eine von euch, damit wir euch finden können, was soweit ist. Nach Tara, wir setzen uns sofort daran, zu versuchen, die Karten schneller wieder funktionsfähig zu machen. Tun wir das? Ich meine, haben wir das nicht schon zehn Male versucht? Und es hat noch nie geklappt? Die Dinger funktionieren einfach nicht so und wir versuchen es trotzdem. oder hast etwas besseres zu tun? Wir müssen doch zumindest versuchen, so schnell wie möglich die Weiterreise zu ermöglichen. Nun, zumindest die Einstellung des Psyaner gefiel Flamme. Sie war endlich mal ein Mon, dem man anmerkte, dass sie sich tatsächlich irgendwie zum helfen verpflichtet fühlte. Nicht aus irgendeiner blinden Höflichkeit wie Simsalah, sondern einfach aufgrund des Zieles der Reisenden. Naja, dann, was Psyaner sagt. Wenn euch ausruhen oder verpflegen wollt, steht euch Zwarones Gaststube bestimmt offen. Ich würde euch gerne noch empfehlen, das Pokémon Paradies zu besuchen, aber dem Ort geht es noch schlimmer als dem Dorf. Als wäre es nicht bereits genug heruntergekommen seitdem die beiden Gründer des Ortes. Unsere einstigen Helden verschwunden sind. Hier war also der Stützpunkt der ehemaligen Helden dieser Welt. Und zweier Pokémon, welche sich den Reisenden noch als Feinde gegenüber stellen würden. Zwei Pokémon, die sich nicht an diesen Ort erinnerten. Der Ort erinnerte sich jedoch an sie. Und Wissen war doch immer Macht, war es auch immer gewesen. Nicht nur Flamme erkannte hier einen sinnvollen Zeitvertreib. Wenn der Ort nicht besuchbar ist, dann es kann uns doch bestimmt jemand von euch etwas über eure vergangenen Helden erzählen, oder? Kurz fielen Blicke zwischen den vier Einheimischen umher, bevor das erste Pokémon, dem die Abenteurer begegnet waren, sich zu Wort meldete. Kommt mit ins Gasthaus, dann erzähle ich euch beim guten Essen, was ihr wissen wollt. Klingt das noch ein Plan? Dann können Psyan und Tara sich so lange mit den Magna Karten beschäftigen und Viridium, du machst eben, was du möchtest. Nun gut, zwar war die Zeit, welche hier im Dorf verbracht werden musste, immer noch verschwendet, aber zumindest weniger verschwendet als gedacht. Zumal dafür der Weg im Anschluss ausnahmsweise mal geebnet schien. Kapitel 4 Ein unbereisbarer Ort Also, wo soll ich denn am besten anfangen? Wie bereits vereinbart, hatten sich die Abenteurer und Moorlord ins Varones Gasthaus eingefunden. Aus der Küche strömte appetitlicher Geruch herein. Die meisten der Abenteurer hatten nahezu keine Zeit in größeren Städten verbracht. Wenige Ausflüge von Funkenherz in ihrer Kindheit als einzige Ausnahme. Somit war die pure Erfahrung eines Gasthauses ihnen ziemlich fremd. Zumindest in einem Konzept, in dem die gebotene Verpflegung über simple Rohkost hinausging. Flamme erspähte auch im Augenwinkel die Quelle des Geruches, als er wieder ins Gasthaus eintrat, nachdem er sich entschuldigt hatte und kurz herausgetreten war. Der Grund des Heraustretens war bloß keiner, den er teilen würde. Immerhin hatte er sich angewöhnt das Telizium inzwischen lieber im Geheimen einzunehmen. Also vom reinen Wortlaut her schlage ich ja mal den Anfang vor. Ach ja, gute Idee. Also zumindest der Anfang von dem, was ich kenne. Was die beiden damals getan haben, bevor er sie in diese Gegend verschlagen hat, das wissen wir gar nicht. Damals gab es hier auch noch weniger Pokémon, einige der Läden gab es nicht. Viridium und zwei frühere Psyanah und Nachtara sind alle erst später hierher gekommen. Damals gab es hier nur ein kleineres Rast statt und eine große öde Fläche in der Nähe, die ich so ein wenig verwaltet habe. Bis dann Latias und Latios hier aufgetaucht sind, mit dem Ziel ein Paradies für möglichst viele Pokémon dort zu errichten. Nun, sie haben dann nebenbei eben diese leere Fläche verwandelt, in einen tatsächlich sehenswerten Ort. Dadurch haben sie auch einige andere Pokémon hergelockt, aber dieses ganze Zeug haben sie auch eher nebenbei gemacht. Hauptsächlich waren sie nämlich mit dem Reisen beschäftigt, da sie versucht haben uns bei einer einfallende Katastrophe zu helfen, auch wenn wir selber gar nicht wussten, dass es eine war. Nun, auf den damaligen Reisen sind dann zu den Pokémon, die hier waren, also primär auf Latias, Latios, Dummisel und Emalga, die lange schon eine Weile fort sind, auch Viridium, die alten Psyaner und Nachtara gestoßen, noch viele andere, die eher organisiert als gekämpft haben auch. Das Ganze war in einem großen Kampf gegen ein Wesen, das sich im Zentrum vom Gletscher Palast aus allen negativen Emotionen der Welt gebildet hat. Ach, und Trikephalo haben wir auch während dem Kampf gegen die Untergebenen vom Kältekern kennengelernt. Trikephalo hatten wir vorhin ja schon erwähnt. Er ist unsere Stimme des Lebens und vor allem alles in allem ein entspannter Kerl. Und naja, ich könnte jetzt versuchen den ganzen Verlauf des Abenteurs noch einmal wieder zu geben, aber irgendwie glaube ich kaum, dass ich nicht alles verdrehen würde. Auf jeden Fall haben es Latios und Latios am Ende in Zusammenarbeit mit unseren Freunden geschafft, den Kältekern zu zerstören und das Ende unserer Welt zu verhindern. Bevor sie sich direkt wieder daran gesetzt haben, ihr Paradies zu perfektionieren. Und nun ja, das dann eben, bis sie irgendwann an einem Morgen einfach verschwunden waren. Und wisst ihr auch wohin? Funkenherz stellt diese Frage natürlich nicht aus Unwissenheit. Nicht, da sie selber den Ort kennen wollte. Immerhin hatte sie die beiden schon getroffen. Sie kannte das Duo sehr gut sogar. Es ging ihr tatsächlich eher darum, ob die Einheimischen wussten, was wirklich geschehen war. Nun, nur ganz grob, eines Tages kam der Götterbote, Darkrai, in unsere Stadt und hat uns informiert, dass sie anscheinend in einem anderen Weltenbaum gelandet sind. Bei Omegon, der auch schuld an der Lage unserer Welt ist. Also, es geht ihnen auf jeden Fall gut, das kann ich euch versprechen. Omegon hat sie und die Helden aus den Weltenbäumen des Forstes, des Lunaren und der Schatten alle gestohlen und wiedergeboren werden lassen. Sie hat euch zu seinen eigenen Kämpfern gemacht. Die Helden, die dann dort versammelt waren, haben sich mit all den Kämpfern aus Omegons eigenen Weltenbaum zusammengetan. Ich weiß das alles, weil ich selber auch zu dieser Gruppe gehört habe, vor allem weil meine Eltern einfach dort waren. Sag bloß, du kennst Latios und Latios Luxio und sie sind wohl auf, aber wenn du sie kennst, weshalb musstet ihr denn dann überhaupt über sie nachfragen? Dadurch, dass sie in Omegons Weltenbaum wiedergeboren wurden, haben sie alle Erinnerungen an ihr Leben hier verloren. Deswegen konnten sie uns nicht davon erzählen, was sie hier getan haben. Sie wussten nicht einmal, dass sie überhaupt aus einer anderen Welt stammen. Sie haben es nur einmal gehört von Darkrai und weil wir Omegon geglaubt haben, sahen wir Darkrai als Feind und haben seine Worte für Lügen gehalten. Ich wurde selber erst vor wenigen Wochen davon überzeugt, dass es alles wahr ist. Also, ich muss schon zugeben, das alles klingt doch recht unglaubwürdig. Aber es ist wahr. Ich sage nur, dass es unglaubwürdig klingt. Nicht, dass ich es nicht glaube. Aber was heißt denn das jetzt für eure jetzige Reise? Ihr seid doch diejenigen, die unsere Weltenbäume retten sollen. Müsstet ihr euch da nicht gegen Omegon stellen? Ja, auch wenn ich im Kampf gegen Weiles dabei war. Jetzt, wo ich weiß, dass Omegon der Böse ist, kann ich doch nichts tun. Auch wenn es heißt, dass wofür ich früher stand, umsonst war. Und ich werde versuchen, Latias und Latius davon zu überzeugen und alle anderen, die mit ihm kämpfen. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann bin ich auch bereit, mich gegen sie zu stellen. Flamme hatte stark den Eindruck, dass der Einheimische versuchte, irgendwie beteiligt rüberzukommen. Obwohl er eigentlich nicht wirklich so eine Ahnung hatte, worum es überhaupt ging. Also alles wie immer. Wieso gab es denn so wenige Pokémon, die einfach mal bereit waren zu sagen, was sie dachten. Stattdessen mussten sie alle heucheln. Weshalb denn? Sollte es freundlich wirken oder sowas? Nun, das ist eine sehr verzwickte Situation und eine, in der ich euch nicht helfen kann. Ich hoffe, noch Tara und Sian er bald Erfolg haben. Damit vielleicht zumindest auf dem Weg etwas helfen können. Da war er nicht der Einzige. Aber erwarten tat eigentlich niemand in der Gruppe der Reisenden etwas. Nacht Tara hatte deutlich genug angedeutet, dass es bis in die Nacht dauern würde und dass eine Verschnellerung des Prozesses wohl eher außer Frage stand. Und naja, beinahe mussten sie ja sogar froh darüber sein. Wenn es kürzer dauern würde, hätten sie keine Zeit mehr zum Essen. Und ja, es war genau wie bereits erwartet. Erst in der Nacht trafen die Pokémon und die Einheimischen wieder auf dem Hauptplatz der Stadt zusammen. Die ewige Arbeit hatte offensichtlich keine Früchte getragen, sondern einfach nur die Zeit eingenommen, bis diese Magna Karten wieder funktionsfähig waren. Also, auch wenn es etwas gedauert hat, die Karten sind wieder bereit. Seid ihr es auch? Ähm, muss ja. Ob die Einstellung euch weit bringt, hinterfrage ich mal enorm. Aber egal. Wir bringen euch dann in den Gletscherpalast. Dort irgendwo solltet ihr Trekephalo treffen. Er ist, sagen wir mal, schwer zu übersehen. Wenn ihr einen dreiköpfigen Drachen seht, der zwei Köpfe hat, die bloß arme sind, dann habt ihr Jine. Das klang doch eher unverwechselbar. Abgesehen davon, dass sich in diesem Gletscherpalast, der anscheinend ja irgendwo im Nirgendwo lag, kaum Unmengen an Pokémon aufhalten würden. Während dieser wenigen Worte war Psiana damit beschäftigt, vier eigenartig aussehende Karten in einem seltsamen Muster auszulegen. Aber funktionieren Tat es wohl, denn ein mysteriöser roter Kreis erschien auf dem Boden. Also dann trete in den Kreis ihr vier und der Rest hält sich gefälligst fern. Wie immer. Gesagt getan. Nur die Abenteurer, wenn auch etwas unsicher gegenüber dieser unbekannten Kraft standen immer noch in diesem Regen. Also dann gute Reise und viel Erfolg. Mit diesem Abschied wurde das Licht heller und heller bis es schließlich wieder abebte. Und nun der Gletscherpalast war doch sehr anders als sich Flamme ihm vorgestellt hatte. Oder wenn man es weniger zynisch ausdrücken wollte, nach dem Verämmen des Lichtes standen sie alle vier immer noch in Rast statt. Nicht schon wieder sowas. Haben die Dinger nicht vorhin bei Trikephalo erst Probleme gemacht? Ich also ja entschuldigt das bitte ihr vier. Wir gucken uns das nochmal an. Nun das stimmte. Angucken taten sie sich die Karten nochmal. Schoben millimeterweise an ihnen herum. Ließen das Licht mehrfach auflackern und wieder schwinden. Jetzt macht schon. Vorhin haben wir sie doch auch noch zum Laufen gebracht. Ist irgendetwas an ihnen kaputt? Ich wüsste nicht was. Sie haben ihre Bemalungen die Kristalle keine Risse sie haben Aha weshalb diese Pause war dem Pokémon etwa doch was aufgefallen das fehlte. Anstatt weiter zu sprechen wandte der Psychotyp seinen Blick auf das Gras auf welchem die Karten lagen riss einen der nahezu steinernen Pech schwarzen Halme aus dem Boden Die Lebensenergie nach Tara Die Karten funktionieren mit Lebensenergie Deswegen waren sie auch vorhin schon so schwach Die Welt hat nicht mehr die nötige Kraft damit die Karten sie aufnehmen und nutzen können Es wenig Lebensenergie für Magna Karten Ist das möglich Aber wenn es stimmt was zöner machen wir dann Und ein Wein mal wieder Was ist das Problem Simpel gesagt Die Karten nutzen die Kraft die der Welt innewohnt um Reisen zu ermöglichen Aber durch Omegon stirbt unsere Welt Und ihr wohnt nicht mehr genug Kraft inne um die Karten zu aktivieren Heißt sie funktionieren nicht mehr Und wie kann man das fixen Wir haben nicht ewig Zeit wisst ihr Wenn wir recht haben dann kann man da nichts ändern bis unsere Welt wieder Lebensenergie gewonnen hat Und das wird nicht geschehen solange Omegon Macht hat Da hatte Flammesfehler gelegen Darin dass er erwartet hatte dass irgendwann auf dieser Reise auch mal eine gottverdammte Sache funktionieren würde Ja Du willst sie zu Fuß los schicken Du weißt doch selber dass man die Schluchten um den Palast wieder durch noch überqueren kann Was kann das so eine Reise also bringen Nun ja nichts ist keine Alternative oder Und wann waren wir zum letzten Mal in der Nähe vom Gletscher Palast Gerade im Moment verändert sich die Landschaft in unserer Welt doch dauerhaft Und wenn nur in Aspekten vielleicht wenn wir Glück haben sind ja auch die Schluchten irgendwie von dem Wandel beeinflusst in irgendeiner Form durch die sie passierbar werden oder vielleicht hat Q-Ram tatsächlich mal einen Weg geschaffen so oder so wir können Tricky Falle wohl kaum erreichen also müssen sie zu ihm also verstehe ich das gerade richtig eure tollen Karten da funktionieren nicht mehr deswegen ist unsere einzige Option jetzt eine Ewigkeit ins irgendwo zu wandern weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist dass wir am Ende da eh nicht weiter kommen weil unsere einzige Chance dafür ein wortwörtliches Wunder wäre es tut uns leid wir wollen doch selber helfen aber wir sind machtlos ohne die Magna Karten das einzige was für uns noch möglich wäre euch selbst zum Palast zu begleiten wobei ich nicht glaube dass irgendjemand von uns euch dabei nicht mindestens im Reisetempo eher belasten als helfen würde das heißt wenn ihr nicht auf die Variante von gerade besteht können wir euch noch eine Landkarte und unsere besten Wünsche mitgeben und das bringt uns was eine Landkarte macht keine Wege passierbar und gute Wünsche sind Schall der im Wind erstickt Beschwerden bringen uns auch nicht mehr ans Ziel Flamme also gut dann nehmen wir eine Landkarte und machen uns auf die Reise wie lange wird uns der Weg denn kosten in unseren besten Schluchten und den Palast etwas mehr als drei Tage gebraucht ich weiß ja nicht wie ihr drauf seid aber ich würde bei euch mit ähnlichem rechnen und ihr glaubt nicht dass Trecki Falo bis dann vielleicht merkt dass da etwas schief läuft nein wir haben erfahren dass ihr bald kommt das nicht gerade eindeutig nun immerhin war es nichts außergewöhnliches es war alles wie immer nicht ein kleiner Teilschritt nicht eine Hürde auf der Reise sollte jemals überwinden wirken Lange Kapitel 5 unter dem Polarlicht und doch sprecht ihr immer so als werdet ihr moralisch überlegen bedrohlich erhob sich ein weiteres mal der riesige Drache des Sternenlichtes über den Weltengeistern und ihrem Berater inmitten des Zentrums der Weltenbäume erst zwei Tage waren in etwa vergangen seitdem Omegon die auserwählten der Weltengeister vorangeschickt hatte in den Weltenbaum des Sturmes in welchem die Wanderung bereits begonnen hatte aber von all dem was innerhalb des Weltenbaumes vor sich ging wussten sie alle nicht viel jeder der Weltengeister hatte bloß seine eigene Vorstellung in der Hoffnung dass diese auch eintrat das sind wir dass du Jahrhunderte im Krieg immer noch von dir behauptest dass der Tod von Abermillionen in irgendeiner Form Gerechtigkeit wäre sagt uns genug es sind alles Leben die zwar unter meiner Handlung vergehen müssen doch allein durch eure Entscheidung was ihr nicht versteht ist ich wollte Frieden und Einigkeit ihr habt euch entschieden diesen abzulehnen einen Krieg zu beginnen ihr blut klebt nicht an meinen krallen sondern an euren oder flügeln oder was auch immer ihr habt und nun beginnt ihr auch noch den Verrat an jenen die eigentlich an eurer Seite stehen nun auch wenn du es weiterhin denkst wir verraten niemanden die auserwählten sind unser ganzer Fokus träum weiter alter Greis ihr wisst selber dass sie nicht euer Augenmerk sind ihr habt euch ein hyperaktives Vulcano und ein geistig verwirrtes Vulpings geschnappt ohne dass sie wahrlich Helden sind denn eure Helden gehören mir dass ihr mir gegenüber dieses Schauspiel versucht zu erhalten irgendwo verstehe ich es auch wenn ihr langsam einsehen solltet dass ich euch ohnehin nicht glaube aber zumindest kann ich es verstehen gegenüber ihm selber jedoch es ekelt mich an warum schenkt ihr ihnen Hoffnung wenn ihr wisst dass es alles umsonst sein wird warum quält ihr jene die euch vertrauen nur um einen köder zu legen welchen ich auf den ersten Blick durchschaue die einzigen die ertäuscht sind diese Pokémon jene die bereit sind für euch in den Tod zu gehen große Worte Omegons primäre Eigenschaft aber gleichermaßen etwas an das Dark er sich schon lange gewöhnt hatte und du traust dich wirklich so zu reden wenn es um so etwas geht wer sind denn deine Mitstreiter sie waren unsere Helden aber du hast ihnen ihre Erinnerung gestohlen und ihnen Lügen eingeflößt deine ganze innerweltliche Defensive basiert auf Manipulation Omegon oh du tust mir Unrecht ich habe nichts getan rein gar nichts ich habe sie zu neuen Pokémon gemacht ich verheimliche keine Vergangenheit die Pokémon gehört die nicht wirklich sie sind zu deinem Feind hast du sie gemacht nie habe ich ihnen gesagt dass du der böse seist und auch meine Motive nie habe ich sie im Fremden gehalten mein Tiner kennt sie er hat sich trotzdem angeschlossen Günther kennt sie und er bleibt trotzdem auf meiner Seite das Team liegt in seiner Hand er könnte ihm ja die Wahrheit sagen es wäre sein Job nicht meiner was was meinst du damit was meinst du damit dass Günther deine Motive kennt er hat damals gegen mich gekämpft im glauben dass er das richtige täte nicht durch irgendeine Treue zu dir und doch ändern sich die Dinge er hat mir meine Erklärung nicht abgekauft dich für das unmögliche Eintreffen eurer Auserwählten gegeben habe aber die Wahrheit war ihm genug er wusste selber sein Team und er sind zu weit gegangen um jetzt noch umzukehren und aufzugeben wofür sie standen nein hier konnte etwas nicht stimmen da hatte Günther für Jahre als ein Feind gekannt als jenen der zwischen ihm und dem Erfolg stand und gerade deswegen war ihm nur umso mehr aufgefallen dass das Kanimani ein ehrenvoller Kämpfer war seinem Kriegerherzen stets folgend aber der Punkt ist unhineinander ihr behandelt mich als wäre ich nichts als ein Lügner ein Verräter ein Tyrann ohne jede Moral und gleichzeitig seid ihr es die eure Mitstreiter in die Leere laufen lassen und nicht einmal das Rückgrat haben dafür zu stehen vielleicht wisst ihr wie es alte Schriften schon immer sagten der Unterschied zwischen dem Guten und dem Bösen ist nicht in ihren Zielen zu sehen sondern ihrem Verhalten die Helden kämpfen ehrenvoll das Böse trügerisch und seht euch an wie ihr euch verhaltet wie ich mich verhalte wie der Krieg läuft meine karten liegen alle offen ich gebe euch jede Chance da ich weiß dass sogar das Schicksal auf meiner Seite steht ihr belügt mich belügt andere plant im Hinterhalt manipuliert los traut euch sagt mir ins Gesicht mit bestem Gewissen dieses Wissen im Kopf dass ich der Böse bin und ihr die Guten das tue ich gerne und mit ganzem Herzen du sprichst als wäre nicht dein gesamter Aufstieg zur Macht nur eine Kreation aus Lügen und Manipulation gewesen das war es nicht ich war immer offen mit meinen Intentionen meine Ehrlichkeit brachte mich ans Ziel der Fehler war der eure da ihr nicht verstanden habt dass selbst mein härtesten Worten die Tat folgt wenn ich denn die nötige Kraft habe denn Worte sind die wahre Macht denn jedes Wort ist mächtig mächtig und von tiefstem Sinn Marco ich bin doch da wir haben das erst vor zehn Minuten gehabt Flamme das aber nicht dein Text Inferno ruhig lag Flamme am Lagerfeuer der Dialog allein in seinem Kopf gerade rastete die Gruppe nach einem sehr langen Tag der Reise nachdem sie ohne Pause seit Sonnenaufgang gewandert waren gleichermaßen hatte es sich aber gelohnt unter seinem Bauch spürte das Wulpix den Schnee welcher die schier endlose Eislandschaft schmückte innerhalb der Gruppe herrschte völlige Stille nur das Knistern des Feuers und der eisige Wind brachten Geräusche mit sich Funken hat zwar bereits eingeschlafen soll zwar noch nicht aber es wirkte als hätte Angst sich auch nur Millimeter zu bewegen in der Sorge Funkenherz aufzuwecken direkt in seiner Nähe lag Absol fühlte sich sichtlich sehr wohl in dieser Gegend wie wohl auch zu erwarten war zurück 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 Eis und Schnee war es einfach am heimischsten für den Schüler eines Eisberges und Flamme lag da ohne wirklich ein Auge zu zu bekommen weshalb er stattdessen mit seinen Gedanken beschäftigt war Ich weiß dass das nicht mein Text ist aber du weißt dass es alles andere genauso bewirkt und deutlich weniger kindisch ist Mit dir zu reisen macht keinen Spaß Hab ich je behauptet dass es das soll Nö aber es würde helfen gerade in so langweiligen Zeiten Freu dich lieber Bald genug wird es bestimmt wieder stressig Außerdem bist du auch selber schuld wenn du versuchst deine Zeit mit mir zu verbringen Gerade wenn dein Boyfriend noch wach ist den du ja sichtlich lieber magst als mich Absolut ist nicht mein Boyfriend Außerdem schläft er wahrscheinlich um die Zeit Du schläfst nicht Ist weder meine Schuld noch seine dass du inzwischen gefühlt nacht aktiv bist Nacht Aktiv würde zumindest beinhalten dass ich tags über schlafe ganztags aktiv trifft es wohl er ändert nichts auch nicht daran dass Absolut dein Boyfriend ist ist er nicht und warum nicht dein Plan ist jetzt mich so lange zu nerven bis ich dich in Ruhe lasse oder nö wäre aber ein schöner nebeneffekt tu nicht so als wärst du nicht einem festen freund interessiert und wenn falls er es nicht bewusst ist dann gehören immer zwei Seiten dazu das ist mir klar selbst als jemand der nie eine Beziehung hatte ich bin nicht dumm flamme was mir nur nicht einleuchtet ist woher du das wissen nimmst dass irgendwas hier einseitig ist wie wärs wenn du dich einfach mal raushältst wie wärs wenn du stattdessen einfach mal deine Fresse aufkriegst die Zukunft wird im jetzt geformt flamme das heißt wenn du nicht willst dass sich eure Wege wieder trennen sobald euer Erfolg da ist dann musst du dafür jetzt agieren und ich rede hier nicht einmal zwinglich vom ganzen du musst ihn nicht zwinglich auf ein Date einladen oder sowas aber du wirkst die meiste Zeit nicht einmal zurückhaltend sondern einfach uninteressiert und 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 mit erklären dass du das bist flamme öffnete die augen wieder ignorierte die stimme erst einmal gleichermaßen fühlte das wohlpick sich aber immer noch als würde nicht blut sondern strom durch seine adern fließen an schlaf war nicht zu denken auch mal wieder und gleichzeitig hat es den anschein als wäre er darin wieder einmal alleine was dann nun vielleicht würde ein guter spaziergang helfen es war nicht als würde flamme das wirklich glauben aber immerhin wäre es wenigstens etwas zu tun solange dir rast vor lange weile anstrengend war vielleicht könnte das willpicks ein ort finden von dem aus der himmel näher schien vor allem von dem aus er weniger verdeckt war aufgrund der regelmäßigen starken winde der eiswüste hatte sich die gruppe als lager ein tal zwischen eishügeln gesucht damit das lagerfeuer nicht erlosch allerdings hatten sich mit dem einbruch der nacht windende lichter eingefunden welche das firmament schmückten und selbst die sterne überstrahlten polarlichter somit entfernte sich der auserwählte ein wenig vom lager die schritte schwer wie stein als selbst das besteigen eines schügels auf einmal wie eine wanderung erschiene aber egal ein hügel zu besteigen reichte erst mal von hier oben konnte man bereits viel weiter sehen vor allen dingen viel mehr himmel was darunter lag war weniger interessant denn es war nicht mehr als Eis und Schnee vielleicht könnte die Truppe am nächsten Tag den Gletscherpalast erreichen zumindest war dies die Hoffnung und vielleicht würde das bunte Licht zumindest irgendwas bewirken was Schlaf angehen nun dies zu behaupten würde sich leider als Übertreibung herausstellen stattdessen fand sich Flamme bald in Gedanken versunken auf der Spitze des Hügels wieder oder genauer gesagt wieder finden tat er sich erst als er eben aus jenen Gedanken mit mir herausgerissen wurde was machst du schon wieder weg vom Lager nachdenken und worüber die Zukunft wieder so existenziell wie meistens nicht im Moment können wir wohl nicht viel tun als weiter zu reisen und zu hoffen dass wir bald weiter kommen nein das meine ich gar nicht woher ich gerade er denke ist die Zukunft das was danach passiert nicht darüber ob wir gewinnen sondern darüber was ist falls wir gewinnen darüber ob es dann überhaupt eine Zukunft für uns gibt nun setzte sich absolut erst einmal zu flammes großer überraschung derzeit unterwegs in seiner gestalt als Zoroak das wird wohl in der Hand der Weltengeister liegen wir müssen ins Zentrum der Welt die verenden soll ob wir von dort entkommen das können wir bloß erleben nein nein das meine ich auch nicht das meine ich alles nicht nicht heute ausnahmsweise nicht ich hab das gefühl dass mein großer fehler gerade ist zu versuchen auch nur ein wort von deinem geredet zu verstehen kann das sein vermutlich aus rationaler sicht rede ich aber zumindest versuchen komm flamme erklär es mir heute war das so rock wieder besonders hartnäckig was für flamme eigentlich nicht unbedingt etwas schlechtes war aber gleichzeitig hing seine gedanken am vorigen gespräch die zukunft wird im jetzt geformt das hatte inferno ihm gesagt und irgendwo hatte die innere flamme ja recht aber war die zukunft nicht bereits bestimmt hatte das schicksal sie nicht bereits in stein gemeißelt könnten worte sie nicht eher zerstören als gewinnen gab es überhaupt etwas zu gewinnen oder gab es am ende gar nichts zu verlieren wenn flamme tatsächlich eine zukunft hätte wie wahrscheinlich wäre es dass er auf mögliche taten irgendwann mit reue zurückblicken würde wie wahrscheinlich mit freude oder würde er sich eher freuen dass er nicht das wort erhob alles war wie immer nichts als risiko eingehen und nicht eingehen über gefühle reden die er selber nicht verstand und verstehen konnte denn was waren schon gefühle woher sollte er das wissen es war alles chaos und gleichzeitig war flamme ein pokémon wenn die wahl zwischen risiko und nicht bestand würde er zweiteres wählen war es vielleicht an der zeit dass sich die dinge änderten die letzten tage letzten wochen der reise waren wahrscheinlich die schlimmste zeit in flammes leben gewesen und doch gab es immer lichtblicke vor allem einen lichtblick und genau deswegen was ich meine ist es ist unsere zukunft deine und meine und die frage ob sich unsere wege trennen müssen oder ob es eine gemeinsame zukunft werden könnte kapitel 6 noch nie gefühlt eine gemeinsame zukunft das vorige unverständnis absolz machte sofort platz für weiteres unverständnis dieses mal jedoch nicht da er schlicht den sinn der worte nicht verstand sondern gerade da er dies tat vergiss es einfach nichts da ich brauche jetzt mehr erklärung flamme was sprich mit mir was genau meinst du du hast gehört was ich meine das habe ich wohl aber woher woher kommt das auf einmal ich hatte mir war nicht einmal klar dass du so tickst du hast nirgend etwas erwähnt hätte ich das müssen ich habe bisher nie überhaupt ernsthaft an eine beziehung gedacht auch wenn ich schon immer gespürt habe dass wenn irgendwann mit einem Mann wo hätte ich es denn sollen ich kannte vorher keine Mann wie wie dich eben du bist anders als alle anderen die ich je getroffen habe du bist ich 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 weiß es nicht mal genau ehrlicher du versteckst dich nicht hinter falscher höflichkeit du verstehst das gefühl wenn man glaubt niemanden zu haben du verstehst dass abenteuer kein traum sind sondern eine qual seit seitdem diese reise begonnen hat habe ich begonnen mich selber weniger zu verstehen weniger zu verstehen was ich selber denke aber du verstehst mich besser als ich selber was aber alles nicht heißt dass ich die Wahrheit nicht verkrafte du kannst mir ruhig sagen dass ich komplett in die leere laufen wenn ich in eine mögliche zukunft blicke zumindest habe ich dann endlich das gewissen nein also flamme ich habe doch selber keine ahnung was ich dazu gerade sagen oder fühlen soll im prinzip bin ich immer noch in einer phase in der ich erst einmal realisieren muss dass pokémon mich tatsächlich respektieren können als der der ich bin ich habe noch nie einen gedanken an liebe verschwendet weil ich nicht davon ausgegangen bin dass ein pokémon mich überhaupt lieben könnte abgesehen vielleicht von der indirekten mutterliebe wohl nonas ich es ist nicht so als fände ich nicht dass du ein guter kerl bist wobei du auch viele entscheidungen triffst bei denen du wohl eher rat bräuchtest du hast mich einfach an einem punkt wo mir jede antwort fehlt und gleichzeitig das sorak erhob sich gleichzeitig denke ich nur mit dem verstand weshalb nichts von wert heraus kommt wohl nur hat mir immer gesagt wenn es um gefühle geht dann muss man mit dem herzen denken denn das gehirn es kann nicht fühlen kurz atmete das sorak bloß schwer und mein herz sagt mir eine kurze pause es sagt mir dass es genauso wenig ahnung hat wie das gehirn und gleichermaßen spürt es dinge wie es noch nie zuvor gefühlt hat ich bin am ende auch nicht anders als du ich verstehe doch selber nicht wer ich bin und wie gefühle sind wer weiß vielleicht ist es gerade was ich gebraucht habe als ersten schritt zu einem neuen leben vielleicht auch genau nicht ein neues leben was meinst du denn damit du hast recht auch wenn du es nicht weißt es ist kein neues leben nicht wirklich er habe ich mich entschieden einem leben eine chance geben zu wollen welches ich nie geführt habe ein leben als etwas unsicher blickte der unlicht typ an seinem eigenen körper herunter als soruag ich habe mich immer dafür gehasst was ich war habe meine illusion aufrecht erhalten da ich sie schöner fand als die wahrheit aber ist sie das wirklich seitdem unsere reise begonnen hat habe ich dieses gefühl tatsächlich einen platz zu haben einen platz den ich einnehme nur ich und nicht irgendjemand der ich sein könnte als hätte mein schicksal wirklich hier draußen gelegen alles was es gebraucht hat war zeit damit meine bestimmung sich entfalten kann damit ich mich entfalten kann und deswegen hatte ich überlegt dass ich Zoroak eine zweite Chance im Leben geben will und wollte mit dir darüber reden bevor du mir aus dem nichts ein geständnis gemacht hat also ich hatte ja nicht wirklich ein geständnis gemacht also vielleicht habe ich es gemeint aber ich wünschte dass ich einfach ja sagen könnte dir sagen dass ich mich ähnlich fühle aber das kann ich nicht wobei ich auch das Gegenteil nicht sagen kann sag mir Flamme bist du bereit ein Risiko einzugehen dass wir beide ein Risiko eingehen habe ich das heute nicht schon wohl schon ja aber noch einmal ich habe schon alles gesagt was in meinem Kopf herum schwirrt ob ich dabei mehr Sinn gemacht habe als du manchmal vermutlich nicht aber simpel gesagt ich wäre bereit uns eine Chance zu geben ich kann nicht versprechen dass ich nicht irgendwann spüre dass ich nicht in der Lage bin eine Beziehung zu führen aber eben hier liegt das Risiko das ich gemeint habe oder vielleicht beginnst ja auch du die Dinge irgendwann anders zu sehen und wir können ja auch simpel beginnen wir müssen uns ja heute nicht entscheiden für immer oder niemals zusammen zu sein also was sagst du wollen wir es probieren oder willst du warten bis ich mich selber vielleicht verstehen kann oder du dich oder versuchen wir uns gemeinsam zu verstehen und wieder ein neues Risiko gab es im Leben denn nichts anderes gab es nie klarheit nie sicherheit und doch war es ein Risiko dass Flammen nicht ablehnen konnte war es überhaupt wirklich ein Risiko nein es war eine Chance ich möchte dich in nichts rein zwingen was du eigentlich selber nicht willst aber wenn du bereit wärst ich fühle mich heute Risiko bereit also dann Absol nein Flamme ich hab's dir gesagt ich möchte neu beginnen ein neues Leben auf dem Grundstein meines ersten deswegen möchte ich mich auf neues einlassen und deswegen bitte versuche mich fortan nicht mehr als Absol zu kennen denn wenn man ehrlich ist war ich das nie ich werd's versuchen aber ich werd mich erst dran gewöhnen müssen natürlich ich bin dir nicht böse wenn dir etwas falsches rausrutscht Zoroak setzte sich nun wieder nun dass alle Worte gewechselt waren kurz blickte Flamme hinauf in den Himmel in mitten in die Polarlichter hatte er wirklich Erfolg gehabt irgendwie schon aber gleichzeitig auch nicht ganz ehrlich gesagt verstand das Wulpix selber nicht wirklich was gerade geschehen war waren er und Sorak jetzt offiziell ein Ding irgendwie schon aber nicht wobei selbst das nicht seine ursprünglichste Frage beantworten könnte aber gleichzeitig war es in dem Moment auch nicht Flamme stoppte sich selber in diesem Gedanken die Zukunft entsteht eben hier und jetzt aber Sorak selbst wenn die Dinge zwischen uns wirklich funktionieren sollten und selbst wenn wir diesen Krieg gewinnen am Ende beide lebend rauskommen in eine neue Zukunft blicken könnte es dort überhaupt weitergehen ich glaube diesmal verstehe ich deine Frage sogar du hast die Reise bestritten im Ziel eines Tages zurück in dein Dorf kehren zu können und ich bin losgezogen da wohl Nona mich an Wissen dass ich eines Tages wiederkehren würde um meine Ausbildung abzuschließen was hieß unsere Wege würden sich trennen wenn wir beide den Weg gehen für den wir voll losgezogen sind und das heißt so eine Zukunft wäre denkbar aber nur wenn einer von uns bereit wäre seine Ziele dafür aufzugeben Ich sag ich sag es mal ganz offen diesen ganzen Traditions scheiß vergisst du am besten einfach die Pokémon denen das wichtig war sind ohnehin schon weg und spätestens wenn ich fertig ausgebildet bin würde ich die Regeln sowieso selber machen und was die Jagd angeht Anpassungsfähigkeit ist ja nicht so eindimensional ich behaupte ja nicht dass es für dich einfach wäre zu jagen in dem Fall aber gleichzeitig hast du andere Fähigkeiten durch dein Feuer könntest du zum Beispiel versuchen Dinge anzubauen was ich zum Beispiel kaum könnte es gibt nicht genug Ressourcen als dass ich so viel Wärme bereit stellen könnte gerade auf Dauer während das für dich ein Kinderspiel wäre damit hättest du eine Fähigkeit durch die Jagd für dich gar nicht mehr notwendig wäre und was dann noch an Problemen verbleibt nichts was mir gerade einfällt nun das ist aber auch nur was mir einfällt andererseits tauchen Probleme ja immer dann auf wenn man denkt sie alle gelöst zu haben aber so ist das Leben dann gibt's eben mehr zu lösen dann weiß ich ja schon wo ich hin kann sobald wir das ja alles hinter uns haben natürlich war Flamme bewusst vor dieser Zukunft stand erst noch ein Krieg und und neue Beziehung müsste eine von Bestand sein aber trotzdem entgegen seiner sonstigen Natur wollte sich das Wulpix gerade einmal erlauben optimistisch zu sein und auch Zorak hielt ihn nicht davon ab sondern rückte bloß etwas näher an das Wulpix heran die Winde schienen zu verstummen die Lichter am Himmel greller zu leuchten das einzige Geräusch welches Flamme gerade vernahm war sein eigener Herz Schlag was war dieses Gefühl schon seit Wochen hatte das Wulpix sich zu diesem Unlicht Typen hingezogen gefühlt aber heute war das wirklich Liebe aber Flamme ich habe eine Bedingung eine Sache um die ich dich bitte wenn du wirklich willst dass zwischen uns mehr sein kann als Freundschaft was rede ich nicht einmal das wenn du willst dass ich weiter mit dir rede dann geh auf Entzug hör auf das Telizium zu nehmen und glaub nicht dass ich nicht mitbekommen habe dass du wieder welches hättest nachdem ich dein voriges zerstört habe merkst du nicht was es bewirkt glaubst du deine schlaflosigkeit kommt aus dem nichts deine aggression dieses zittern das dich überkommt es musste immer etwas geben aber gleichermaßen so zornig Flammes Verstand sein wollte seine Gefühle waren erfüllt von Ruhe natürlich brauchte er Telizium aber mehr als dieses Pokémon brauchte er eine Droge um sich friedlich zu fühlen wenn es auch so ginge gut ich werde mein bestes geben für dich ich verlasse mich auf dich mehr Worte sollten nicht gesprochen werden nicht in dieser Nacht es gab nichts mehr was gesagt werden musste denn jene Worte die gefallen waren hatten alles vermittelt was es zu vermitteln gab den Rest der Kommunikation übernahm die Landschaft Lichter Winde die Luft das ewige Weiß in welchem sich die Aurora Borealis spiegelte und nun nun fiel jenes regenbogenfarbenes Licht auf einen Punkt in der Ferne unerkenntlich was es genau war doch was auch immer dort war es fing die Lichter auf brach sie reflektierte wie ein Prisma dies erzeugte ein Lichtspiel am Horizont Lichtstrahlen in all den Farben des Regenbogens welche sich bewegten wie Wellen im Meer dieser Ort welcher so harmonierte mit der Natur seiner Heimat es musste der Gletscherpalast sein das nächste Ziel auf der Reise wenn er dann erreichbar wäre und wenn nicht dann machte sich die Gruppe eben einen Weg die Schluchten um den Palast sollten angeblich undurchquerbar sein Nun damit war es ja genauso wahrscheinlich wie das Erreichen von Terrors oder das Überleben einer Begegnung mit Omegons Krieger auf dem Eisberg genauso unmöglich wie das Auffinden einer vertriebenen Weisen so unmöglich etwa wie das Durchqueren des Waldes unter Ivi so unmöglich wie das Finden von Liebe für einen Ausgestoßenen und für einen Gebrochenen Flamme spürte Nein er wusste genau solange sie alle zusammen hielten solange dieses Team vereint blieb wenn sie weiterhin eher stärker wurden jedes Mal wenn ihnen ein scheinbar unmögliches Ziel gegenüber stand dann wäre Wahrscheinlichkeit für sie nicht mehr als ein Konzept Herausforderung ein Trittstein Omegons Helden eine Sammlung ein Kleinkriegern waren sie etwa wirklich auserwählt war er wirklich auserwählt seine Aufgabe war nie gewesen alleine so stark zu sein alleine ein Held zu sein wie er einst dachte seine Aufgabe war es ein Grundstein zu sein ein Anführer denn wenn ein einzelnes Pokémon keine Götter stürzen könnte dann müssten sie werden wie Omegons Helden die Weltengeister hatten es gewusst das einzige was eine Gruppe bezwingen könnte die verbunden war durch Vergangenheit die Macht hatte Götter zu stürzen dann war es eine Gruppe die dieselben Attribute teilte und eine solche Gruppe brauchte jemanden der sie leitete Omegons Kämpfer hatten die Legende höchst selbst das Kanimani Günther ein Pokémon stärker als nur seine Kampfkraft sondern auch geprägt von der seelischen Kraft mit welcher er sein Team zusammenhält wie ein Wächter steht er über ihm sie alle ihre eigenen Leben leben lassend doch wenn die Pflicht rief dann war er bereit jene zu versammeln die ihm vertrauten um alles zu schaffen so jemand musste Flamme werden jemand wie Günther dieselbe Rolle musste er einnehmen nur eben in einer Gruppe welche Günthers noch einmal übertreffen sollte irgendwo war es eine Rivalität durch Ähnlichkeit in Feindschaft jener Optimismus das warme Gefühl in seinem Herzen war alles was Flamme umfing als ihn die Dunkelheit langsam aufnahm Kapitel 7 Ein Wesen im Wandel Leichtes Rütteln ließ das Wulpix erwachen aus dem wohl erholsamsten Schlaf den er seit langer Zeit hatte Die Sonne war bereits über dem Horizont am Ersteigen Auch sie reflektierte sich gerade in jenem Ort welcher in der Nacht das Spiel der Farben kreiert hatte Der Himmel war blau Würde der Schnee es nicht beweisen würde Flamme nicht glauben dass die Kälte an diesem Ort ihr Heim hatte als Feuer Pokémon nicht in der Lage diese zu fühlen Alt bekanntes schwarzes Fell bewegte sich in seinem Augen Winkel Zoroak offensichtlich als jenes Pokémon welches ihn gerade aufweckte instinktiv warf das Wulpix zunächst einen Blick hinab ins Tal hinter sich welches bereits leer geräumt war logischerweise denn Funkenherz und Soll standen ebenfalls bereits auf der Spitze des Hügels Komm Flamme so gerne ich dich auch weiterhin schlafen lassen würde irgendwann müssen wir weiter wenn wir heute noch den Gletscherpalast erreichen wollen Soll's Fokus lag gar nicht auf den beiden Partnern sondern lag bereits voll und ganz auf dem fernen Ort der Lichtspieler und das müsste er sein das heißt wir sind nicht mehr weit weg und das heißt auch dass wir bald auf die Schluchten treffen müssten und bisher haben wir noch keine Spuren gefunden die irgendwie andeuten sollten dass in dieser Gegend irgendwas anders ist als es sein sollte kein Grund jetzt schon pessimistisch zu werden wenn die Schluchten noch normal sind dann könnte dieser Q-Ram-Kell von dem Warlord geredet hat seine Brücke errichtet haben und wenn nicht machen wir uns die Gegend halt durch querbar gibt's Einspruch Einspruch folgte nicht auch wenn soll allgemein etwas perplex aufgrund von Flammes Reaktion wirkte nicht im negativen das Foucano war lediglich nicht gewohnt so viel Elan von seinem Bruder zu erleben gerade nicht mehr seitdem die Reise begonnen hatte Nein also brechen wir auf damit wir auch bald möglichst ankommen im Moment treffen wir in diesem Palast ja anscheinend einen neuen Begleiter Daran hatte Flamme noch gar nicht gedacht die Pokémon Raststads hatten sich nicht für irgendeine Reise angeboten was Sinn machte sie alle schienen bereits sehr alt was Sinn machte wenn man bedachte dass sie alle bereits lebten als Latias und Latias noch in dieser Welt ein Heim hatten nach all den Geschichten die sie kannten 300 Jahre waren das doch bestimmt vielleicht ein bisschen weniger aber ungefähr kam das bestimmt hin erst jetzt wo Flamme wirklich drüber nachdachte wie genau waren sie überhaupt noch am Leben Viridium machte Sinn legendäre Pokémon waren in der Regel mehr als nur langlebig auch Morlord war eine sehr ausdauernde Spezies wobei 300 Jahre dann doch langsam Limits erreichte nach Tara und Psyana konnte sich Flamme aber nicht erklären zwar waren sie die zwei langlebigsten regulären Evoli Formen Betonung auf regulär da keiner wusste wie langlebig ein Elementara letztlich wäre aber mehr als 200 Jahre kam Flamme doch Suspekt vor und die beiden hatten auch eher jung gewirkt aber hatte Morlord nicht bei seiner Erzählung auch von den alten Psyaner und Nachthahre erzählt vermutlich waren die beiden aus dem Dorf Nachfahren oder Nachfolger aber Flamme merkte seine Gedanken drifteten ab worum es eigentlich ging war keiner von ihnen hatte sich für die Mitreise angeboten bisher hat die Gruppe aber über kurz oder lang in jedem Weltenbaum einen Mitstreiter gefunden würde diese Welt die Ausnahme werden es war gut möglich dass nicht wie Funkenherz bereits angedeutet hatte es wäre nicht ausgeschlossen dass sich diese Stimme des Lebens dieser Trikephalo vielleicht für länger anschloss als nur für die Reise zum Labyrinth und vermutlich könnte er ein wertvoller Mitstreiter werden gute Aussichten sobald sie es denn schafften zum Gletscher Palast dafür mussten sie nur erst einmal weiter reisen was die Gruppe auch tat mit jedem Schritt schien der Punkt in der Ferne näher zu kommen selbst wenn immer noch beinahe nichts zu erkennen war gleichzeitig schien nun tatsächlich ein Punkt zu kommen an welchem sich die Landschaft veränderte Flamme konnte jetzt nicht behaupten dass sie hässlich wurde sich überhaupt verschlimmerte oder irgendetwas derartiges sie wurde lediglich grüner beinahe wäre Flamme sich unsicher ob überhaupt irgendetwas an diesem Ort ungewöhnlich war wüsste er nicht dass sie gerade zu einem Ort namens Gletscherpalast auf der Reise waren und der würde zumindest in normalen Zeiten ja wohl kaum im Grün liegen die Wanderung dauerte noch einige Stunden nichts fiel auf dem Weg vor bis darauf dass das Gebilde in der Ferne jene Ferne langsam verließ näher und näher rückte und damit sichtbarer und sichtbarer wurde und große Zweifel aufwarf hatten sie sich fehl leiten lassen die Karte zeigte genau zu diesem großen Schloss doch es fehlte jedes Eis der reflektierende Punkt an der Spitze war nichts anderes gewesen als eine massive Glaskugel der Palast selber bestand voll und ganz aus Stein also wenn wir der Karte Glauben schenken und das davon tatsächlich der Gletscher Palast ist dann sind wir weniger als eine Stunde entfernt und treffen jeden Moment auf die Schluchten vor denen wir gewarnt wurden nahezu endlos tief die Wände aus glattestem Eis der Luft wiegt durch die stärksten Winde versperrt das haben wir in der Stadt gehört das heißt ich gehe davon aus dass wir zurecht kommen aber wir werden klettern müssen nur dass das halt möglich ist solange die Wände nicht gefroren sind und diese Schluchten reichen nur dann hinter diesem Fluss oder verwirrt blickte Flamme auf tatsächlich ein riesiger reißender Fluss direkt vor ihnen keine Brücke bot einen Weg da zum Schwimmen war der Strom selbst für die trainierten Krieger zu stark aber davon hatte niemand etwas erzählt und auf der Karte war er auch nicht auf der Karte war erst musste Flamme kurz sicher gehen dass er sich nicht verguckt hatte das also laut der Karte ist dieser Fluss die Schlucht dann dann muss das ganze Eis in dieser Gegend geschmolzen sein dadurch dass die Welt zerfällt und das entstandene Wasser ist in die Schluchten geflossen und bildet jetzt einen Fluss das wichtigste für uns ist aber bringt uns das irgendwas wie kommen wir nicht hier übers Wasser ich glaube zumindest nicht dass ich persönlich das schwimmen schaffe das ist die strömung viel zu extrem die strömung der marmel an bäumen macht auch ein boot oder floß unbenutzbar eine brücke bauen können wir wohl auch schwer ich sag's ja nur ungern aber ich glaube wir müssen riskieren irgendwie da durch zu kommen alles andere ist wirklich komplett unmöglich aber aber das schaffen wir niemals der fluss ist bestimmt 50 meter breit und die strömung reißt uns doch nach sekunden davon aber wohin vielleicht liegt da die lösung wohin flieht der fluss diese frage das wusste flamme selber musste er sich wenn dann selber beantworten immerhin hatte er selber die karte nirgendwohin die schluchten bilden einen kreis die strömung entsteht vermutlich nur nicht die unruhe der welt das heißt das ist auch keine option während der rest der gruppe so sprach und überlegte stand surak bloß daneben blickte auf das wasser und in die lüfte und was mit dem luft weg es wirkt nicht als wären hier noch so starke winde wie es angeblich mal waren ich meine das ist ja möglich dass das der fall ist aber was genau würde uns das bringen hast du vor auf die andere seite zu fliegen ich mein ein versuch wäre es wohl wert auf die verwirrten blicke des rest der gruppe folgte sofort die erklärung naja vergesst nicht dass ich ein soro act bin auch wenn ich das lange verheimlicht und noch länger abgewiesen habe wenn ich schon anfange mich als solches zu akzeptieren dann kann ich auch versuchen meine fähigkeiten weiter zu nutzen als nur zum absol kreieren ich muss erst sehen wie gut ich das hin bekomme aber theoretisch könnte ich mich in ein flug pokémon wandeln und versuchen euch auf die andere seite zu bringen ja es gab wirklich dinge für die ein soro im team sehr sinnvoll war aber trotzdem hatte der rest der gruppe diese möglichkeit einfach ignoriert zwar gab sich flamme mühe bei der namensnutzung aber ihm war auch entgangen dass sich mehr änderte als nur ein name wenn der unlicht typ wirklich versuchte als soro zu leben ein soro in der gruppe war sehr hilfreich aber erst einmal musste die gruppe sich dran gewöhnen dass sie überhaupt eins hatten aber kriegst du das wirklich hin du hast seitdem ich dich kenne flugfähigkeit genutzt ist das nicht sehr anstrengend gerade wenn du noch transportieren musst ich meine anstrengend ist es schon aber wahrscheinlich ja dass ich das hinkriege als dass wir mit schwimmen hier weiter kommen denkst du nicht aber wir hätten doch auch andere möglichkeiten wenn wir deine verwandlung nutzen könntest du das wasser irgendwie einfrieren mit felsen eine brücke erschaffen oder aus ranken eine brücke glaubst du das wäre weniger anstrengend als zu fliegen fliegen braucht eine körperkraft wenn man flügel hat aber dafür auch nur das für alles andere müsste ich die elemente kontrollieren können und das müsste ich erst mal lernen die einzige alternative die ich irgendwie sehen könnte wäre dass ich alleine zum palast fliege und trickefalle dort abhole und her bringe wobei ich stark am erfolg zweifle gerade da die pokémon raststatt schon speziell nach dir gefragt hatten flamme also wenn du das zutraß dann können wir es versuchen aber nimm dir zeit nütz lieber mehr zeit um dich ans fliegen zu gewöhnen bevor wir mit dem härtetest anfangen als zu wenig und wenn du merkst dass es dir zu anstrengend ist dann versuch flamme rüber zu bekommen und soll und ich warten hier das wird schon wenn es auch anders geht würde ich ungern die gruppe halbieren und wenn es nur auf zeit ist das einzige was ich überlegen muss ist welche form am besten geeignet wäre irgendein flug pokémon mit viel muskelkraft aber gleichzeitig wenig gewicht damit so einfach wie möglich wird die nächste halbe stunde verbrachte das team so am rande des reisenden flusses so dabei zusehend wie er sich ans fliegen gewöhnte indem er alle möglichen vögel als gestalt ausprobierte nach und nach große drachen wie rayquaza fielen weg da sie nicht einfach aus körperkraft flogen zumal große verwandlungen mehr energie brauchten als kleinere natürlich ging auch die kleinsten vögel als gegensatz nicht da diesen die statur zum transport von pokémon klar fehlte letztlich jedoch traf Sorok seine entscheidung und wählte dragoran zwar war es recht schwer und hatte kleine flügel aber es hatte eine gute statur zum transport und war überraschend agil also okay ich denke ich bin dann soweit legen wir es dann drauf an wer will anfangen ich natürlich falls du doch nur eine runde india hast dann ist das sinnvollste außerdem ist es ja irgendwo ein testlauf und damit ein risiko dass ich auf mich nehmen werde wobei ich mir keine großen sorgen mache wobei ich mir keine großen sorgen mache für einen moment wartete zorak ab sichtlich wartend falls es einspruch gebe aber dieser kam nicht stattdessen ohne weitere vorwarnung packte das pokémon in dragoran gestalt sein partner einfach und hielt ihn vorsichtig mit beiden armen ich hätte beinahe gut festhalten gesagt aber das festhalten übernehme ich selber aber mach dich trotzdem bereit wir legen los einen kleinen moment lang stand das zorak bloß da nichts geschah nach einigen sekunden jedoch sprang er empor und die drachenflügel begann zu schlagen hielten ihn tatsächlich in der luft doch erst sehr wackelig aber es hatte ja alles seine logik noch waren sie nur etwa ein meter über land es bestand keine gefahr trotzdem freute sich flamme natürlich als nach wenigen sekunden die luftlage stabiler wurde und zorak sein gleichgewicht fand und flamme über das wasser hinweg flamme spürte starken wind im wissen dass auch zorak dagegen ankämpfte doch das flugverhalten wirkte kaum beeinflusst und nach nur etwa 25 sekunden war es vorbei und flamme stand sicher auf der anderen seite des wassers seht ihr kein grund zur sorge die anderen zwei traue ich mir schon auch noch zu also warte kurz flamme während also zorak den rückweg antrat blickte flamme ihm bloß hinterher ein gefühl von stolz in der brust noch vor stunden hatte sein partner nicht einmal seine gestalt als zorak akzeptiert und nun nutzte er schon seine Fähigkeiten wie ein meister es war nur eine der frage der zeit und zorak würde wahrlich sein volles potenzial nutzen können kapitel 8 stimme des lebens wie flamme bereits erwartet hatte dauerte seine wartezeit nur wenigste minuten an und verblieb völlig ohne probleme zorak hatte sich sichtlich nicht überschätzt als er gesagt hatte dass er alle drei pokémon problemlos in folge befördern könnte das team war schon bald wieder versammelt diesmal auf der anderen seite des flusses zorak war wieder in seine normale gestalt zurück gekehrt und wirkte etwas außer atem aber auch nicht mehr als das wobei er tatsächlich im gegensatz zum rest der gruppe eher unzufrieden wirkte eigentlich hatte ich gehofft dass ich so einen transport mit links schaffe stattdessen bräuchte ich schon fast eine pause nach dem getue ich hab wirklich noch einiges an arbeit vor mir aber trotzdem hast du es bestens geschafft und uns damit viel erspart asem vergiss nicht dass du vorher schon stundenlang gewandert bist und eine halbe stundelang von illusion zu illusion gesprungen bist das wäre auch schon anstrengend genug trotzdem sollte ausdauer kein problem sein wenn es um meine illusion geht wenn ich wirklich beginnen will meine Zoroak Fähigkeiten zu nutzen dann muss ich das aber richtig ich sag ja nichts dagegen dass du dich verbessern willst alles was ich meine ist dass du für jetzt mehr als genug hinbekommen hast also sei mal stolz auf dich ich bin das ohnehin schon aber deswegen will ich mich nicht gezwungen sehen stolz genug für uns beide zu sein antworten trat Zoroak hierauf nicht mehr aber Flamme sah ihm an dass er sich über die Worte freute und sie annahm also wollen wir dann weiter reisen wir sind inzwischen am Gletscherpalast angekommen oder zumindest jeden Moment hat irgendjemand Ideen wie wir versuchen diesen Trikephalo zu finden wenn ich von meinen vorigen Abenteuern noch eine Sache weiß lasst uns zur Spitze des Palastes gehen das Ziel liegt bei einer Besteigung immer da und wenn nicht dann rollen wir die Suche eben von da auf oder vielleicht treffen wir jemanden auf dem Weg der uns helfen kann immerhin haben die Pokémon in Raststadt von Pokémon geredet die hier scheinbar leben dieser Kyurem zum Beispiel scheint auch Trikephalo zu kennen wenn wir ihn also finden kann er uns bestimmt helfen Flamme blickte herüber zu Zoroak weniger auf Einspruch über den Plan wartend als Einspruch über die sofortige Weiterreise doch der Unlichttyp hatte nicht vor zu warten stattdessen lag nun also ganz nach Flammes Erwartungen das nächste unüberwindbare Hindernis hinter der Gruppe und eine neue Bekanntschaft stand direkt bevor der Gletscherpalast welcher seinen Namen derzeit wahrlich nicht verdiente erstreckte sich nun riesig war so viel mehr als ein Punkt in der Ferne in dessen Spitze sich das Licht spiegelte selbst hier die Spitze zu erreichen würde eine ganze Weile dauern wenn nicht gerade irgendeine Art Aufzug den Weg erleichterte nun inmitten des Eingangsbereiches stellte Flamme enttäuscht aber auch nur ein wenig da es doch sehr zu erwarten war fest dass es eben keinen Aufzug gab Treppen wären der einzige Weg nach oben von Pokémon von Pokémon hier nichts zu sehen überraschender Weise nun im Inneren des Gebäudes aber tatsächlich etwas von Eis anscheinend war der Frost dieses Monumentes nicht abhängig vom Klima außerhalb sondern stand für sich so sehr der Palast auch eins mit der Umgebung war die nächsten Stunden der Reise waren nicht sonderlich bequem ohne eine Karte weil es ja auch ein wahres Labyrinth mehrere Türme tausende Treppen ebenso viele Flure und einmal falsch abgebogen fand sich das Team gleich dort wieder wo sie schon mal gewesen waren die Suche endete erst als endlich ein lautes Geräusch aus der Nähe ertönte vielleicht wäre es nicht das Ziel aber es könnte ein Pokémon sein jemand der helfen könnte und dementsprechend zwei Treppen später stand das Quartett auf einmal zwei Pokémon gegenüber welche sich scheinbar im Gespräch befanden eines der Pokémon war riesig viele Male so groß wie Zoroak der das größte Pokémon aus der Gruppe der Reisenden war stechend gelbe Augen ohne Pupillen winzige Arme aber ein riesiger teils vereister Körper auch das Gesicht war zu Teilen von Eis überzogen das andere Pokémon hingegen schwebend blauer Kopf oder eher Köpfe schwarzer Körper die Beschreibung passte genau auf das Pokémon welches die Gruppe suchte Trikephalo morgen alle beide wir sind hier auf der Suche nach einem Mon namens Trikephalo von den Beschreibungen die wir bekommen haben sind wir hier an der richtigen Adresse oder Beide Drachen schossen herum nun auf die kleine Gruppe blickend in Trikephalos Fall vor allem auf Flamme du musst Flamme sein ihr seid also wirklich hier dann bin ich aber erleichtert ich dachte schon es wäre etwas schief gegangen weil dieser Palast völlig aus dem Gleichgewicht geraten ist aber wenn ihr dann doch hier seid warte sagtest du gerade von den Beschreibungen wer hat euch denn schon von mir erzählen können es ist sehr wohl etwas schief gegangen wer auch immer euch informiert hat darüber dass wir hier auftauchen hatte unrecht wir sind nicht bei Raststadt in diese Welt gekommen da uns die von dir erzählt und nachdem die Magna Karten völlig den Geist aufgegeben hatten mussten wir stattdessen habe ich jetzt so viel davon gemacht also ist der Palast doch korrupt warum wir in Raststadt gelandet sind wissen wir nicht ob es von vornherein geplant war oder nicht und was an diesem Ort passiert wissen wir ohnehin nicht aber es ist nun auch nicht mehr zu wichtig wir haben den Weg schließlich gefunden nun der zweite Drache mischte sich nun ebenfalls ein mich wundert er er dass ihr es überhaupt an diesem Ort geschafft habt der Palast sollte doch eigentlich nicht zu Fuß erreichbar sein und naja für die Brücke die ich mal machen wollte hatte ich wirklich keinen Nerv in letzter Zeit dass dieser Ort unbegeisbar sei das haben wir schon öfter gehört aber diese ganze Welt scheint sich zu wandeln auch der Bereich um diesen Palast die Schluchten sind inzwischen reißende Flüsse voll vom Schmelzwasser des Eises und die starken Winde sind vergangen wir konnten den Luftweg nehmen das Eis ist geschmolzen die Schluchten geflutet geht denn wirklich alles den Bach runter wo soll das noch hin führen nicht weiter zumindest und deswegen seid ihr vier hier ja ihr wurdet von den Welten Geistern geschickt um dieses Problem zu lösen ach das hast du mir ja gar nicht erzählt die Pokémon auf die du wartest sind von den Welten Geistern geschickt und sollen uns beim Aufräumen helfen also ja indirekt sie helfen uns nicht hier vor Ort sondern aus der Ferne also doch keine Problemlösung hier im Palast Nein also jetzt nicht wobei es auch uns schaden wird aber sie werden sich um den Kern des Problems kümmern und der ganzen Welt zur Heilung verhelfen glaub mir wie so meistens waren die meisten Worte die Flamme hörte für ihn ohne Bedeutung eher kryptisch als verständlich wenn wir helfen sollen dann los was selber weshalb wir hier sind zum Labyrinth müssen wir wo lang fährt der schnellste Weg bring uns hin kurz blickte Trekephalo mit seinem zentralen Kopf Kyuren an bevor er zögerlich antwortete also den schnellsten weg würde ich jetzt nicht einschlagen lass uns stattdessen den ruhigen nehmen also einmal aus dem Schloss vorne raus über den fluss zurück und dann drumherum um den palast von da führe ich euch dann weiter den ganzen scheiß sollen wir nochmal ablaufen und das wo du selber behauptest es gäbe einen schnelleren Weg hat der Land hier keinen hinter Ausgang oder sowas ja doch aber das wäre eben der schnellere Weg nur der Hintergang ist im Moment nicht benutzbar und geht es dabei um ein Problem das wir nicht fixen können ich befürchte nicht nein mal wieder ein unmögliches Hindernis es hatte Flamme schon oft genug gehört und noch war nichts davon eine Herausforderung gewesen was dachte dieses Pokémon wer sie waren ein paar dahergelaufene zeig uns den Weg ob wir etwas tun können oder nicht bestimmen wir selber Flamme sah deutlich dass Trikephalo gerne mit Ablehnung geantwortet hätte aber gleichermaßen traute er sich nicht wirklich ich meine also ich kann es euch ja zumindest zeigen außer natürlich Juremat was dagegen er macht die regeln hier was interessiert es mich hier läuft doch sowieso nichts mehr nach plan soll sie doch gucken weil tatsächlich was bei rum kommt umso besser unwohl ebenso wie der neueste in der gruppe Trikephalo trotz hat sich hier im Palast begonnen, ein neuer Kältekern zu bilden. Deswegen haben Kyurem und ich auch vermutet, dass eure Anreise hierher nicht funktioniert hat. Weil der Kältekern verzerrt diesen Ort. Er ist noch nicht groß, aber er wächst weiter. Und er ist von den Schmerzen der Welt so gefüllt. Seine Energie ist abstoßend für alles Leben. Sich ihm anzunähern, füllt einen mit so viel Negativität. Ihr merkt das bestimmt. Das ist eigentlich unmöglich. Was du jetzt sagen willst, ist, dass wir einen Stunden, vielleicht tagelang Umweg gehen sollen, weil ein übergroßer Eiswürfel vor dem Hinterausgang steht. Er hat doch recht, Flamme. Du spürst das ja doch bestimmt auch. Dem Ding kann sich nichts Lebendes auf Meter annähern. Gleichzeitig, wir können den Kern doch auch nicht einfach wachsen lassen. Er wird absterben, wenn diese Welt wieder heilt. Da bin ich mir sicher. Er ist zwar gerade störend, aber langfristig kann man ihn ignorieren. Flamme hatte genug der leeren Worte gehört. Ohne zu zögern, schoss er einen Flammenwurf aus der Ferne ab. Jedoch zerteilten die seltsamen Winde das Feuer und der Kern blieb unverwundet. Glaub mir, wenn es so einfach wäre, dann hätten wir das hier schon selber gelöst bekommen. Schön, dann gehe ich eben da rein. Den Umweg tue ich mir bestimmt nicht an. Flamme, lass das. Das kann nicht gut gehen, sich dem Ding zu nähern. Lass die ihn. Auch Kyurem war der Gruppe scheinbar nun nachgelaufen. Wenn er es drauf anlegen will, lass die ihn doch. Und bringen wir ihm das Ding wohl kaum. Wenn er aus Erfahrung leeren will, soll er es doch. Immer noch wirkte Trickephalo wirklich nicht überzeugt. Aber sollte er Kyurem widersprechen? Nein. Irgendwo hatte der Wächter des Palastes ja auch recht. Na, endlich. Flamme dachte schon, die anderen Mon würden jetzt wirklich drauf bestehen, den ganzen Palast zu umlaufen. Anstatt einfach den simplen Weg zu nehmen. Was hatten sie denn alle? Angst vor etwas? Wind? Warum behandelten sie diesen Eisklotz wie einen Dämon? Stattdessen trat Flamme einfach in den Raum ein. Die Winde wurden augenblicklich stärker. In sich trugen sie eine seltsame Aura. Ein Gefühl. Aber es war ein Gefühl, welches Flamme sowieso bestens kannte. Mit jedem weiteren Schritt des Vulpix wurde der Wind stärker, aber... Ein Hindernis? Pff, nicht im Ansatz. Stattdessen, als Flamme nun direkt vor dem Eis stand, welches beinahe wirkte, als wolle es sich wehren, blickte er bloß zu den anderen Mond zurück, um zu sagen, wo war jetzt das Problem? Anschließend griff er einfach den Kältekern, nicht viel größer als seine Pfote, und schlug ihn auf den Grund, das rote Zentrum nach unten gerichtet. Der Kältekern zartbar ist in winzige Splitter, als die Winde erloschen. Also, kommt ihr dann jetzt endlich! Kapitel 9 Die Antwort auf diese Frage sollte durch Taten ausgedrückt werden. Und war ein klares Nein. Stattdessen starten die Pokémon allesamt nur verwirrt zu Flamme herüber. Was denn jetzt? Ich sagte euch, dass ich das hier mache, und entgegen jeder Überraschung habe ich das auch. Können wir an Walter reisen? Sag mal, ist das hier eine Verlade? Was soll das denn? Ich frage mich auch langsam, ob ihr mich alle verarschen wollt. Was soll denn das Problem sein? Das Problem liegt darin, dass du anscheinend einfach ignorierst. Dass der Kältekern eine Menge an Negativität ausstrahlt. Der selbst eine Lebzeit voller Hass nicht standhalten könnte. Was genau bist du? Den Nerv bin ich gerade vor allem. Der hat eigentlich auf so einen Aufstand zu machen. Ihr übertreibt allesamt. Ich ähm... Also... Trickefalo entschied sich auch in dieser Situation wieder für die diplomatische Lösung. Der Weg ist jetzt auf jeden Fall frei. Das ist am Ende doch das Wichtigste. Jetzt können wir den Hinterausgang nehmen. Der Wächter des Palastes kommentierte diese Ignoranz ohne Worte, sondern trat einfach schnaubend davon. Der Rest von Flammes Team schien sich auch langsam zu fangen. Äh... Ja, gut, dann... Äh... Führ du uns mal an, Trickefalo. Endlich mal eine gute Idee. Wenn sie noch weiter so zögerten, würde der schnellere Weg nämlich auch nichts mehr bringen. So ging es also rasant hinab. Viele Stufen am Stück. Von einem der höchsten Punkte ganz herab bis auf Bodenhöhe und bis zur Rückseite des Palastes. Wobei es schwer wäre, dies überhaupt festzustellen, wenn die Gruppe nicht wüsste. Da die Landschaft sich äußerlich überhaupt nicht unterschied. Unterscheidend tat sie sich jedoch davon, wie Trickefalo sie kannte. Der bisher nur das Innere des Gletscherpalastes gesehen hatte. Welches offensichtlich bis auf die Existenz eines Kältekerns nicht verändert war. Hier allerdings... So schlimm ist es schon. Er sagte zwar, das Eis wäre geschmolzen, aber... Aber ich dachte nicht so sehr. Hier ist ja alles grün und selbst... Selbst die Palastwände. Was ist das alles? So viel Chaos kann die derzeitige Lage anrichten? Dann müssen wir uns beeilen. So also... Began... Eine weitere Wanderung. Zunächst stand wieder eine Überquerung der einstigen Schluchten an. Wobei dieses Mal jede Arbeit auf Trickefalo fiel. Der sie aber auch freiwillig an sich genommen und somit Zoro agrast gelassen hatte. Anschließend... Ging es weiter. Flamme... Flamme... Können wir kurz reden. Das Wulpix war Trickefalo die ganze Zeit nahe gefolgt. Sein Partner stand etwas weiter zurück. Nun allerdings... Nach der Flussüberquerung... Begab auch er sich weiter nach vorne. Nur um sich nach einer Bejahung sofort wieder zurückfallen zu lassen. Das Gespräch auf einem Fußtrab hinter den anderen Mon verlegend. Flamme folgte ohne Einspruch. Auch wenn er während dem Zurückfallen noch eine andere Kleinigkeit erledigte. Marco! Ich bin da, Flamme! Ich bin da! Polo! Siehst du? Geht doch! Flamme! Hast du das beim Kältekern eigentlich wirklich so gemeint? War das für dich wirklich so eine Leichtigkeit oder... Hast du dich nur tapf gestellt, wie ich weiß, dass du es oft genug tust? Was habt ihr denn alle mit dieser Lage? Ich verstehe wirklich eure Probleme nicht. Warum habt ihr denn alle so viel Respekt? Wegen diesen paar Luftstößen oder was? Du hast Kyurem gehört, Flamme. Diese Windstößchen waren erfüllt von reiner Negativität. Der Schmerz dieser gesamten Welt. Ich konnte mich der Tür kaum annähern, ohne mich extrem unwohl zu fühlen. Ein Schritt da rein und ich wäre zusammengebrochen. Und ich behaupte von mir wirklich nicht, ein allzu positives Pokémon zu sein. Ich mache mir Sorgen, wenn ich sehe, dass es dich so wenig beeinflusst. Sorgen? Aber warum? Wenn diese Energie wirklich so stark war, wie Kyurem es sagt, und wie es sich für dich angefühlt hat, dann habe ich doch nur bewiesen, dass ich eine Resistenz gegen negative Emotionen habe. Aber woher kommt so eine Resistenz, Flamme? Sie ist wohl kaum antrainiert. Das Einzige, was einen gegen Schmerz resistent macht, ist, diesen zu ertragen. Flamme. Wir sind ein Team. Wir sind jetzt Partner. Sprich mit mir, wenn es dir schlecht geht, ja. Nein, ich meine das ernst. Ich behaupte ja nicht, dass ich mich immer auf der Höhe fühle, aber mir geht es recht gut. Ich bin guter Dinge im Moment. Aber woher dann die Resistenz? Soroak war zunächst unsicher, wie er nun auf dir ist. diesen neuen Auswurf an Informationen reagieren sollte. Flamme. Du weißt, ich will dir wirklich glauben, wenn es um diese Geschichte mit Inferno geht. Aber du merkst selber, wie unglaubwürdig das Ganze nach außen hin ist. Gerade da ich schon selbst miterlebt habe, was für eine Psyche in dir stecken kann, da im Canyon. Wenn du mir nicht glaubst, dann kann ich das nicht ändern. Ich kann dir nur sagen, dass ich mich gut genug fühle. Und ich kann dir sagen, was ich selber denke. Und wenn es falsch ist, was ich über mich selber denke, dann kann ich auch nicht mehr tun. Zunächst folgte keine Antwort mehr. Bloßes Blicken in die Ferne blieb. Aber auch nur für einen Moment. Na gut. Dann lasse ich es erst einmal auf sich beruhen. Aber wenn irgendwas ist, dann sprich mit mir Flamme. Ja. Antworten tat Flamme nicht. Aber er wusste, dass seine Gedanken ohnehin bekannt waren. Vermutlich. Und wenn nicht, dann könnte es auch gut sein, dass Sorak ihm ohnehin nicht glauben würde, dass Flamme wirklich meinte, was er sagte. Stattdessen begaben sich die beiden Mon wieder an die Spitze der Gruppe. Dort, wo bereits die drei anderen Mon für ein Gespräch zusammengefunden hatten. Wobei es sich anhörte, als begann dieses Grat. Sag mal, Trekephalo. Uns wurde öfter gesagt, dass du irgendwie eine Stimme des Lebens wärst. Aber was genau heißt das eigentlich? Du siehst aus wie ein normales Pokémon und du benimmst dich auch so. Kannst du uns vielleicht erklären, weshalb du so einen Titel hast? Klar kann ich euch das erklären. Es ist kein Geheimnis, was genau meine Rolle bedeutet. Es wundert mich aber ein wenig, dass ihr nicht ohnehin Bescheid wisst. Aber ich schätze, dass ich wohl die einzige Stimme des Lebens bin, die diese Rolle so offen trägt. Eigentlich gibt es uns in jedem Weltenbaum. Immer in der Wurzelwelt. Also auch da, wo ihr alle herkommt. Aber im Prinzip... Wie genau erkläre ich das jetzt am besten? Also ich bin auf jeden Fall kein normales Pokémon. Genauer gesagt, ich bin gar kein Pokémon. Ich nehme nur die Form von einem an, damit ich eine für euch verständliche Gestalt habe. Eigentlich bin ich... Sind wir Stimmen des Lebens eher... Konzepte? Keine wirklichen Lebewesen. Wir sind sozusagen Wächter der Welten, die außerhalb der Welten selber stehen. Wir Stimmen des Lebens unterstehen nämlich nicht den Weltengeistern unserer Welten. Stattdessen sind wir im Prinzip Überbleibsel. Wir sind die letzten Boten vom Element des ersten Weltenbaumes. Ein Weltenbaum, der schon lange nicht mehr existiert, aber... Sein Element kontrolliert immer noch alles Leben. Wir sind Boten vom Weltenbaum des Schicksals und... Wir gehorchen dem Schicksal, nicht den Weltengeistern. Gleichzeitig altern wir nicht. Wir sind im Prinzip unsterblich, außer durch größte Gewalt. Also seid ihr eigentlich gar nicht aus dem Weltenbaum, über den ihr wacht? Aber ist das nicht irgendwie komisch? Gerade wenn es um einen Weltenbaum geht, der heutzutage nicht mehr existiert? Fühlt das sich nicht... Fremd an? Weißt du, durch deine ehemaligen Mitstreiter nicht, wie es ist, für eine Welt zu kämpfen, die nicht ihre eigene ist? Letzten Endes tun sie doch auch nichts anderes. Nun, sie erinnern sich bloß nicht an ihren alten Weltenbaum und... Es ist für mich nicht sonderlich anders. Wir Stimmen des Lebens sind zwar im Prinzip Erben unseres Weltenbaumes, aber... Wir sind keine Pokémon in diesem. Stattdessen sind die Welten, in denen wir wachen, unsere Heimaten. Wir leben dort alle unsere eigenen Leben. Ich selber kenne die anderen Stimmen des Lebens nicht. Ich weiß nur, dass es sie gibt, aber... Euren Reaktionen nach vermute ich, dass auch sie ein derart normales Leben leben, dass niemand überhaupt von ihrer Rolle weiß. Da sie sich, anders als ich, nicht als Stimme des Lebens präsentieren. Mir macht es würdig aus, als das gesehen zu werden, dass ich bin. Aber am Ende bin ich für Aldimon nur Trichefalo. Einer von ihnen. Und das ist mir auch wichtig so. Ihr müsst von mir auch nicht denken, als wäre ich mehr als ein Pokémon. Ein Pokémon mit manchen anderen Fähigkeiten. Aber Fähigkeiten habt ihr ja alle auch. Was mich jetzt allerdings noch interessieren würde. Woher wisst ihr denn, was ihr tun sollt? Ein Weltengeist kann zu euch sprechen, aber... Du sagst ja, denen gehorcht ihr nicht. Und das Schicksal... Davon hätte ich jetzt noch nie gehört. Das Schicksal kann niemand hören, außer uns Stimmen des Lebens. Uns und ehemals dem Weltengeist des Schicksals. Es kann nur an Orten zu uns sprechen, an denen wir der Welt nahe sind. Oft sind es Orte in der Nähe eines Kernes des Weltenbaumes. Deswegen leben wir auch in den Wurzelwelten. Und auch dann können wir das Schicksal nur finden, wenn es uns führt. Es ist schwierig zu erklären. Ich könnte euch nicht sagen, wo der Kern Tull-Dienst liegt. Gleichzeitig könnte ich den Weg aber finden, wenn das Schicksal mich ruft. Sobald sein Ruf erlischt allerdings, erlischt auch mein Wissen über den Pfad, welchen ich nehmen soll. Im Prinzip geschieht es, dass ich mich irgendwo befinde. Und das Schicksal selber beginnt mich zu steuern. Ich erwache am selben Ort später wieder. Mit dem Wissen, das mir das Schicksal mitteilt. Also, irgendwie ist es jetzt nicht so, als wäre ich bewusstlos oder könnte nicht selber handeln auf dieser Reise. Es ist alles etwas kompliziert zu vermitteln. Wenn du jetzt aber nicht dem Weltenbaus unterstellt bist. Was genau wird dann eigentlich passieren, wenn das Schicksal dir sagen würde, dass du dich gegen diesen Weltenbaum stellen müsstest? Tundir könnte schließlich keinen Einspruch einlegen. Würdest du dich dann gegen die Welt stellen, die du gerade als Heimat bezeichnet hast? In Flammes Kopf machte die Frage durchaus Sinn. Trickephalo hingegen wirkte ziemlich aus der Bahn geworfen. Wenn das Schicksal sich gegen diese Welt stellen würde. So etwas ist im Prinzip unvorstellbar. Noch nie, solange es diesen Weltenbaum gibt oder irgendeinen Weltenbaum, der derzeit existiert, kam es vor, dass das Schicksal der Welt entgegenstand. Es ist unmöglich. Das Schicksal verläuft seinen Pfad. Pfade, die immer den Pokémon das beste Leben schenken. Damit das Schicksal mir befehlen würde, mich gegen diese Welt zu stellen, müsste es als solches umgeschrieben werden. Und das Schicksal umschreiben. Niemals. Es ist die mächtigste Kraft, die es gibt. Aber, verstehe ich etwas falsch? Wenn das Schicksal denn so mächtig wäre und es immer das Beste im Leben der Pokémon will. Wäre der Krieg dann nicht eigentlich schon längst entschieden? Oder wieso gibt es überhaupt einen Krieg, in dem Pokémon sterben müssen? Kann es wirklich der beste Pfad sein, wenn Unschuldige ihr Leben lassen müssen? Und weshalb würden wir überhaupt reisen? Wenn das Schicksal Omegons Ende wollen würde, dann würde es doch ohnehin geschehen und wenn nicht, dann wäre unsere Reise doch ohnehin umsonst. Nein, so ist es nicht ganz. Das Schicksal führt die Pokémon auf ihren Wegen. Aber es führt sie. Eher ist es so, ihr könnt euch der Reise nicht verweigern. Ihr müsst reisen. Wenn ihr versuchen würdet, es nicht zu tun, ihr könntet es gar nicht, da diese Reise euer Schicksal ist. Und gleichzeitig entscheidet sich das Schicksal manchmal, den Pokémon auch Verantwortung zu geben und sie selber etwas der Geschichte schreiben zu lassen. Manchmal bestimmt es bloß, dass Interessen aufeinandertreffen. Wer siegt, bestimmt es nicht. Wobei niemand wissen kann, ob dies nun zum Beispiel in diesem Krieg der Fall ist. Ein Krieg, der entsteht, weil irgendetwas dafür sorgt, dass er wichtig ist. Es gibt einen Grund und es liegt nicht an Pokémon, das Schicksal zu hinterfragen. Es irrt nicht. Es kann nicht irren, da was es sagt korrekt wird, sobald das Schicksal es sagt. Es ist wirklich gut für euch, dass das Schicksal auf eurer Seite steht. Kapitel 10 Familientreffen Nun also, mit dem Schicksal scheinbar auf ihrer Seite, ging die Reise der kleinen Gruppe weiter. Entschlossen schwebte Trikephalo voran, der Rest der Gruppe immer folgend, den Gletscherpalast schon lange im Rücken. Die Stimme des Lebens hatte bereits angekündigt, dass das geheimnisvolle Labyrinth nicht allzu weit entfernt sein sollte. Deswegen war die Anspannung groß. Wo überhaupt sollte in dieser ewigen Weite ein riesiges Labyrinth sein, welches in irgendeiner Weise versteckt war? Nun, die Antwort sollte schon bald folgen und sie lautete, äh, gar nicht. Denn als die Gruppe ein von vielen Hügeln überquerte, erstreckte sich jene eigenartige Struktur für scheinbar Kilometer einfach in der Landschaft, inmitten in diesem Irgendwo. Aber, soll dieses Labyrinth nicht irgendwie versteckt sein? Wofür haben wir jetzt einen Führer gebraucht? Wie wissen so wenige Pokémon von diesem Ort? Das ist ja, das ist einfach nicht versteckt. Irgendwie ist es schon versteckt. Dieses Land erstreckt sich für hunderte Kilometer nördlich des Gletscherpalastes. Und doch gibt es nicht eine einzige Sache auf all dieser Fläche. Deswegen würde niemals jemand herreisen. Außer jene, die wissen, dass irgendwo in dieser riesigen Leere dieses Labyrinth ist. Und selbst dann würden nur die allerwenigsten jemals wirklich herkommen. Denn den Weg, sobald man hier ist, kennt wirklich keiner mehr. Naja, außer den Weltengeistern. Und denjenigen, die sie einweihen. Letztlich ist ja auch unwichtig. Wir sind da. Ja, exakt. Und damit trennen sich unsere Wege auch schon wieder. Zorak war offensichtlich ebenso überrascht von dieser Aussage, wie Flamme es war. Wirklich. Warum kannst du uns nicht noch begleiten? Ich dachte, das Schicksal will unsere Reise. Und wir können wirklich Hilfe gebrauchen. Meine Aufgabe war es nur, euch hierher zu bringen. Das Schicksal will, dass ihr reist. Und selbst wenn ich weiterhin helfen sollte, spätestens wenn ihr Tundil trefft, müsste ich ja gehen. Ich bin die Stimme des Lebens dieser Welt. Und dementsprechend nun mal ein Wesen dieser Welt. Also, nein. Ich bin nur ein kleiner Schritt auf eurem Abenteuer. Ein kleiner Schritt auf einem Abenteuer, welches eures ist. Doch trotzdem spüre ich. Ihr werdet dort am Labyrinth einen neuen Helfer treffen. Jemanden, der euch weiterbringen kann. Als nur durch ein Labyrinth. Also, hat dich das Schicksal zum Gletscherpalast geschickt, nur damit du uns für ein paar Stunden den Weg zeigen kannst? Ist das nicht irgendwie... Warum gibt das Schicksal dir so eine kleine Rolle? Du bist doch sein Brote. Vielleicht ist es gerade deswegen. Ich bin nur da, um dem Schicksal zu folgen. Nicht ein Teil seiner großen Handlung zu werden. Mir reicht die Aufgabe, die ich bekommen habe. Und, wer weiß, vielleicht führt das Schicksal uns ja irgendwann noch einmal auf dieselben Wege. Jetzt wartet aber jemand auf euch. Das war nicht wirklich gewesen, was ich Flamme gedacht hatte. Trikephalo hätte mit seiner Kraft und auch mit seiner Rolle eine große Hilfe werden können. Stattdessen war er jetzt schon wieder weg, nachdem er ein bisschen ideologischen Irrsinn gebrabbelt hatte. Und die Gruppe einige Schritte durch nichts geführt hatte. Aber gut. Am Labyrinth sollte jemand warten. Jemand, der dem Team wirklich helfen könnte. Jede Hoffnung auf Wahrheit hinter Trikephalos Worten schwand jedoch schnell, als sich die Gruppe dem Labyrinth näherte. Doch Soll zurückschreckte. Stopp! Allesamt! Den Grund für diesen Ausruf verstand Flamme zunächst nicht einmal. Soll hatte wohl schon etwas erkannt, das er nicht tat. Aber wohl hing es mit dem Pokémon zusammen, welches sich vom Labyrinth aus annäherte. Wobei das Wulpix bisher noch nicht erkannte, was für ein Pokémon es war. Aber es müsste ja der angekündigte Helfer sein. Was ist denn los? Wir haben ein Ziel! Soll antwortete nicht. Soll knurrte nur ein wenig. Sehr zur Verwirrung seiner Begleiter. Jede Verwirrung hielt auch an. Nun, bei allen Pokémon, die durch Flamme waren. Sorak und Funkenherz kannten ja auch nicht. Als das Pokémon die Gruppe endlich erreicht hatte, trat Funkenherz direkt vor. Hallo! Du musst! Bevor sie aussprechen konnte, quetschte sich Soll zwischen sie und den neuen Freund. Bleib weg von ihm, Funkenherz! Was willst du von uns? Sag Kitt! Ich dachte, wir hätten dich hinter uns gelassen! Ich kann euch euren Unmut nicht verübeln. Aber ich verspreche dir, ich bin heute in bester Absicht hier. Flamme soll! Ihr habt das wirklich schon weit geschafft. Und noch mehr Pokémon für unseren Kampf gewonnen. Ich lag wirklich falsch dabei zu denken, dass ihr nicht bereit für diese Reise wärt. Äh, ich will ja nicht unterbrechen, aber ich verstehe gerade nur Bahnhof. Was ist denn los? Ihr kennt euch schon? Funkenherz, ich hab dir auch von unserer Reise, bevor wir dich getroffen haben, erzählt. Und von unserem Vater. Ja, das hier ist er! Funkenherz schien nun etwas mehr zu verstehen. Was allerdings nicht für Soror galt, der nicht in die Details des Beginns der Reise eingeweiht worden war. Äh, schön und gut das alles. Äh, Flamme, was ist jetzt los? Asakani, da ist dein Vater. Und ich sehe richtig, ihr habt ein paar Familienprobleme mitgebracht. In der Kurzfassung, ja das ist er und dieses Mann hat versucht mein Heimatdorf in einen Krieg zu schicken. Und mich und soll danach angegriffen, als wir zu Terros reisen wollten, nachdem er für seine Taten durch uns aus dem Dorf verbannt wurde. Verbannt ist ein starkes Wort. Du weißt selber, dass es nur für etwa eine Woche war. Außerdem habe ich die Zeit genutzt. Jelia hatte mir damals geraten, darüber nachzudenken, was das Dorf wirklich braucht. Und ich verspreche euch, ich habe gelernt. Ich bin nicht mehr der Krieger, der ich einmal war. Und auch Terros hat mir nochmal eine Chance gegeben. Inwiefern? Ihr habt doch bestimmt vor eurem Boten gehört, vor Trikephalo, oder? Ja, hier bin ich. Terros hat mich vor kurzem in der Nacht beigerufen, um mir eine Chance zu geben, mich zu beweisen und meine Schuld euch gegenüber wieder wettzumachen. Die Weltengeister haben mir Anweisungen gegeben, als sie festgestellt haben, dass ihr diese Welt bereisen werden müsst. Und ich habe seitdem jede ruhige Minute damit verbracht, mich für dieses Labyrinth vorzubereiten. Und woher wissen wir, dass du uns in Weit nicht wieder nur Probleme machen willst? Ich verstehe euer Misstrauen. Wirklich. Aber wie sollte ich in dieser Welt ankommen, wenn die Weltengeister mich nicht selber geschickt hätten? Wenn Terros mir nicht genug trauen würde, dann hätte ich ja unseren Weltenbaum gar nicht verlassen konnten. Nun, Unrecht hatte das Arcani ja nicht. Es steckte schon Wahrheit hinter seinen Worten. Wahrheit, die aber gegen die Erinnerung stand. Wobei dies nicht auf alle Pokémon der Gruppe zutraf. Also, ich finde wir sollten ihm folgen. Er wirkt doch aufrichtig und er hat ja recht mit seinen Aussagen. Außerdem können wir doch nicht einfach blind in das Labyrinth reingehen. Zumal, wenn ich euch führe, dann logischerweise an der Spitze. Denkt, ich würde euch in eine Falle locken, in die ich dadurch als erster stürzen würde. Die Worte seines Vaters schienen soll immer noch nicht umzustimmen. Selbe Gist galt allerdings nicht für die von Funkenherz. Na gut, dann machen wir das. Aber erst nach einer kurzen Rast. Sie wird euch bestimmt nicht schaden und ich möchte doch einmal sicher gehen, dass ich den Weg im Kopf habe. Immer nur Rast, Rast, Rast. Manchmal hatte Flamme das Gefühl, dass diese Gruppe mehr Zeit damit verbrachte, sich vom Reisen zu erholen, als damit zu reisen. Aber wenn das Wulpix dies äußern würde, dann würde er bloß auf taube Ohren stoßen. Also, wieder das Gepäck kurz ablegen. Sich für etwas Telizium entschuldigen. Nein, er hatte Sorak etwas versprochen. Und dann ab durch dieses Labyrinth. Trikephalo hatte ihnen einen Begleiter versprochen, der sie durch mehr führen sollte als ein Labyrinth. Wie ist das wirklich, dass Sakit sie jetzt dauerhaft begleiten sollte? Na toll. Was besseres hätte Flamme sich auch nicht vorstellen können. Im schlimmsten Fall würden Kämpfe entstehen oder sogar Verrat. Und im Bestfall würde es immer noch unangenehm werden. Spätestens, wenn Sakit von Flammes Beziehung mit Sorak mitbekam. Also, seien die an alle bereit, nach diesem kleinen Ausflug, den nächsten Weltbomb zu bereisen. Fast glaubte Flamme, dass Sakit Zeit schindete. Äh, wobei er mit der Meinung wieder mal alleine wäre. Es ging ihm nur mal wieder deutlich zu langsam. Natürlich sind wir bereit. Wir waren auch schon vor der Rast bereit. Also los. Nun gut, dann. Bleibt immer hinter mir und kommt nicht von meinem Pfad ab. Inzwischen war es eine ganze Weile her, dass das Team gewandert war, ohne irgendwem hinterher zu dackeln. Ähm, aber irgendwo war es natürlich auch gut. Sie mussten sich nicht darum kümmern, den richtigen Weg zu finden. Stattdessen kamen sie weiter, während die Verantwortung woanders lag. Wobei diese abgegebene Verantwortung sich besser angefühlt hatte, als sie noch bei Trekephalo lag. Aber es änderte nichts daran, dass der Weg, welchen das Arkani entlang führte, durchaus erfolgreich schien. An den meisten Abzweigungen zögerte das Arkani zwar für einen Moment, aber im Anschluss nahm er immer einen Pfad, welcher wahrlich voran führte. Und auch wenn Flamme dies nicht für Geld zugeben würde, irgendwo war er beeindruckt, dass Sakit den gesamten Weg aus dem Kopf beherrschte. Gerade so lang wie dieser scheinbar war. Nach etwa 15 Minuten hatte sich Flamme schon so weit entspannt, dass er sich etwas zurückfallen ließ, um schnell etwas Telizium zu nehmen. Soviel zu seinem Versprechen. Bis ihm ein recht großes Problem auffiel. Sekunde, Scheiße! Wo ist mein Beutel? Hat jemand von euch den genommen? Sag mir jetzt nicht, dass du so gehetzt hast beim Eintritt, dass du deinen Beutel einfach liegen lassen hast. Hättest du nicht vorher dran denken können? Also, praktisch ist es nicht. Aber wir kriegen das schon geregelt. Ich bin optimistisch, dass ich den Weg auch rückwärts hinbekomme. Und wir sollen hier im Gang stehen bleiben, bis ihr zurück seid. Wir sind sehr nah an einem Mittelpunkt. Einer etwas größeren freien Fläche im Labyrinth. Dort wartet es sich besser. Ihr müsst bloß noch die nächsten zwei rechts, dann eine links und ab dann noch geradeaus, dann seid ihr dort. Ich bringe in der Zeit Flamme zurück. Na super! Ungefähr eine halbe Stunde alleine mit dem Akami. Allerdings, so konnte Flamme glücklicherweise feststellen, schien das Gesprächsverlangen beidseitig wenig vorhanden. Und zu Flammes Überraschung dauerte die Reise auch nicht einmal die ganze halbe Stunde an. Denn schon nach etwa zehn Minuten fanden sie auf dem Grund einen offenen Beutel, die Schnalle am Rand gelöst. Also war ich doch nicht einfach voreilig. Die scheiß Schnalle an dem Ding war locker. Sackit blickte nur auf die Blätter, die teilweise aus dem gestürzten Beutel herausragten. Und du nimmst auch Telizium. Und Sorak erfährt davon kein Wort. Verstanden, ne? Ich frag gar nicht das nach. Aber wenn du meinst, von mir muss er es nicht erfahren. Aber, der muss bewusst sein, dass er es selber erfahren könnte. Dann also zurück. Immer weiter dem Akami her. Immerhin kannte er den Weg. Er hatte sie hergeführt. An dieser Sache war ausnahmsweise mal nichts faul. Aber wenn es das nicht war, warum? Hatte Flamme dann so ein ungutes Gefühl? Diese Frage sollte schnell eine Antwort bekommen. Als hinter einer Ecke, nahe dem Ort, an welchem sich die Gruppe getrennt hatte, Sorak hervorschoss. Und ohne zu zögern Sackit angriff, welcher wenig überrascht wirkte und schlicht blockierte. Du Arschloch, was hast du getan? Für wen arbeitest du wirklich? Was ist los? Flamme. Sein Weg war eine Falle. Er hat uns gerade in eine Falle gelockt und ist mit dir umgekehrt. Soll und Funken hat sie in eine Falltür gestürzt. Was? Aber... Du hättest ihnen ruhig folgen können. Das wäre für alle einfacher gewesen. Was... Was hast du getan, Sackit? Euch eingefallen habe ich getan. Hört auf zu reisen. Ihr schadet euch bloß selber. Soll und Funken jetzt haben höchstens ein paar Schrammen mitgenommen. Und sind jetzt an einem sicheren Ort. Also folgt ihnen. Niemals. Um das Akani sammelte sich eigenartige Energie, während Flamme nur schockiert starren konnte. Ein massiver Umhang bildete sich. Weit größer als das Akani darunter. Eine Sense aus Sternenlicht in seiner Hand. Dann muss ich euch wohl zwingen. Du! Du bist Omegaons Diener. Du hast dich Omegaon angeschlossen. Hast all deine Moral verloren. Wer bist du? Und was hast du mit meinem Vater getan? Du verstehst es nicht. Ihr denkt, ihr könntet Götter stürzen. Es ist unmöglich. Ich bin derjenige, der unsere Heimat rettet. Kapitel 11. Verborgen in der Tiefe. Unsere Heimat retten? Alles was du tust, schadet unserer Welt. Du schadest unserem Dorf. Wie immer. Flamme. Ich würde mich euch nicht entgegenstellen, wenn es eine andere Wahl gäbe. Ich will euch nicht als Feinde haben. Ich würde mir selber euren Erfolg wünschen. Aber ihr habt nicht gesehen, was ich sah, nicht gespürt, was ich spürte. Um Omegaon noch zu stoppen, ist es zu spät. Sein Erfolg ist besiegelt. Sein Erfolg ist besiegelt. Was? 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 Wie? Die Leute. belki Hoş reporter Ich glaube, er hat recht, Flamme. Ich weiß noch genau zwei, Abbiegungen. Danach kann uns jeder Abzweigung wie eine Falle führen. Was machen wir jetzt? Vielleicht ... Vielleicht sollten wir auf Saketören. Und Funkenerthin soll folgen. Wir können sie schwer zurücklieffen. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, dann sind sie vermutlich in irgendeiner Höhle gelandet. Und aus einer Höhle kommen wir vermutlich eher raus als hier ans Ziel. Die Höhle bringt uns vermutlich an den Eingang zurück und dann suchen wir uns einfach einen neuen Führer. Das wäre mein Plan. Und was, wenn die Fallen uns nicht einfach in eine Höhle werfen, aus der wir wieder rauslaufen können? Dann improvisieren wir. Und hast du eine bessere Idee? Nein, nicht wirklich. Also gut, dann vertraue ich deiner Einschätzung. Zorok folgte dem Pfad, in eine Richtung, von welcher auch Flamme noch wusste, dass sie inkorrekt war. Also dann, ab geht's. Sofort folgte Flamme Zorok. Er wollte nicht wirken, als würde er an seinen eigenen Worten zweifeln. Auch wenn er es im ersten Moment schon durchaus tat. Der Boden schwand sofort unter seinen Füßen. Der Fall dauerte jedoch nur kurz. Sofort schloss sich über dem Wollpix die Falltür wieder. Der Sturz richtete nicht mehr aus, als kurze Orientierungslosigkeit und massive Verwirrung. Die Verwirrung allerdings war nicht von Flamme. Und auch nicht von Zorok, der bereits hier stand und sich etwas gefangen hatte. Die Reaktion gehörte zu einem dritten Pokémon. Zu einem fremden Pokémon. Aber noch jemand? Was ist denn heute hier los? Noch jemand? Hast du heute schon andere Mon hier getroffen? Also, getroffen nicht. Ich habe nur gesehen, dass jemand anderes noch gestürzt ist und... Dann müssen wir sie finden. Sie gehören zu uns. Also, okay. Sie müssen in der Nähe sein. Sie werden sich nicht genug zurechtfinden, um weit zu laufen. Also müssten sie hier irgendwo sein. Während Zorok bereits mit der Fremden verhandelte, erhob sich Flamme und blickte sich um. Ganz wie erwartet. Dieser Ort war eine riesige Höhle. Nur kleinste Licht- und Luftlöcher durchdrangen Teile der Decke und Wände. Auch dieser Ort schien wie eine Art kleines Labyrinth zu sein, doch um Welten simpler. Im Prinzip lagen nur ein paar Felsen hin und wieder herum, die sich versperrten. Die Pfade waren schier endlos breiter. Teilweise waren große Flächen ganz ohne Wände. Auch hörte das Wulpix Wasser plätschern. Aber erst einmal zum ersten Punkt. Irgendwo hier mussten Funkenherz und Soll gelandet sein. Also folgte er zunächst einmal der eigenartigen Fremden. Während er nach seinem Bruder rief. Soll, bist du hier? Hörst du mich? Die Fremde hatte bereits angekündigt und es machte Sinn, dass auch der Rest von Flammes Team sich sehr in der Nähe befand. Flamme, bist du das? Wir sind hier! Die Fremde schien sofort zu erkennen, von wo dieses Geräusch wohl kam und wie man diesen Ort nun erreichte. Denn sofort schwebte sie um zwei Ecken hinweg und Sorok und Flamme folgten, bis sie ihre verlorenen Teampartner wiederfanden. Ihr seid auch hier unten gelandet, aber wie ist das passiert? Auch Funkenherz war logischerweise an diesem Ort. Jedoch sprach sie nicht, sondern blickte starre auf das fremde Pokémon, welches sich ihr sichtlich unwohl damit fühlte. Was gerade viel wichtiger ist. Wer bist du? Äh, also, mein Name ist Latira und ich bin so etwas wie eine Wächterin über diese Höhle, seitdem ich vor Jahrzehnten, Jahrhunderten, keine Ahnung, hier heruntergestürzt bin. Latira? Aber, natürlich, Darkrai hat von dir erzählt. Darkrai? Ich habe ihn auch schon ewig nicht mehr getroffen. Du kennst ihn? Ist schon so ewig her. Das letzte Mal war er damals mit meinen Geschwistern. Latias und Latios, richtig? Du bist ihre Schwester, oder? Äh, ja. Jetzt sag bloß, du kennst die beiden. Kennen? Ich habe für Jahre an ihrer Seite gekämpft. Meine Eltern waren zwar ihrer besten Freunde, gerade für Latias. Die beiden sind für mich wie Familie. Nicht wirklich, oder? Da treffe ich zum ersten Mal in so vielen Jahren wieder Pokémon und... Dann kennen sie meine Geschwister? Ähm, wir kennen niemanden mehr. Funkenherz ist die einzige von uns. Trotzdem, haben sie von mir erzählt denn? Wissen sie noch, wer ich bin? Zweite Frage war eher scherzhaft gemeint. Doch im Wissen, was sie antworten müsste, zögerte Funkenherz kurz. Nein, sie können es nicht wissen. Was? Aber... Was genau weißt du über die Geschehnisse in der Welt außerhalb dieses Ortes? Nicht wirklich irgendetwas. Seitdem ich hier gelandet bin, sind so unglaublich viele Jahre vergangen. Ich weiß gar nicht wie viele. Und in all der Zeit sind vor euch auch nur zweimal Pokémon hier herabgestürzt. Dann machen wir einen Deal. Wir erklären dir, was da draußen abgeht. Inklusive deiner Geschwister und... Dafür hilfst du uns. Abgemacht. Ich weiß nicht, ob ich euch irgendwie helfen kann, aber ich kann versprechen, zu tun, was ich kann. Also, deine Geschwister leben nicht mehr in diesem Weltenbaum. Sie leben im Weltenbaum des Sternlichtes, da wo ich auch herkomme. Und sie haben keine Erinnerung mehr an ihre Zeit hier. Denn wie alle Helden der Weltenbäume hat Omega und sie gestohlen. Sie wurden wiedergeboren und er hat sie zu seinen Kriegern gemacht. Omega nutzt sie alle, um sich gegen alle anderen Weltengeister zu verteidigen, weil sie verhindern wollen, dass er alle Lebensenergie an sich reißt, um ein Imperium zu schaffen, in dem er das höchste aller Wesen ist. Einige Pokémon seines eigenen Weltenbaumes hatten sich den gestohlenen und auch Omegons eigenen Helden angeschlossen. Unter anderem meine Eltern. Und wir vier jetzt sind auf dem Weg in die Wurzelwelt Omegons in einem letzten Versuch, seinen Weltenbaum zu zerstören. Fall und Flamme, das Vulkan und das Vulpix hier, stammen aus dem Weltenbaum des Forstes, im Weltenbaum des Lunaren. Und da hat sich Absol, das Sorok, uns angeschlossen. Und als sie dann in einer Zweigwelt von Omegons Weltenbaum waren, haben sie, haben sie auch mich überzeugt und mir gezeigt, dass Omega uns benutzt hat, um einen ewigen Krieg, als wir einen ewigen Krieg gegen Darkrai geführt hatten. Wir sind zu diesem Labyrinth gekommen, da sich hier der Schlüssel zum Erreichen des Weltengeistes befinden soll, aber leider sind wir in eine Falle gegangen. Aber, aber warum eigentlich? Warum würde Sacket uns in eine Falle locken? Nun schaltete sich auch Flamme wieder ein. Weil er ein dreckiger Verräter ist. Nicht nur uns gegenüber, sondern unserem ganzen Dorf. Unserem ganzen Weltenbaum und Terros. Wir haben ihn gerade vor unserem Sturz noch einmal konfrontiert. Und er hat uns gezeigt, dass er der Diener Omegons war, der uns, der schon die Weise am Eisberg angegriffen hat. Aber, es tut mir leid, Soll, aber es gibt kein Aber. Ich war dabei und kann alles bestätigen. Dass Alcani dort arbeitet für Omegon. Und, könnt ihr euch wirklich sicher sein, dass dieses Wesen sich nicht nur als Sacket ausgegeben hat? Wenn es Omegons Diener ist, hat er sich nicht vielleicht mit seiner Kraft eine Gestalt gegeben, der wir vertrauen würden? Das wäre möglich, wenn er so eine denn gewählt hätte. Wir wollten Sacket ja nicht einmal trauen, wenn wir eine andere Wahl gehabt hätten. Weshalb sollte er sich als etwas anderes ausgeben? Was will er gewinnen? Soll. Das Mann war unser Vater und der Kerl ist nicht bereit für Vernunft. Soll drehte sich weg und begann davon zu schreiten. Was genau er allerdings vorhatte, wusste Flamme nicht. Latira hingegen schien er zu verstehen. Warte. Soll. Was? Ich... Ich will nicht reden. Wenn du wieder bereit bist, zu uns zu stoßen, ich werde Behernsamen auslegen, damit du den Weg findest. Nimm sie dann bitte wieder mit. Ich werde dem Rest so lange diesen Ort erklären. Erst fand, soll sich überrascht von diesem Angebot. In Gedanken bereit dafür, sich zu wehren, da die Gruppe ihn nicht ziehen lassen würde. Stattdessen fand er sich jedoch solchem Verständnis und solcher Rücksicht gegenüber. Und das von einem Pokémon, welches er nicht einmal kannte. Ich... Danke, danke, das werde ich. Während das Fucano nun weiterlief und hinter einer der Felswände verschwand, blickte Flamme nur noch kurz hinterher, bereit sich wieder dem Hauptthema zu widmen. Gleiches galt aber nicht für Funkenherz, deren Blick stattdessen weiterhin zu kleben schien. Und sofort war Latira wieder zur Stelle. Wenn du ihm folgen möchtest, dann stoppt dich keiner. Meinst du... Meinst du nicht, dass er lieber alleine sein will? Manchmal möchten Pokémon alleine sein, aber dabei nicht einsam. So ein Moment ist das gerade für Soll. Was... Was soll das überhaupt bedeuten, ne? Wenn du ihm folgen willst, dann tue es. Ich denke, eure restlichen beiden Teammitglieder sind ebenfalls in der Lage, mit mir weiteres zu besprechen, ne? Ohne weiteres zögern, rannte das Luxio also los. Soll hinterher, während nun Zoroaks Blick Interesse zeigte. Mir scheint, du kennst dich sehr gut mit den Gefühlen der beiden aus. Dafür, dass du sie seit... Ja, gerade eben erst kennst. Es sind nicht nur ihre Gefühle. Emotionen sind allgemein etwas, das mir im Blut liegt. Ich kann es schwer erklären. Irgendwie spüre ich sie einfach. Ich sehe sie als mehr als nur Gedankenströme nach Ereignissen. Tatsächlich bin ich sogar halbwegs in der Lage... Um das Ionen-Pokémon herum erschienen wie aus dem Nichts. Fünf eigenartige Kugeln. Bin ich sogar in der Lage, Emotionen im Kampf zu benutzen. Ich glaube, damit bin ich alleine. Zumindest hätte ich noch nie jemanden getroffen, der das kann. Aber es ist wirklich eine mächtige Technik. Freude, Hoffnung, Liebe, Hass und Trauer. Sie alle kann ich nutzen. Sie alle bringen vor und nach, manche auch Nachteile. Freude macht mich stärker, durchhaltefähiger, schneller, alles ein wenig. Liebe kann Wunden heilen, wobei sie von allen Emotionen am längsten braucht, um erneut genutzt werden zu können. Hoffnung erhöht meine Agilität. Hass stärkt mich enorm, aber meine Defensive leidet. Trauer erhöht meine Durchhaltefähigkeit. Aber Geschwindigkeit und Angriff leiden. Sie alle kann ich nutzen, immer mit gewisser Abklingzeit. Der Kampf mit ihnen ist sehr vielschichtig und schwierig. Ich kann ehrlich gesagt von mir nicht behaupten, ihn wirklich zu beherrschen. So selten dies auch war. Selbst Flamme hatte Interesse an diesem Gegenüber. Das heißt, du kannst eigentlich normal kämpfen, aber dir selbst nach Wahl immer eigene Stärkung verpassen? Übersehe ich da was oder ist das eine extrem starke Kampfart? Vermutlich bin ich parteiisch, aber ich denke, es hat das Potenzial, die mächtigste Kampfart zu sein. Gleichzeitig kommt es mir aber wie eine unmögliche Aufgabe vor, es zu meistern. Glaubt mich, hat die Junden wirklich viele Jahre und wenig zu tun. Ich habe es probiert. Aber es braucht wirklich ein Ausnahmetalent, um den Emotionskampf nur in Grundzügen zu beherrschen. Einen Auserwählten, um ihn zu meistern. Und denkst du, es wäre für uns möglich, diesen Stil zu erlernen? Tut mir leid, aber bei euch beiden sehe ich keine Hoffnung, um diesen Kampfstil zu erlernen. Noch vielmehr, um ihn zu meistern. Man braucht einfach eine so unglaubliche Ausgeglichenheit. Kapitel 12 Emotionaler Einklang Während sich ein kleines Stück entfernt Flamme darüber aufregte, dass er sich den Kampf mit den Emotionen wohl nicht aneignen konnte, hatte sein Bruder ganz andere Sorgen und Gedanken im Kopf. Er war ein kleines Stück gelaufen, ohne großen Plan, aber mit den Geräuschen des Untergrundes im Unterbewusstsein, welche seine ungelenkten Schritte führten, bis er an einen kleinen Bach kam. In dieser Gegend konnte man beinahe vergessen, dass man gefangen war, in einem riesigen Untergrundsystem. Sonnenstrahlen fielen durch die Löcher in der Decke herab, mitten auf feuchte Erde, aus welcher Sträucher und Büsche heraus wuchsen. An diesen wuchsen verschiedenste Beeren. Offensichtlich war dies eine Art Garten, welchen Latira angelegt hatte, um sich hier unten erhalten zu können. Latira Sie wirkte allgemein wie ein seltsames Pokémon. Sie war offensichtlich ziemlich alt im Vergleich zu den Pokémon in der Gruppe. Alleine da sie schon mindestens Jahrzehnte hier unten war. Auch wenn Alter für legendäre Pokémon ja ohnehin etwas anderes war. Und Zoe ging zumindest stark davon aus, dass Latira unter diese Kategorie fiel, wenn sie denn mit Latias und Latios verwandt war. Aber gleichzeitig nahm ihre Hilfsbereitschaft an diesem Ort mehr Hoffnung, als sie gab. Ein Pokémon wie sie blieb doch nicht freiwillig für ihr ganzes Leben in dieser Höhle, wenn es eine andere Wahl gäbe. Und Latira konnte schweben. Aus dieser Höhle gab es keinen Weg heraus. Und aus dieser Haut auch nicht. Und auch nicht aus diesem Leben. Ein Leben, in welchem auch andere Pokémon eine Rolle spielten. Und nicht alle dieser Pokémon wollten soll gerade alleine lassen. Stumm näherten sich hinter dem Rücken des Fukanus Schritte an. Er selber ahnte schon, wer es wohl sein würde. Geh weg, Funkenherz! Ich will gerade alleine sein. Aber auch einsam? Was? Diese Frage verwirrte Soll, als er sie nun so hörte. Aber gleichzeitig. Während sie so verwirrt war, machte sie doch irgendwo auch Sinn. Soll war zu verfangen in seinen eigenen Gefühlen, um sich bereit zu fühlen, mit einem anderen Pokémon bedeutend zu kommunizieren. Zu aufgewühlt für die Bedachtheit, die er gerne aufbringen würde. Zu frustriert für seine sonstige Höflichkeit. Sein Verstand fühlte sich nicht interaktionsbereit. Wollte allein sein, doch wollte Soll's Herz es deswegen auch. Ich bezweifle, dass ich gerade gute Gesellschaft darstelle. Zwar war dies keine direkte Antwort auf die gestellte Frage. Doch eine Antwort hörte Funkenherz trotzdem heraus, als sie sich ebenfalls am Bach niederließ. Es geht mir aber nicht darum, wie gut du mich unterhalten kannst. Es geht darum, dass dir etwas Gesellschaft hoffentlich helfen kann. Zumal es reicht, dass du einfach nur hier bist, damit ich mich in guter Gesellschaft fühle. Ich danke. Ich weiß wirklich nicht, womit ich dich verdient habe. Damit, dass du ein gutes Pokémon bist? Die Worte trafen wie ein Stich, auch wenn sie ein Kompliment sein sollten. Glaubst du das wirklich? Bin ich das wirklich? Nein, ich kann es gar nicht sein. Schwachsinn! Wie kommst du denn auf diese Idee? Es geht nicht. Nicht bei dem Blut, das in meinen Adern fließt. Mein eigener Vater hat uns alle für Omega verraten. Und niemand. Wirklich niemand ist ihm so ähnlich wie ich. Soll, das stimmt doch gar nicht. Du bist inzwischen loyal durch drei Weltenbäume gereist. Daran ändert sich doch nichts, weil dein Vater es nicht tut. Gedanken verloren, blickte Soll in die kleinen Wellen des Baches. Vielleicht tut es das jetzt noch nicht. Aber eines Tages, irgendwann wird es das doch bestimmt. Ich bin nicht mehr und nicht weniger als das jüngere Selbst meines Vaters. Das habe ich mir mein ganzes Leben schon angehört. Jedes Pokémon, das uns kannte, sagte mir, wie sehr ich doch nach ihm käme. Selbe Spezies, selbe Interessen. Anscheinendlich mein Vater mir in meinem Alter wirklich in allem. Und ich weiß ja auch, dass es alles stimmt. Ich habe mir diese Worte immer angehört. Und ich habe mich stolz deswegen gefühlt. Ich habe meinen Vater gesehen und mich gefreut, dass Pokémon dachten, ich wäre wie er. Ein starker Krieger. Vermutlich eines Tages Dorfvorsteher. Und ich selber habe es mit Stolz gehört. Weil ich zu versessen bin auf alles, was auch Sakit wollte. Macht, Einfluss, Anerkennung. Und deswegen habe ich nur mit Stolz auf eine Zukunft geblickt, in der ich all dies haben würde. Ohne überhaupt zu verstehen, was mein Vater für ein Pokémon sein konnte. Flamme hatte nie verstanden, wie ich Sakit so folgen konnte. Ihn als Vorbild betiteln und in seine Fußstapfen treten. Nein, Flamme sagte mir immer, dass wir Sakit egal wären. Und er kein gutes Pokémon sei. Und alles, was ich mir dabei dachte, nie war ich schlau genug, auch nur einmal zu denken, was, wenn er recht hat. Nein, ich dachte, da ist Flamme bloß neidisch wäre, weil die Leute ihn nicht mit Sakit verglichen, wie sie es bei mir taten. Ich habe so viele Jahre gebraucht, bis ich überhaupt einmal in Erwägung ziehen konnte, dass Sakit kein perfektes Pokémon ist. Früher habe ich meine Zukunft gesehen und konnte sie kaum erwarten. Heute sehe ich dieselbe Zukunft und ich will nicht so werden. Was du von deinem Vater hast, sind seine zwei auffälligsten Merkmale. Die Spezies und die Stärke. Und alles andere bist du selber. Weil du offensichtlich selber weißt, was du nicht sein willst. Und wenn du nicht sein willst, wie dein Vater, du hast all die Macht, das zu bestimmen. Wirf dir nicht selber vor, dass du als Kind noch naiver warst. Jedes Pokémon hätte in deiner Lage dasselbe gedacht. Weil Kinder, sie verstehen einfach nicht die komplexen Dinge. Kinder. Funken jetzt, ich wünschte, ich könnte all diese Gedanken einfach als eine Jugendsünde abtun. Aber das geht nicht. Noch vor wenigen Monaten habe ich Sacket noch gegen die Anschuldigungen meines Bruders verteidigt. Noch vor Wochen. Und das mit ganzer Seele. Und trotzdem kannst du heute zurückblicken und sehen, dass du Unrecht hattest. Fehler zu machen ist vollkommen normal. Zu Problemen werden sie erst, wenn man sie nicht wahrnimmt. Oder wenn man sie nicht einsehen möchte. Du hast den Pokémon gerne zugehört und ihm geglaubt, dass du irgendwann wieder ein Vater wirst. Einfach weil du es selber wolltest. Und wenn du dies immer noch würdest, dann könnte es doch so werden wie er. Weil du selber der Einzige bist, der sich aussuchen kann, was für ein Pokémon du sein willst. Und auch wenn es sich gerade für dich nicht so anfühlt. Nichts und niemand kann diese Entscheidung abnehmen. Wenn du den Pokémon, die dir etwas bedeuten, treu bleiben willst. Wer... Wer soll dich dann aufhalten? Auch wenn diese Worte gedacht waren, um Soll von sich selbst zu überzeugen, schien es nicht, als hätten sie wahrlich diese Wirkung. Stattdessen blickte das Fulkan nur weiterhin still ins Wasser. Lass mich dir etwas erzählen. von einem Gespräch, das ich einmal hatte. Mit Evie. Der Grund, weshalb ich dir so dringend helfen will, ist, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Als unser Krieg zu Ende war, war ich gerade einmal vier Jahre, war ich damals, glaube ich, alt. Das heißt, ich habe fast mein ganzes Leben bis zu diesem Punkt gelebt. Zwischen dem Ende dieses Krieges und dem Treffen mit dir. Etwa 19 Jahre. Und über diese 19 Jahre hinweg habe ich im Wissen gelebt, dass irgendwo ich die letzte Ahnung in Darkreis bin. Und über diese 19 Jahre waren wir alle recht überzeugt davon, dass Darkreis ein Tyrann ist. Ein wahnsinniger Kriegsherr, ein Mörder. Und gleichzeitig das Pokémon, welches mein Vater geschaffen hatte. Als ein Pokémon erfüllt von Dunkelheit und mit vorbestimmtem Schicksal. Und irgendwo in mir hatte ich die ganze Zeit Angst, dass ich doch selber auch nicht anders wäre. Wie sollte ein Pokémon mit meinen Wurzeln auch nur im Ansatz von Licht erfüllt sein? Aber irgendwann ich habe mal versucht, diese Gedanken zu verstecken. In der Hoffnung, dass andere vergessen würden, dass ich überhaupt eine Verbindung mit Darkreis hatte. Was Evie nicht daran hinderte, trotzdem herauszufinden, was ich dachte. Und irgendwann hat sie mich dann beiseite gezogen. Und hat mit mir gesprochen. Erst war ich gar nicht gewillt, ihr zuzuhören. Ich glaubte schon zu wissen, was sie mir sagen würde. Und zwar, dass ich doch eher nach meiner Mutter käme, dass Papa doch eigentlich auch nicht wirklich ein Wesen der Dunkelheit war und dass meine Verwandtschaft zu Darkreis doch eher seelisch sei als alles andere. Aber das war nicht, was sie mir sagte. Stattdessen hat sie mir gesagt, dass die Dunkelheit in meinem Herzen nicht sei, vor dem man sich schämen müsste. Jedes Pokémon hat etwas von ihr. Es ist ganz normal. Und sie hat mir erklärt, dass Papa tief im Innern immer gewusst hatte, so viel Dunkelheit auch in seinem Herzen war, auch wenn er aus dem Schatten kreiert wurde. Er hat nie daran gezweifelt, dass sein Herz alles sein könnte, auch wenn sein Körper nicht so schien. Er hat sich nicht davon diktieren lassen, wer er sein sollte, nicht davon, von wem er abstammte. Als Sprössling der Dunkelheit konnte er es schaffen, ein Held des Lichtes zu werden. Er hatte Freunde, eine Partnerin wurde von allen respektiert und dann sagte mir ich wäre wie er. Ein Pokémon mit Wurzeln im Schatten, aber das machte mich nicht schlechter oder weniger wertvoll. Mein Papa war mir immer ein Vorbild und je mehr ich über ihn nachdenke, desto mehr überzeugt bin ich. Und ganz simpel gesagt, wenn selbst er ein Pokémon aus reiner Dunkelheit so etwas geschafft hat, dann bist du mehr als stark genug zu bleiben, wer du sein willst, auch wenn dein Vater ein Arschloch ist. Dein Vater war eins der stärksten Pokémon, das die Weltenbäume je kannten, im Kampf aber auch in der Seele. Ein Pokémon wie er war in der Lage alles zu schaffen, aber ich bin nicht so. er war ein Held und ich wollte einer sein, aber mit jedem Schritt der Reise spüre ich nur mehr und mehr, dass ich das nicht kann, dass ich kein Held bin. Selbst die Weltengeister wissen, dass wir das nicht können, du hast doch Omegon auch gehört, wir sind nicht stark genug, ich bin nicht stark genug, guck mir in die Augen, Sol. Verwirrt wandte das Fukan nur den Blick vom Wasser ab und blickte auf Funkenherz, die ihn unverblümt anstarrte. Sie legte ihre Pfote auf Solz und sprach, Du hast Unrecht, ich weiß, der Verrat schmerzt dir, die Pflichten lasten auf dir und du weißt nicht, wohin mit dir, aber hast du dich bisher je stoppen lassen? Helden entstehen durch ihren Sieg, aber auf dem Weg dorthin fühlt es sich nicht gut an. Es gäbe viel mehr Helden, wenn der Weg sich gut anfühlen würde. Aber wenn irgendjemand stark genug für all das hier ist, dann bist du das. Omegon will nur nicht, dass du selber es weißt. Deswegen rede auf uns herab. Lass dir niemals, egal von wem einreden, dass du nicht stark bist. Auch wenn es sich für dich nicht so anfühlt. Du bist das stärkste Pokémon, das ich kenne. Sogar stärker als Papa. Du bist so lange gereist. Nicht nur alleine, sondern mit Pokémon, die dir eher geschadet haben, als geholfen. Und trotzdem offen für andere, bereit alles zu tun. Du warst bereit alleine, das Gewicht vierer Weltenbäuer mit zu stemmen. Aber soll ich dir was sagen? Das ist vorbei. Du musst dich nicht mehr fühlen, als müsstest du die Stärke einer Omega zu bezwingen, alleine aufbringen. Weil du nicht alleine bist. Und wenn du dich jemals so fühlst, als wärst du es, kannst du zu mir flüsterte sie nur noch mit endloser Wärme im Blick. Du musst nicht mehr einsam sein. All diese Worte, der Blick, das warme Gefühl von Funken Herz griff, all dies erzeugte uns eine Wärme, wie er noch nie gefühlt hatte. ein so unglaublich wohliges Gefühl. Und in all dieser Wärme schien der Schmerz sich endlich lösen zu können, als die Tränen begannen am Gesicht des Vukano herunter zu laufen. Und als er seinen Emotionen freien Lauf ließ, spürte er nur warmes Fell an seiner Seite und hörte leise Worte. Du musst nie mehr einsam sein. Wenn ich ändern könnte. Kapitel 13 Der Schlüssel Während diese Dinge zwischen Soll- und Funkenherz vor sich gingen, war Latira zusammen mit Flamme und Zoroak weitergereist, wobei sie ihre versprochene Spur gelegt hatte. Ihr Ziel war ein eigenartiger Ort in diesem ewigen Labyrinth. Der Ausgang. Ein riesiges Tor, welches die Dreiergruppe bald erreichte. Doch natürlich, wie sollte es auch anders sein, war das Tor geschlossen. Nur eine kleine Einhöhlung schmückte es. Und auch nur ein Stück rechts hiervon war eine kleine Grotte inmitten der Höhle. Das hier war, was ich euch zeigen wollte. Der Ausgang. Ihn so zu nennen wäre jedoch eine Übertreibung bei allem, was mit ihm verbunden ist. Und gibt es auch eine Möglichkeit, das Ding zu öffnen? Als Antwort schwebte Latira zu jener kleinen Grotte neben dem Tor. Trittet ja nicht rein. Nicht einen Schritt. Beide Pokémon folgten, im Bewusstsein, dass ihre Leiterin mehr Ahnung von diesem Ort hätte als sie. Also blickten sie zunächst nur hinein. Die Grotte war auch ihnen so winzig, wie sie von außen hin aussah. In ihr befand sich ein kleiner Altar, auf welchem ein Edelstein lag. Aus dem Boden entsprang wie magisch grellstes Licht, welches auf eine Decke voller eiserner Spitzen in großer Masse schien. Dieses ganze Gebild ist eine Todesfalle. Und mittendrin, dieser Edelstein ist ein Relikt. Angeblich soll er nicht nur die Tür dieses Labyrinths öffnen können, sondern jede Tür in diesem Weltenbaum. Selbst jene zu Tundil am Nabel der Welt. Der Schlüssel zu Tundil am Nabel der Welt? Heißt das dieser Stein ist unser Ziel? Dann erklärt uns mal, wie man ihn bekommt. Nun, ihr seht das Licht am Grund, sobald auch nur der winzigste Teil davon nicht auf die Decke scheint. Heißt, wenn irgendetwas Schatten wirft, stürzt die gesamte Decke augenblicklich ein. Da die Falle magisch ist und eher wie ein Ausweg für die Gefangenen des Labyrinthes wird die Falle am folgenden Tag wieder aussehen wie nun, solange der Edelstein seine Grotte nicht verlässt. Also kann kein Pokémon da rein, aber wie steht's mit Angriffen. Feuer erzeugt Schatten, Wasser, Pflanze, Boden, Gestein, Stahl, Fee, Elektronomalkampf, Eis, Käfer und Drache auch. Es bleiben somit noch drei Typen. Geist, Unlicht und Psycho. Geist und Unlicht Angriffe werfen bloß keine Schatten, da sie aus Schatten bestehen. Sie lösen die Falle deswegen ebenfalls aus und Latira zeigte auf den Boden am Eingang der Grotte. Er war von Pech schwarzem Gestein erfüllt und dieser Fels im Grund strahlt Unlicht aus. Heißt, ich kann psychische Kraft nicht von hier aus herüberschicken. Unlicht blockiert es. Ich könnte meine Kräfte nur nutzen, wenn ich bereits auf der anderen Seite wäre und nun ja. Was du uns also sagen willst ist, im Prinzip gibt es keinen Weg, das Ding da irgendwie heraus zu bekommen, ohne selber rein zu gehen und keinen Weg da rein zu gehen und dann lebend wieder raus zu kommen. Zumindest keiner, den ich mir irgendwie vorstellen könnte. Also bräuchte man im Prinzip ein Pokémon, das keinen Schatten wirft. Überrascht wandte sich Flamme um. Er hatte nicht wirklich auf die Zeit geachtet, aber er war einfach davon ausgegangen, dass er soll heute nicht mehr sehen würde. Aber tatsächlich war er bereits wieder hier bei der Gruppe angekommen. Funkenherz natürlich bei seiner Seite. Ihr seid auch schon zurück, hier dass dir wieder etwas besser soll? Ich denke schon. Und wenn nicht, dann bin ich ja nicht einsam. Jetzt nochmal zum eigentlichen Thema bitte. Ähm, vielleicht ist das eine sehr dumme Frage, aber deine Emotionskräfte können dann nicht irgendwie helfen, oder? Deine was? Wieder kreierte Latira wie aus dem Nichts ihre farbigen Kugeln, welche sie Flamme und Absol bereits erklärt hatte. Einer der Gründe, weshalb ich euch beide vorhin anleiten konnte, dass Ambitionen mein Element sind. Ich kann sogar mit ihnen kämpfen. Ich wusste gar nicht, dass Pokémon das irgendwie ohne die Determination erlernen können. Nun war es Latira, die komplett durch den Wind war. Ohne die was? Und das kann einem mit Emotion helfen? Die Determination ist die Essenz der Emotion und sie ist ein Teil von Günthers Seele. Er hat den Emotionskampf schon lange gemeistert. Ich dachte nicht, dass man ohne diese Essenz überhaupt dazu in der Lage sein könnte, ihn zu beherrschen. dieser Günther er beherrscht ihn nicht nur er hat den Kampf gemeistert aber glaubst du das wäre für mich irgendwie möglich das auch zu lernen? Mich hat der Kampfstil schon immer begeistert. Ich dachte nur es wäre unmöglich. Während Latira sichtlich noch etwas in Gedanken woanders war, antwortete Flamme direkt. Ist es für uns auch. Schnell fing Latira sich wieder und erwiderte eine Antwort. Genau Flamme für euch beide. Funkherz ich könnte mir vorstellen dass du Emotionen tatsächlich meistern könntest und es wäre auch wichtig wenn dieser Günther der laut euren Erzählungen ja euer Feind ist den Emotionskampf gemeistert hat wir brauchen jemanden der es damit aufnehmen kann sagtest du gerade wir natürlich insofern wir hier rauskommen kann ich euch doch nicht einfach ziehen lassen es steht auch meine Heimat auf dem Spiel nur müssen wir eben dafür erst heraus kommen nun wenn das alles ist nichts leichter als das Sol hat es bei seiner Ankunft gesagt wir brauchen ein Pokémon das keinen Schatten wirft kurzum Geist Angriffe sind nutzlos ein Geist Pokémon hingegen ist der Weg genauer gesagt der Körper von einem Flamme verstand genau worauf Sorok letztlich hinaus wollte was nicht hieß dass er einverstanden war Niemals das ist viel zu gefährlich wir gehen von Vermutung aus und kannst dir wirklich sicher sein dass deine Verwandlung zu einem Geist so funktionieren würde natürlich bin ich das Flamme und wenn du dir unsicher bist ob ich in einer Geistergestalt einen Schatten werfen würde das können wir auch problemlos testen bevor irgendwer sich Gedanken um einen Schlüssel macht höre ich das richtig heraus du möchtest probieren durch deine Illusion die Gestalt eines Geistes anzunehmen um den Schlüssel damit zu bekommen naja Flamme hat schon recht es ist sehr riskant aber auf der anderen Seite haben wir Alternativen wir können nicht hier bleiben also brauchen wir irgendwie den Schlüssel es muss einen anderen Weg geben wer kann nicht einen von uns in diese Todesfalle schicken in der Hoffnung dass ein billiger Trick das ganze umgeht vertraust du mir etwa nicht doch natürlich aber Flamme du weißt selber es gibt keinen Weg hier drum herum nicht wahr wenn du dich dann besser fühlst gehen wir sicher dass meine Gestalt wie geplant keinen Schatten wirft und ich gewöhne mich an sie aber heute Abend werde ich uns diesen Stein holen dann können wir heute Nacht noch hier rasten und danach reisen und dann kann ich bis dann schon einmal probieren ob du tatsächlich Emotionskampf lehren könntest Funkenherz also stand der Plan fest Zoroak würde sich bereit für eine kleine aber gefährliche Mission machen Latira würde Funkenherz einen Kampf Stil lehren den sie Flamme und Zoroak nicht einmal zugetraut hatte Soll würde vermutlich bei Funkenherz bleiben und Flamme bei Zoroak wobei das ungute Gefühl über die abendliche Mission verblieb Zoroak saß recht entspannt in einem der Sonnenstrahlen welche durch ein Loch in der Decke fielen derzeit in Gestalt eines Gengar und genau wie er versprochen hatte trotz seines Aufenthalts inmitten des Sonnenstrahls warf er keinen Schatten und du bist dir immer noch sicher dass du das später durchziehen willst warum bist du nervöser als ich Flamme so kompliziert ist das ganze doch gar nicht das ist genau die Sache irgendwo kommt mir unsere Lösung wohl zu einfach vor irgendwas wird falsch als ob wir irgendwas übersehen ich sehe nicht was du meinst und Flamme siehs mal so was ich genauso wenig sehe ist eine Alternative du weißt dass es keine gibt du brauchst dir wirklich nicht so viele Sorgen zu machen aber glaubst du nicht dass irgendwas hier komisch ist wenn ich nicht daran glauben würde dass ich euch den Stein erholen kann würde ich die Mission nicht übernehmen was hätte ich denn für einen Grund zu ohne 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 letzten endes ist es doch auch am besten wenn ich für solche Aufgaben einspringe die mine des sorak wurde streng vergiss nicht letzten endes sind wir alle als individuen auf dieser reise egal wir kämpfen für so viel mehr und für diese prophezeiung braucht es nur zwei von uns wenn es denn nötig wäre dann würde ich in kauf nehmen dass latira funken herz und ich alle hier sterben wenn es nur hieß so und du weiter kommt ihr beiden seid die letzte hoffnung all unserer welt und der rest von uns ist freiwillig gefolgt genau das ist aber der punkt so ich könnte nicht ohne nicht weiter reisen was sollte ich denn machen du bist für mich das wichtigste pokémon hier auch wenn ich vielleicht nicht immer in der lage bin das zu zeigen aber ich schwöre es ist so sondern ich war doch nur auserwählt um den rest des teams zu versammeln damit wir alle gemeinsam siegen wäre dies wirklich der fall warum hätte dann irgendjemand von der erwählung vom rest von uns nicht schon erfahren können nein es geht hier um euch und irgendwann verstehst du bestimmt weshalb und genau deshalb flamme selbst wenn mir später etwas passieren sollte bitte versprich mir dass du weitermachst ich ich kann das nicht versprechen ich würde gerne mein wort geben aber ich weiß dass ich es brechen würde nach allem was auf dieser reise schon geschehen ist nachdem wie gebrochen ich schon bin wenn du stirbst stirbt Flamme auch die flamme 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 weiterhin besorgt so war jedoch entschlossen und bereit inzwischen wieder im körper eines gang gar also macht das ganze dann bitte so einfach wie möglich geh rein nimm den stein und geh raus Latira wirkte auch etwas nervös aber gleichermaßen war sie auch sehr hebelig im gedanken diese höhle nach jahrzehnten vermutlich jahrhunderten wieder verlassen zu können Soroks Antwort war ein kurzes nicken und ein letzter Satz dann mal los kurz atmete er durch und blickte zu flamme sichtlich nun nicht mehr so sicher wie zuvor zur eigenen Sicherheit trat das Sorok sehr vorsichtig zunächst legte er nur die spitze eines Fußes auf das Licht vom Grund und nichts geschah ein vorsichtiger Schritt ein zweiter mehr und mehr Schritte und es geschah nichts denn er warf keinen Schatten in der Gestalt eines Geistes genau wie er es auch selber gesagt hatte es waren wieder einmal alle von Flammes Sorgen umsonst gewesen nun beim Edelstein angekommen zögerte Sorak jedoch wieder kurz aber nach nur Sekunden Bruchteilen hob er den Stein an und stand still er wollte wohl sicher gehen dass das Aufheben nicht bereits etwas auslöste was es nicht tat doch trotzdem blieb er kurz erstarrt und richtete den Blick wieder gern Ausgang der Grotte spezifisch zu Flamme und anschließend fiel er auf den Edelstein bildete Flamme sich das im grälen Licht hinter dem dunklen Fels nur ein oder floss dem Sorak eine Träne weiterhin zögerte er kurz dann murmelt er leise etwas zu sich Flamme verstand es kaum wenn die beiden es nur her ra schafft vergib mir Meisterin ich habe dir zu viel versprochen danke was anschließend geschah an Flamme war wie in Zeitlupe blitzschnell hob Sorak den Edelstein und schleuderte ihn mit aller Kraft vom Podest aus zum Ausgang der Grotte hin im gleichen Moment schien ein Beben die gesamte Höhle zu erschüttern und die Falle löste aus denn der Edelstein selber warf seinen Schatten Kapitel 14 Glaube an den Verlust und dann schreckte Flamme auf sein Kopf fühlte sich an als würde er gleich platzen der Boden war durchnässt von seinem Schweiß ohne nur einen Moment lang darüber nachzudenken griff Flamme sofort zu seinem Beutel eine großzügige Pfote Telizium herausnehmend erst nun den Duft wieder in der Nase blickte er sich um fing sich wieder etwas direkt neben ihm lag ein leicht leuchtender grellgelber Edelstein exakt jener welchen Sorok für das Team gewonnen hatte wie jener welcher in Flammes Albtraum einen Preis gekostet hatte den er nicht bereit war zu zahlen und doch die Realität war eine andere denn in dieser sah Flamme nicht nur jenen Edelstein welchen er zunächst einfach in seine Tasche warf sondern auch eben jenes Sorok alleine saß er da dort wo Flamme und er noch am Tag gesprochen hatten dort wo der Sonnenstrahl hingefallen war auch nun saß das Unlicht Pokémon mitten im Licht wobei dieses nun vom Mond stammte ruhig aber zu Flammes Überraschung klar wach blickte Sorok einfach hinauf würde Flamme sich einfach wieder schlafen legen nun im klaren Bewusstsein dass es alles nur ein Traum gewesen war nein er brauchte keinen Schlaf lieber hatte er etwas Zeit mit seinem Partner während der Rest der Gruppe schlief bist du auch mal wieder wach diese nächtlichen Gespräche werden langsam zur Routine nicht kannst du mal wieder nicht schlafen das einschlafen ging heute mal nur das danach also lags an träumen willst du drüber reden viel zu reden gibt es da nicht der Traum war einfach nur deine Mission am Abend aber du hast es nicht raus geschafft für einen Moment blickte Sorak bloß still in den Mond so schlimm war es für dich ich meine glaub mir das war für mich auch ein Schock als die Falle ausgelöst hat aber am Ende habe ich es dann ja doch noch raus geschafft ohne zu fragen lehnte sich Flamme gegen Sorak dieser protestierte aber auch nicht sondern legte seinen Arm um die Schulter des Wulpigs trotz dessen zitterte Flamme ein kalter Schauer fuhr ihm durch sein Fell nicht einmal die Wärme von Soraks Fell schien heute zu helfen er im Gegenteil es war als würde Flamme auf einmal durchzogen von Eis sein wie aus Reaktion griff er sich bloß erneut eine Pfote Tillitium und atmete den Duft ruhig ein während sich sein Körper beruhigte und Sorak ihn etwas enttäuscht anblickte ich dachte wir hätten über dieses Zeug gesprochen Flamme hast du mir nicht versprochen es nicht mehr zu nutzen warum soll ich loslassen wenn das Tillitium doch so viel schöner ist erst wie du mir damals im Canyon gesagt hast manchmal ist die Wahrheit auch nicht das wahre wenn du verstehst natürlich tue ich das auch wenn das nichts daran ändert dass wir eigentlich eine Abmachung hatten aber andererseits ich kann dich auch nicht dazu zwingen irgendwas zu tun ich kann dir meinen Rat geben und ob du ihm folgst entscheidest du dann am Ende doch alleine das tue ich ich alleine irgendwann versteht ihr noch alle dass es zum besten aller ist ich tue ja nichts unrechtes im gegenteil meine mutter hat dieses zeug doch nicht hergegeben damit ich es nicht nutze weißt du wahrscheinlich hast du recht ich meine bisher ist noch nichts schlechtes durch das Tillitium passiert nur Gutes und ich kann ja auch nicht guten Gewissens behaupten dass meine Sorgen wegen dem Zeug auf Erfahrungen basiert haben es war alles nur was mir Meisterin wohl Nona sagte sie war wohl etwas zu besorgt also hast du wohl recht ich vertraue dir was Tillitium angeht immerhin merkst du selber wenn es dir schadet anders als ich danke es war wirklich eine schöne Abwechslung ein Gespräch über dieses Thema mal schnell und sinnvoll abzuschließen selbst Sorak hatte Flamme kaum vertrauen können wenn es um diesen Treibstoff ging aber jetzt musste er nicht loslassen warum auch außer Sorak schnell derzeit wieder niemanden außer dem Kraut zu haben und irgendwo beruht es ja auch auf Gegenseitigkeit glaubte ich dass sich die anderen bald wieder abregen werden alle drei haben mich nicht einmal angeguckt seitdem ich den Edelstein vorhin geholt habe was Sorak sagte stimmte es ergab für Flamme selber keinen Sinn aber trotzdem stimmte es also glaubte Flamme allgemein wirkt die Zeit zwischen dann und seinem Aufwachen sehr verschwommen war daran das Telizium schuld nein niemals und wenn doch dann hatte es recht so zu handeln aber trotzdem wusste das Wulpix dass es stimmte auch jetzt lagen die drei Pokémon nicht einmal in der Nähe Flamme konnte sie aus dem Mondlicht heraus nicht einmal sehen keine Ahnung sie haben sowieso unrecht und ist mir auch scheißegal wenn sie sich aufführen wollen dann sollen sie doch niemand hat irgendwen von ihnen gebeten auf dieser Reise mitzukommen und wenn sie sich alle entscheiden zu gehen dann ist das vermutlich eher ein Gewinn dann hätten wir nicht beide dauernd jemanden in den Ohren hängen der jede unserer Entscheidung schlecht findet alles zu riskant findet außer Dinge die zu riskant sind niemanden der blind ins Vertrauen rennt und Poker nicht verraten zu werden das einzige was mit ihm fehlen würde ist ihre Kampfkraft sie war der einzige Grund aus dem soll überhaupt erwählt war und selbst das ist inzwischen überfällig wo er und ich nicht mehr zu zweit reisen erst ohne nichts soll es würde seine Stärke am Ende des Pfades von Bedeutung sein jetzt mal ganz im ernst falls es zum Kampf gegen Omegons Helden kommt nein sobald es zum Kampf kommt gegen wen brauchen wir die Stärke eines Feuer Pokémon gegen die Eion Zwillinge also Drachen den Feuer kaum etwas ausmacht gegen Sumpax ein Moor Pokémon dem Feuer kaum etwas ausmacht gegen Floink ein Feuer Pokémon dem Feuer kaum etwas ausmacht oder will er sich etwa gegen Günther selber stellen ein Meister des Emotions Kampfes der Kriegsveteran schlechthin der Anführer von Omegons Truppen höchst selbst und vor allem ein Wasser Pokémon es gibt genau ein Pokémon das sich dort gegen uns stellen wird gegen das soll ankommen könnte so sehr dieser heute auch auf Zustimmung getrimmt war Zoroak erkannte bereits den Gedanken und nicht einmal er konnte heute zustimmen und du glaubst wirklich dass Funken Herzen sich gegen uns stellen würde natürlich unsere größten Todfeinde sind für sie Familie und doch hat sie etwas großes für das sie kämpft ein Pokémon das nicht nur wie Familie für sie war sondern das wirklich Familie war und du siehst doch selber sie ist alles andere als ein böses Pokémon oder ein hinterhältiges Pokémon Latira konnte ihr sogar Training im Emotionskampf anbieten da Funkeherz so im Einklang mit ihren Emotionen ist zudem ich glaube nicht dass sie soll so etwas antun könnte bringen Latira gar nicht erst in dieses Gespräch das Mon wimmeln wir so schnell ab wie irgendwie möglich sie ist die Schwester der Äonen Pokémon wenn irgendjemand uns noch eher hintergeht als Funkenherz dann ist sie das aber wahrscheinlicher sind es beide das Luxio macht sich nur meinen Bruder ran um seine Deckung zu senken ich rechne eher damit dass Latira und Funkenherz sich bereits gegen uns abgesprochen haben und jetzt trainieren damit sie sich gegen uns stellen können ich traue ihnen kein bisschen er lässt sich soll von ihr überzeugen dass er doch auch im weltenbaum des Sternlichtes leben und für ihn kämpfen könnte als alles andere glaubst du nicht dass du da gerade etwas übertreibst gerade was soll angeht er ist ein gutes Pokémon und das weißt du er würde alles für diesen Kampf geben Sorak es geht mir nicht um irgendwelche Geschichten vom guten Pokémon und bösen Pokémon ich glaube ihnen allen dass sie nicht bösartig sind oder aus welchem Willen handeln aber weißt worum es hier geht es geht um einen Krieg der Worte ein Krieg der Überzeugungskraft und zwar einen den wir beide alleine schlagen und unser Gegner ist Omegon wir führen einen Krieg der Überzeugungskraft gegen ein Gott dessen Element das Wort ist die Manipulation mich kriegt er nicht überzeugt dafür bin ich zu ungewählt auch nur ein Wort anzuhören und du bist ohnehin zu clever dafür aber gerade Funkenherz ist ein perfektes Ziel für ihn und soll ein perfektes Ziel für Funkenherz wir können uns auf niemanden verlassen außer uns selber jedes andere Pokémon könnte unter Omegons Worten einknicken die Weltengeister lügen uns sowieso an sie glauben nicht an unseren Erfolg aber als Köder sind wir ihnen recht aber genau dadurch haben wir vielleicht eine Chance wenn jeder Feind uns nur behandelt wie Köder werden sie vielleicht sogar so leichtsinnig uns eine Chance zu geben denn wenn Omega das wollen würde werden wir spätestens in deinem Weltenbaum gescheitert und hätten es nur bis dahin geschafft da er vorher nichts von uns wusste Flamme ich weiß dass du kein geborener Optimist bist aber denk doch mal in die andere Richtung selbst wenn du es nur als Wunschdenken betrachtest visualisiere dir doch zumindest einmal wie es sonst sein könnte sind wir nicht gerade dabei ein Team aufzubauen das bei vollster kraft wirklich die Stärke haben könnte Omega uns kriegt jetzt zu stürzen zumindest jene die uns im Weg stünden denn wir wissen schon Elementara Funkenherz und Bulby werden alle nicht bei ihnen stehen eine von ihnen sogar auf unserer Seite nun war es Flamme der für einen Moment ins Mondlicht blickte er merkte selber gar nicht wie er übermannt wurde und wie seine Augen sich mit Tränen füllten ich wünschte mir doch dass es so wäre ich wünschte es mir selber aber es stimmt einfach nicht wir bauen ein Team auf das nur aus einsamen Außenseitern besteht die alle ihre Probleme haben und alle von uns sind im optimistischsten Fall mittelmäßige Kämpfer nur manche von uns sind überhaupt mittelmäßig im optimistischsten Fall was soll denn jemand wie ich zum Beispiel ausrichten ich kann mich nicht daran erinnern in meinem Leben nur einen Kampf gewonnen zu haben ich bin ja niemand der gezwungen wird so zu tun als wäre er ein jemand weil in mir eine Stimme lebt die einmal Omega uns Krieger kannte und dazu bin ich auch noch gleichzeitig die nutzloseste Person in dieser Gruppe aber auch der einzige der weiß was los ist ich muss alleine einen Haufen Vollversager in den Tod führen weil die Weltengeister sich nicht einmal die Mühe gemacht haben uns als Köder glaubhaft zu machen ich muss ich muss ich muss sag mir Sorak was macht hieran überhaupt Sinn macht irgendwas Sinn gibt es so etwas wie Sinn und wenn ja woher sollte ich das wissen nur weil ich behaupte dass in mir irgendein Wesen lebt das mein eigener Wahnsinn ist woher weiß ich denn dass ich mir nicht alles nur ein bilde woher weiß ich nicht dass du nur Einbildung bist woher weiß ich dass ich nicht einfach völlig irre bin und gleichzeitig weiß ich auch dass die Weltengeister ohne mich ein niemand wären was wollen sie denn tun wenn ich mich weigere zu reisen wenn ihr großer toller Plan in Flammen aufgeht dann will zumindest irgendeine Flamme brennen denn ich hab nicht das Gefühl dass meine es noch tut sag mir einen guten Grund warum mache ich das hier noch alles und warum ziehe ich diese ganzen Mann auch mit mir herum warum gehe ich jetzt nicht einfach sofort und lasse den wie kann ich denn die Flamme sein die unsere Welten brauchen wenn ich erloschen bin sag es mir wie kann es sein wie ist es gerecht dass soll auf dieser reise sein glück findet wie kann es sein dass er so glücklich ist und ich so einsam selbst wenn ich dich habe es folgte keine Antwort es blieb stille und mit ihr der kalte Wind der um Flammes als sein Fell auf dunkles Fell blickte Kapitel 15 das Wort des Schicksals inzwischen war es wieder die Sonne welche an jenen Ort schien an welchem Flamme vor kurzem wieder erwacht war die Nacht war vergangen und gleichermaßen wie vergessen wirkte sie für das Wulpix nicht wie mehr als ein Traum stattdessen war nun die gesamte Gruppe wieder erwacht und versammelt vor dem großen Tor welches für manche der Ausgang aus einem Labyrinth war für ein Pokémon jedoch der Ausgang aus einem ewigen Gefängnis Also ich glaube wir können dann abreisen so wenig ich je gedacht hatte dies zu sagen Es schien tatsächlich als wäre heute zum ersten Mal ein ganz besonderer Fall Von all den Pokémon wirkte Flamme am motiviertesten während der Rest der Gruppe eher ein wenig bedrückt schien Na dann los aber wohin eigentlich hast du uns nicht irgendwas von Tundil erzählt Ja Es gibt eine tiefe Höhle den sogenannten Nabel der Welt der in einem riesigen Raum endet in welchem sich scheinbar endlose Abgründe befinden und dieser Ort soll angeblich derjenige sein an welchem am Tundil am nächsten ist Deswegen denke ich dass wir dort mit dem Edelstein Erfolg haben könnten Na dann wenn du dich auskennst dann bring uns hin Ohne weiter zu warten setzte Flamme den Edelstein in die Aushöhlung der riesigen Tür ein Diese setzte sich sofort in Bewegung was den gesamten Saal zum erschüttern brachte und mit diesem Tag würde sich auch das Labyrinth als Ganzes verändern denn der Schatz des Labyrinth war fort und es hatte nichts mehr zu schützen und somit auch nichts zu versiegeln es war ein Tor in den Untergrund welches seit Jahrtausenden verschlossen war solange es den Weltenbaum nur gab und nun nun sollte es sich nie wieder schließen und für die Gruppe begann eine weitere Reise eine Reise welche sehr ereignislos verblieb Flamme hielt sich ausschließlich bei Zoroak während der Rest der Gruppe unter sich blieb in den Pausen versuchte sich Funkenherz am Emotionskampf Latira lehrte Sol schaute zu und Flamme tat irgendwas anderes war es am Ende des Tages ist nicht auch egal Flamme interessierte sich herzlich wenig für den Rest der Mon und sie schienen sich absolut nicht mehr für Sorak zu interessieren somit gab es eindeutig zwei Gruppen welche sich nur auf der Reise halbwegs annäherten weil nur Latira den Weg kannte ein Weg der gegen alle Erwartungen Flammes gar nicht so lange dauerte was nicht daran lag dass der Weg nicht lange dauerte sondern dass Flammes hier jeden Schritt der Reise mit dem nächsten einfach zu vergessen schien nicht metaphorisch am am dritten Tag sprach er immer noch vom verlassen des Labyrinthes als wäre es gerade stunden entfernt aber für den Moment hielt Funkenherz soll davon ab sich allzu viele Gedanken zu machen nur für jetzt noch und so endete bald der Abstieg der Pokémon hinab in eine tiefe eigenartige Höhle und je näher das Ende kam desto weniger Grund schien zu verbleiben und jene scheinbar endlosen Schluchten welche Latira angekündigt hatte wurden mehr an der Zahl bis auch die Wände Platz machten und sich eine riesige freie Fläche auftat der Pfad führte ein wenig bergauf oberhalb eine riesige Fläche aus Stein umgeben von alleinig der Leere inzwischen hatte sich Flamme an die Spitze der Gruppe begeben denn er war doch der Anführer zudem verirren konnte er sich schlecht auf einem geraden Pfad womit das Wulpix allerdings nicht rechnete oberhalb oberhalb der Erhöhung war bereits ein Pokémon vor diesem schien wie aus dem Nichts Licht zu entspringen und hinter ihm befand sich eine Wand in welcher eine Einhöhlung war welche eine verdächtig ähnliche Form zum Edelstein des Labyrinths hatte doch was gerade noch etwas wichtiger schien als selbst diese Einhöhlung sie kannten dieses Pokémon Trichefalo warum bist du hier unten wolltest du nicht nach Raststadt zurück der dreiköpfige Drache bemerkte die neu anwesenden Pokémon nun auch während das eigenartige Licht verschwand jedoch wirkte er nahezu panisch aber ihr seid hier unten ihr seid dem Labyrinth entkommen wie kann das sein ich dachte es wäre unmöglich und wir haben es trotzdem geschafft so viel es auch gekostet hat und jetzt sind wir hier um in den Weltbaum des Sturmes zu reisen wir sind hier richtig oder nein dreht wieder um Misstrauen war schon immer Flammes starke Seite aber diese Aussage steigt nicht mal nur für ihn bis zum Himmel entschuldige mal aber ich sehe den Weg zu Turniel doch direkt hinter dir also ja aber ihr müsst gehen bitte was genau ist hier los Tricke Falo ich es bitte geht einfach ich will nichts tun das ich bereue jetzt erklär dich endlich sonst tue ich gleich etwas was du bereust ich ich bin hier weil das Schicksal mich gerufen hat sein Ruf hat mich an diesen Ort gebracht an dem man Tundil am nächsten ist und hier hat es wieder mit mir gesprochen in den Tagen seit unserem Abschied die Welt ist nicht mehr dieselbe die sie damals noch war und wir müssen hier weiter damit wir wieder die Welt zurückholen können die es einst gab das ist unmöglich es ist zu spät denn es ist geschehen was niemand sich je hatte vorstellen können es ist geschehen wovon die fernsten Legenden nur Hörensagen verbreiteten das Schicksal es hat sich verändert nein es wurde verändert von einem Wesen so mächtig dass sogar das Schicksal selber sich der Vision beugte dann ändern wir das Schicksal eben erneut es ist unmöglich und jeder Versuch stellt das Sein selbst in den Gegensatz immer all diese großen reden Flamme hatte es satt praktischerweise interessiert mich dein ganzes beschissenes Gerede von irgendeinem Schicksal nicht im geringsten also lass uns durch wenn du so überzeugt von deinem Schicksal bist dann soll es uns doch aufhalten und das wird es das Schicksal wurde verändert nun sieht es selber eine Zukunft unter Sternen ein Reich ein Herrscher das Schicksal verlangt das Imperium Omega und wir stimmen des Lebens wir sind die Boten des Schicksals und unsere Aufgabe ist es für unser Schicksal einzustehen dreht um denn wenn ihr dieses Tor durchschreiten wollt dann muss ich kämpfen ich will es nicht aber ich muss ich kann mich nicht dem Schicksal erwehren denn ich selber bin nur ein kleiner Teil von ihm stellt euch nicht gegen das Schicksal sondern akzeptiert es für euch für die gemeinen Pokémon gibt es die Freiheit bis zum letzten Atemzug vom Rest von allem die Freiheit der Entscheidung Eure Wahlen sind zweierlei Bleibt in einem der Welten Bäume die untergehen werden einem der nicht Drehron gehört da ihr nicht betreten sollt und und wartet auf das Unabwendbare und macht euch die Gnade zu nutzen welche Omega dem Gemeinvolk bietet kehrt zurück in seine Welt und werdet Teil von etwas Unabwendbarem die Zukunft wird geschehen ob ihr gewählt seid oder nicht eure Entscheidung ist alleinig jene akzeptiert ihr das Schicksal und werdet Teil von etwas Größerem oder erwehrt ihr euch und werdet schwindende so ein Spiel soll das also werden dann fragen wir mal dann hast du jetzt die Wahl geh uns aus dem Weg oder wir schaffen uns den Weg im Blick des Drachen spiegelte sich kein Zorn keine Verständnislosigkeit doch Verzweiflung bitte der Rest von euch Funkenherz soll gerade ihr beide wir sind doch Freunde ich weiß es ist schwer zu verstehen wenn man keine Stimme des Lebens ist aber vertraut mir bitte ich will euch nichts antun müssen soll Antwort war zunächst ein starrer Blick dieser jedoch löste sich bald als er seine Antwort gab es es tut mir leid aber höchstens waren wir Freunde denn jetzt sind fest definitiv nicht wir können nicht umdrehen wir kämpfen für unsere Heimat für schier endlose Welten und dieser Kampf endet nicht bevor wir nicht unseren letzten Atemzug nehmen es sei denn es ist Omegon der ihn nimmt die Verzweiflung schwand aus der Miene der Stimme des Lebens Platz machte sie für Bedrücktheit es gibt wirklich keinen Weg daran vorbei nicht glaubt mir ich will das hier nicht tun müssen aber überlegt es euch gut wenn euch Tunde nur um einen weiteren Schritt nähert dann werde ich alles in meiner Macht stehende tun müssen ein kurzer Blick fiel zwischen den Pokémon und Flamme umher die Meinungen schien keine zwei zu sein nicht innerhalb ihrer Kreise und um die Entscheidung zu zeigen trat Flamme schlicht einen weiteren Schritt nach vorne es tut mir leid ein Kampf entflammte augenblicklich als Meteoroiden vom Himmel herabstürzten riesig wie Häuser und umgeben von eigenartiger Energie augenblicklich teilte sich die Gruppe unter dem Hagel dieser auf versucht ihr an ihn heranzukommen ich bleibe im Hintergrund von hier kann ich versuchen selber Dracheneingriffe zu nutzen aus dem behalte ich so den Überblick dieses Schlachtfeld ist für euch gefährlich wenn jemand vom Schlachtfeld stürzt muss ich bereit sein zu helfen für Flamme klang diese Idee zwar weniger als Strategie als nach Ausrede aber egal sie würden ja wohl auch ohne Latira mit diesem Gegner fertig werden es war ein Trikephalo ein normales Pokémon so sehr er sich auch aufspielte und sie waren eindeutig in der Überzahl vor allem Funken sollte jetzt mal zeigen was sie konnte dachte sich Flamme immerhin hatte sie das Blut zweier großer Kämpfer und war selber schon im Krieg gewesen zumal sie auch die einzige war die durch Eis Zahn potenziell einen effektiven Angriff beherrschte also wäre jetzt die beste Zeit für sie mal ihr eigenes Gewicht zu tragen Trikephalo stellte sich als tatsächlich ein recht vorhersehbarer Gegner heraus er kämpfte schlicht und ergreifend wie man es von einem Drachen und Unlicht Pokémon erwarten würde neben dem direkt gezeigten Draco Meteor waren seine Hauptwaffen Finsteraura und Drachenpuls auch beherrschte er Flammenwurf aber da er diesen ohnehin schlechter beherrschte und er nur eine Gegnerin auch nur neutral traf war dieser Angriff eher ein Non-Faktor und gleichzeitig waren auch all seine anderen Angriffe allein gegen ein Pokémon stark Latira und diese hielt sich voll und ganz an den eigenen Plan auch wenn Tricifalus stärkste Angriffe alle ebenfalls die Distanz trafen vieles dem Drachen schlicht und ergreifend schwer diese zu nutzen zwar waren seine nahkämpfenden Feinde deutlich harmloser was den ausgeteilten Schaden anging doch die Anzahl war ein großer Freund zumal sie auch mit ihren schwachen Treffern immer noch Angriffe abbrechen konnten der effektivste Angriff Trecephalus schien definitiv sein großflächiger Draco Meteor zu sein aber auch dieser bot schwächen da er den Angreifer offen ließ während die Nutzung gleichzeitig klare Erschöpfung auslöste und folgende Treffer schwächte ein eins gegen eins gegen diesen Feind wäre bestimmt für jedes Mitglied der Gruppe um Flamme eine Herausforderung geworden allerdings war dies nun einmal bei weitem kein solches stattdessen wurde der dreiköpfige Drache scheinbar völlig überrannt das einzige was wahrlich für ihn sprach war etwas das er bereits angekündigt hatte stimmen des Lebens könnte man nur mit größter Gewalt zerstören was bedeutete dass er selbst den starken Angriffen Latiras ohne größere Probleme standhielt im Prinzip war es leider wie ein Kampf gegen eine ein wenig wehrhafte Wand einige Hiebe taten wenig aber Gegenwehr war ebenfalls nicht relevanter und auf Dauer musste die Schlagkraft doch auch etwas ausrichten egal wie langsam und genau dies schien auch tatsächlich einzutreten denn Trikefalos Angriffe wurden langsamer seine ohnehin nicht überragende Agilität sank seine Kräfte schien zu schwinden was genau die Gelegenheit war auf die Latira gewartet hatte nun konnte sie selber mit jener Technik kontern welche Trikefalos als allererste genutzt hatte Draco Meteor auch Funkenherz befand sich gerade im direkten Angriff im Radius des Angriffes allerdings schaffte sie es zu reagieren und zu entgehen anders als Trikefalos welcher mitten an jenem Ort war an jenem nun ein Meteor seinen Krater in den Boden gerammt hatte und auch der Drache selber verblieb regungslos dann haben wir das auch erledigt also weiter geht's auf bitte dreht um der Drache war immer noch wach das können wir nicht Trikefalos du uns allen einen gefallen und seh allen dass du in diesem Duell unterlegen bist wieder leuchtete hinter Trikefalos dasselbe licht auf welches flamme bei der ankunft seiner gruppe schon gesehen hatte und selbst Trikefalos schien nun eher erschrocken hier vorn es es tut mir leid ich wollte niemanden verletzen ich wollte euch nur verscheuchen aber ihr lasst dem schicksal keine wahl wie auf ein kommando folgte ein licht blitz welcher den gesamten raum durchzog kapitel 16 die stimme im sturm das licht durchzog den gesamten raum kein normales auge könnte im grellen licht bewegung vernehmen doch bewegung war es die geschah als laute geräusche durch den saal drangen und das licht begann aufzublitzen und als endlich alles schwand bot sich ein neuer anblick trikephalo war geschwunden oder vielmehr war er kein trikephalo mehr die stimme des lebens im weltenbaum des sturmes ein wesen welches sich sterbliche pokémon nicht vorstellen können ein boote lange vergessener zeiten aber all dies weiterhin in einer form welche zumindest zu verarbeiten war für ein normales pokémon und doch war es eine imposante gestalt von güldem licht umgeben bot sich eine schneeweiße gestalt mit grünen augen in ihrer form war sie wie eine art löwe ein luchs wohl er mit einem blauen bauch und einer rötlichen mähne am kopf zudem flügel am rücken im güldenen licht schien sich teilweise auch ein eigenartiger ring um den bauch des monsters zu zeigen welcher jedoch in diesem eher schwand als wahrlich sichtbar zu sein alles was sich am körper sonst noch dar bot waren lilane markierungen und blitze welche aus dem nicht vorhandenen fell entsprangen ihr seid unzählige schritte auf eurer reise gegangen viele von ihnen physisch andere metaphorisch aber der letzte schritt den ihr getroffen habt war einer zu viel eure reise war eine ehrenvolle niemand könnte euch dies je absprechen aber es liegt ebenso an euch zu erkennen wann solch eine reise endet ihr mögt kräftig sein aber es gibt euch nicht das recht oder die kraft dem schicksal zu widersprechen und für das überrecht des schicksals stehe ich nun ein denn ich bin ein splitter seines selbst ein wächter der aus alten zeiten kam ich bin die stimme des sturm und mit der macht des solchen werde ich euch richten ihr wirren die dem schicksal trotzen wollt ihr sterblichen müsst lernen dass niemand über uns steht eure wünsche träume ängste hoffnungen sie haben keinen wert ihr könnt hoffen dass das schicksal ihnen übereinstimmt oder akzeptieren dass sie niemals wahr werden falls die nachricht immer noch nicht angekommen ist uns ist scheiß egal was du für eine scheiße redest denkst du dass eure ignoranz das ewige schmerzt die einzigen die durch sie leiden werden seid ihr macht euch bereit den sturm zu spüren welchen ihr durchqueren wolltet graue wolken begann an der höhlendecke aufzuziehen auch wind zog auf als wären die pokémon gar nicht in einer höhle sondern inmitten auf einem feld dem wetter ausgesetzt dem sturm was treke fallo hier geworden war mit hilfe dieses seltsamen lichtes welches scheinbar die kraft des schicksals selber war war anscheinend ein abbild Zurückziehen? Nein, auch wenn der Feind nun scheinbar an Macht gewonnen hatte, würden sie ihn zerstören. Mit Flamme mischten sich auch seine Begleiter nun wieder ein, während die Stimme des Sturmes zunächst bloß dastand, während der Sturm stärker und stärker wurde, während Hiebe schier wirkungslos einprasselten. Inzwischen war der Wind stark genug, um bloßes Stehen zu erschweren. Der Regen erschwerte jede Sicht und ließ ganze Wasserfälle vom Kampffeld hinab in die ewigen Schluchten dreschen. Erst als der Sturm seinen Höhepunkt zu erreichen schien, öffnete die Stimme wieder ihre Augen und schien sofort eins mit dem Regen zu werden, um sich zu bewegen. Im selben Moment begannen auch Blitze aus den Sturmwolken herabzuschießen, welche in den überfluteten Boden einschlugen, durch welchen sich ihre Schlagkraft über das gesamte Feld verbreitete. Nur zwei Pokémon mussten sich hierüber nicht viele Gedanken machen. Latira, die keinen Kontakt mit dem Boden hatte, und Funkenherz, deren Element die Blitze waren. Dies hieß aber gleichermaßen nicht, dass der Sturm nicht auch ihr einen Nachteil brachte. Denn sie konnte zwar an sich immer noch kämpfen wie zuvor, doch nutzte auch sie Elektrizität und würde sie diese nun nutzen, so würde auch sie den gesamten Grund damit schocken und vermutlich ihren Freunden mehr schaden als ihrem Feind. Latira hatte als einzige keine Nachteile, mit denen sie zu kämpfen hatte, abgesehen von der simplen Sicht, die der Regen erschwerte und dem Feind, welcher sichtlich stärker war. Und natürlich schwächte es auch sie, wenn ihre Mitstreiter Handicaps erfuhren. Der Sturm ist ein Element. Etwas, das nicht jeder wahrlich versteht. Manche sehen in ihm bloß Zerstörung. Bäume werden aus dem Grund gerissen. Blitze entflammen die Natur. Nichts als die Tobsucht der Natur sind Stürme. Doch wer den Sturm wahrlich lebt, der kennt auch seine anderen Seiten. Auch die Natur höchst selbst. Sie lebt. Und für sie ist der Sturm unabdingbar. Unmengen an Energie setzen sich frei, wie ein Zorn, welcher herausgelassen werden muss. Denn je länger man ihn innehält, desto brutaler wird er am Ende. Der Sturm entfesselt Zorn. Doch nicht nur das, er entfesselt ihn befreiend und als Omen. Der Sturm wird toben. Die Pokémon ruhen. Und sobald er endet, wird die Sonne wieder scheinen. Oft redet man von der Ruhe vor dem Sturm. Doch jene Ruhe nach ihm ist die wahrlich bedeutende. Zudem ist der Sturm eine Kraft des Gleichgewichts und der Bereinigung. Wenn ein Sturm den Baum entwurzelt, so ist es die Schuld der Pflanze. Denn der Forst braucht mächtige Eichen, Kiefern, Kiefern, Birken, Tannen, mächtige Bäume jeder Sorte. Auch der Mond braucht den Sturm. Denn manchmal muss auch er nachts ruhen, wenn die Wolken sein Antlitz denn verdecken. Auch die Meere füllen sich, wenn der Regen denn so prasselt. Die Meere, welche der Mond mit sich führt. Auch die Schatten, sie brauchen den Sturm. Wenn die Wolken ihre schaffen, wenn die Blitze ihre schaffen. Wenn die Pokémon im Inneren des Heimes Ruhe suchen. Komfort in der Dunkelheit, eine Wohligkeit im oft Verruchten. Bloß das Sternenlicht, alleine es, will scheinen. Ununterbrochen von dunklen Wolken. Und jener Sturm wurde nun personifiziert von einem Boten des Schicksals. Ein Kampf, in welchem nahezu jeder machtlos wirkte. Um den Sturm zu verändern, Blitze zu schießen, auch selber anzugreifen. Hierfür brauchte die Stimme Momente, in denen sie nicht mit dem Regen verschwamm. Momente, in denen sie für jeden angreifbar war. Doch bloße Krallenliebe, bloße Blitze, schien nicht einmal die Haut der Stimme durchdringen zu wollen. Alleine Latira war es, die relevant vorgehen konnte. Und für die größte Effizienz, müsste sie hierbei ihre ganze Kraft nutzen. Jene Kraft, welche den Emotionen inne wohnt. Und so sehr das Ion-Pokémon sich nicht selber vertraute, wenn es um diese Macht ging. Einen Weg drum herum gab es auch nicht. So nutzte sie den Zorn, den Hass, wenn sie denn zum Angriff kam. Und wenn sie es dann wahrlich schaffte. Wo im Rat der Emotionen war der Hass? Es wäre einfacher, wenn nicht manchmal Positionen tauschen würden oder dem Drachen manche Emotionen bei der Wahl fehlten. Und wenn sie zögerte, dann war der Gegner schon wieder weg, bevor sie traf. Nur weil sie theoretisch diese Option des Kampfes hatte, war sie noch lange nicht einfach umzusetzen. Und dann noch das Timing. Immer fühlte es sich an, als wäre das Timing gerade falsch. Heilende Kräfte nutzte sie immer, wenn gerade ein Blitz auf sie einschlug. Den Zorn in dem Moment, in dem der Gegner wieder schwand. Geschwindigkeit, nur wenn der Feind ohnehin nahe war. Es war einfach alles zu viel, gerade wenn man nebenbei noch auf einen Kampf achten sollte. Und diesen Kampfstil sollte einer der größten Feinde gemeistert haben. Alleine die Mentalität, die man dafür bräuchte. Funkenherz machte sich zwar nicht schlecht, aber niemals würde sie den Kampf in wenigen Wochen oder vielleicht sogar Tagen bis zur letzten Schlacht meistern, insofern eine solche Schlacht überhaupt geschehen würde. Denn dazu müssten sie erst einmal an der Stimme des Sturmes vorbei. Noch dazu wurde der Regen bloß stärker, selbst die Strömung am Grundschienen zwischen Probleme zu erzeugen. Vor allem bei Flamme, der nun einmal das kleinste Pokémon der Gruppe war. Und wenn nur knapp und noch dazu ein Feuertyp. Und Latira wusste selber genau, warum sie so sehr auf das Vulpix schaute, auch wenn es sie vom Kampf ablenkte. Denn während dieser sich gegen den Strom stemmte, durchfuhr ein heftiger Windstoß den Kampfsaal und kostete Flamme das Gleichgewicht. Sofort schoss Latira hinterher, als das Vulpix über die Kante des Schlachtfeldes hinweg taumelte. Flamme hingegen konnte gar nicht wirklich verarbeiten, was gerade geschah. In jenem Moment, in welchem er die Kante übertrat, schien die gesamte Welt um ihn herum aufzublitzen. Vor seinen Augen zeigten sich tausende Szenen, tausende Wesen, so viele Dinge. An so vielen Stellen konnte er Zoroak erspähen, an allen möglichen Orten, die sie gemeinsam bereist hatten. Doch oft war es auch er selber, den er sah. Alleine. Mitten in der Nacht im Labyrinth in dieser Welt. Manche der Bilder waren ihm auch völlig fremd. Waren sie Visionen? Hatten sie überhaupt eine Bedeutung? Standen sie vielleicht von Inferno? All diese Bilder schienen zu schwinden, als sich vor dem Auge des jungen Vulpix nur noch eines zeigte. Die Welt war nun völlig erschwarzt. Flamme wusste nicht, ob er noch stürzte, ob er tot war, ob er träumte. Alles, was er vor sich sah, war ein eigenartiges Wesen. Blutrotes Fell und viele Schweife waren nur Nebensache. Der Augenfang des Wesens waren zwei riesige, bunte Flügel und die orangenen, leeren Augen, welche dem Vulpix in die Seele blickten. Die Flamme wird erlöschen. Schon bald! Das Wesen drehte sich weg und verschwand im nächsten Moment im Nichts. Als jenes grelle Licht, das danach aufblitzte, veräppte, fand sich Flamme wieder auf der Kampffläche, wo Latira ihn gerade absetzte, bevor sie sofort ihre Hassemotion aktivierte und zurück in den Kampf stürzte. Die Flamme wird erlöschen. Wer zur Hölle war dieses Wesen, um zu behaupten, dass Flamme seiner Aufgabe nicht gewachsen war? Obwohl, war dieses Wesen überhaupt echt? Es fühlte sich so an, zumindest fühlte sich Flamme, als würden die Worte tief in ihm resonieren und Feuer zum Brennen bringen. Er war auserwählt, er würde nicht erlöschen. Wieso sollte er auch? Wegen dieser Stimme? Für wen hielt ihn dieses Wesen? Flamme war doch gerade an seinem höchsten Punkt. Er war nie stärker gewesen, nicht strategischer. Er hatte auf dieser Reise nichts verloren, nur gewonnen. Kurz verlor Flamme im strömenden Regen Sorak aus den Augen. Panik durchzuckte den Körper des Vulpix vollkommen. Nur für wenige Sekunden, denn nach diesen erblickte er das Sorak erneut in der Nähe des Feindes. Warum fühlte sich diese Welt gerade wie ein Feind an? Um all die Gedanken und Bilder loszuwerden, stürzte sich Flamme ohne Rücksicht auf Verluste auf den Feind, welcher gerade wieder an einer Stelle erschienen war. Nicht bereit für einen derart rücksichtslosen Hieb, wurde die Stimme getroffen und verwundet. Und es war gerade erst der Anfang. Denn im kurzen Moment des Schocks griff Latira diese Situation erkannte sofort mit Draco Meteor an. Und auch dieser Angriff war mächtig und traf das Ziel direkt. Doch noch war es nicht mächtig genug. Im Gegenteil, der Hieb ließ Latira weit offen und extrem verwundbar, während die Stimme sich sofort zu erholen schien und zum Angriff überging. Dieses Mal kam der Angriff mit bloßer Kralle, geladen mit der Kraft tausender Blitze, ausgeführt mit selbiger Geschwindigkeit. Der Drache wurde getroffen, ohne Chance zur Gegenwehr, stürzte zu Boden nahe der Kante des Kampffeldes. Noch hatte die Stimme aber nicht genug. Sofort stürzte sie noch einmal los, mit selbem Angriff auf dieselbige Feindin. Sofort reagierte Funkenherz, eher aus Instinkt als aus Bewusstsein, wollte ihrer neuen Freundin zur Hilfe eilen. Ein eigenartiges, rotes Gelühn schien das Luxio zu umgeben, als sie mit Eiszahl auf den Feind lossprang und einen Angriff von unsagbarer Macht traf. Der Feind, geschaffen aus Regen und aus Wolken, gefror im Moment des Treffers sofort zu Eis und zerbarst Sekunden später in güldendem Licht zu splittern. Der Wind stoppte, die Wolken schwanden. Erneut wurde die Sicht klar. Im Angesicht der Lage raffte sich Latira erfreut wieder auf. Auch Funkenherz selber erkannte bereits, was geschehen war. Habe... Habe ich gerade einen Emotionsangriff gemacht? Kapitel 17 Kein Schritt für euch Ich glaube schon. Es sah etwas seltsam aus, weil du keinen Emotionsrat genutzt hast. Aber deine Ausstrahlung war definitiv die eines Hassangriffes. Siehst du, ich wusste doch, es ist nur eine Frage der Zeit. Als Funkenherz diese Worte hörte, versuchte sie ihre Begeisterung wieder etwas zu mindern. Das stimmt wohl, aber deswegen bin ich noch lange nicht so weit, wie ich sein müsste. Außerdem habe ich keine Ahnung, was ich überhaupt gemacht habe. Trotzdem ist es ein großer Fortschritt. Vor allem, wo du dir doch noch so unsicher warst, ob du es überhaupt könntest. Aber jetzt siehst du, natürlich kannst du es. Und das sehr schnell. Ich habe für Jahrhunderte trainiert und bin noch ineffektiv im Kampf. Und du schaffst nach unter einer Woche deinen ersten Angriff? Wenn wir uns ranhalten, dann können wir dich so weit bringen, dass du es vielleicht mit Günther aufnehmen kannst. Dies hörend, schreckte Funkenherz zurück. Mit Günther aufnehmen? Das werde ich wirklich müssen in seinem eigenen Kampf, aber Du wirst nicht alleine sein, aber Latira hat nicht Unrecht. Du bist ein Elektro-Pokémon und lernst den Emotionskampf. Niemand von uns kann Günther so viel entgegensetzen wie du, aber wie gesagt, du bist nicht alleine. Du musst ihn nicht alleine bezwingen. Bist du bist du mir da sicher? Ich meine, Günther ist ja auch nicht alleine. Im Gegenteil. Sie sind mehr als wir. Deutlich. Und ich kenne ja meine Freunde. Glaubst du wirklich, dass wir gewinnen könnten? Haben wir da eine andere Wahl? Äh, ja. Wir könnten auch umdrehen, wozu ich gerade auch tendieren will. Also sputet euch, bevor ich mich wirklich dazu entscheide. Flamme trat vor, Flamme trat vor, dann vor, an jenen Ort, welcher den Edelstein genau passen ließ. Soll hingegen, wandte sich noch einmal an Funkenherz. So leise, dass Flamme ihn nicht hörte. Wenn es darauf ankommt, dann schon. Aber, vielleicht können wir sie ja auch von unserem Recht überzeugen. Du, du hast recht. Ich kenne sie. Sie, werden wissen, was wahr ist. Flamme hingegen war alleinig auf den Weg voran fokussiert. Langsam und lautstark senkte sich der Fels in den Boden und brachte einen kleinen Raum ans Licht. Und in diesem Raum schwebte ein Gegenstand bekannter Form. Es musste der Kern des Weltenbaumes sein. Tundiel, wir sind da. Also zeig dich. Es folgte keine wahrliche Antwort. Lediglich ein Portal öffnete sich. So wie auch die letzten Male. Und ohne zu zögern trat Flamme voran. Ohne sich auch nur umzudrehen, um zu sehen, ob seine Mitstreiter bereit waren. Wieder einmal war es die Spitze eines Weltenbaumes, auf der sich Flamme wiederfand. Neben ihm erstreckte sich ein weiterer Weltenbaum. scheinbar endlos in die Materie. Omegons Weltenbaum wuchs. Aber für den war Flamme nicht hier. Sondern für den Lux in der Mitte der großen Plattform. Sein Körper war zu größten Teilen lila. Viele Stellen jedoch von schwarzem Fell bedeckt. Strom schien um seinen Körper herum zu knistern. Im Prinzip sah er genau aus wie die Stimme des Sturmes. Nur ohne die eigenartigen Flügel und nicht Schneeweiß. Natürlich. Hinter Flamme fanden sich auch seine Begleiter langsam ein. Doch auch wenn sie dies nicht getan hätten. Dem Wulpix wäre es gleich. Tundil bedeutungsvoll wandte der Weltengeist sich an die Reisenden. Ihr habt es also hierher geschafft. Herzlichen Aschbounds diese Scheiße. Wir sind hier nicht für leere Worte. Sag uns lieber was ihr wirklich wollt. Bitte tu nichts als wüsstest du nicht wovon ich rede. Ich habe genug gehört und gesehen. Wir sollen also eure tollen Auserwählten sein. Die Omegons Weltenbomb zerstören können. Dass ich nicht lache. Versucht nächstes Mal doch wenigstens es glaubhaft zu machen. Unsere Gruppe fällt zusammen wenn wir einen einsamen Bodentüten treffen und ihr denkt ich glaube euch dass wir einen Gott stürzen sollen. Mir ist bewusst dass Omegon versucht euch einzureden. Immer behauptet und lügt Omegon. Sehr praktisch nicht? Da könnt ihr so gut aussehen. Was zur Hölle redest du da Flamme? Den Einspruch seines Bruders ignorierte das Wulpix bloß. Stattdessen sprach er weiter in seiner Rage. Mir geht es hier nicht einmal darum dass wir für euch nur Köder sind. Falls wir das sind. Mir geht es darum dass ihr scheinbar glaubt dass ihr uns behandeln könnt wie Spielzeuge bloß weil ihr Götter seid. Und was sollt bezwecken mit all den Hindernissen die ihr uns stellt? Ich höre deine Worte junges Wulpix aber ich verstehe sie nicht. Woher hast du den Gedanken dass wir welchen Geister euch stoppen wollen würden? Irgendwann gibt es zu viele Zufälle damit ich daran glaube dass es welche sind. Wobei ihr es ja teilweise gar nicht mehr versteckt. Ihr tut als wollt ihr halbe Wurzel weg des Forstes reisen um irgendeinen Stein umschmieden zu lassen den wir nicht mal gebraucht haben. Dann kann uns natürlich niemand sagen wo sich Lunala versteckt außer einem Mon das natürlich auf einem Eisberg lebt. Lunala kann uns dann unpraktischer Weise auch nur in eine Zweigwelt schicken. Im Wissen dass wir genau in dieser Zweigwelt auf Krieger treffen die unter Omegon gekämpft haben. Und dich konnten wir zufällig auch nur erreichen nachdem wir zweimal um die halbe Welt gereist sind und uns einen neuen Edelstein aus einer Todesfalle fischen mussten. Aber selbst an dem Zeitpunkt war ich noch so naiv an Zufall glauben zu wollen. Aber jetzt habt ihr es übertrieben. Sollte es wirklich glaubwürdig sein, dass der Wächter deiner Welt, der auch noch in deiner Gestalt kämpft, sich genau jetzt direkt vor dem Todesfalle im Kern befindet und natürlich zufällig gerade vom Schicksal gesagt bekommen hat, dass wir wohl doch seine Feinde sind. Der Wächter meiner Welt, meine Gestalt, du meinst doch nicht etwa, euch Trekephalo angegriffen hat, oder? Doch, das hat er, aber ihr habt diesen ganzen Scheiß gesehen und mitgemacht und denkt überhaupt noch ein Aber? Ist das euer Ernst? Bin nicht der Einzige, der sieht, was zur Hölle hier für eine Kacke abgeht? Diese ganze Reise ist nicht bloß eine Reise, um unseren Welten zu helfen. Hier steckt mehr dahinter. Ich weiß noch nicht was genau, aber es ist eindeutig. Ihr Weltengeister wollt nicht bloß unsere Hilfe. Ihr fordert uns heraus. Ihr legt uns Steine in den Weg. Ihr schickt uns über die längsten Wege. Ich kann dir versichern, wir haben selber euren Erfolg am Herzen und sonst nichts. Eure Niederlage wäre auch die unsere. Der letzte Satz ist der einzige, den ich dir glaube. Und das auch nur, weil Omega uns schon ins Gesicht gesagt hat, was er tut. Wenn er am Ende nicht eingeweiht ist. Aber das glaube ich nicht. Was ich glaube, ist, dass ihr Welkendeister mich wegen eurer bescheuerten Prophezeiung aus der Luft gegriffen habt, erwählt habt und es selber bereut. Ihr wollt uns entweder prüfen oder aus dem Weg räumen, um euch selber zu beweisen, dass eure echten Auserwählten irgendwo anders sind. Oder ihr habt festgestellt, was für eine Scheiße eure großartige Weissagung ist. Ihr habt verschissen, uns losgeschickt und könnt es jetzt nicht einsehen. Junges Wolpix, deine Vermutungen basieren nicht auf Fakten. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Selbst wenn wir zweifeln würden, hätten wir keine Wahl. Jaja, natürlich, da nichts geht da und wir sind natürlich so toll und wichtig. Verarschen kann ich weil diese Mond Welten Geister sind. Am Arsch. Ihr seid für mich niemand. Und jetzt macht den Mund zu und den Weg frei. Wir sollen doch in den Welt beim der Schatten nicht. Ich gehe hin und glaub mir nicht für euch. Aber was habe ich sonst zu tun? Es ist meine beste Chance rauszufinden was ihr Clowns wirklich wollt. Ich schreite voran und keiner dieser Schritte ist für euch. Auch wenn ihr es euch einbilden wollt. An diesem Punkt war offensichtlich auch Tundil seine Zeit zu schade um lange zu diskutieren. Stattdessen folgte er der Aufforderung ein Portal in den nächsten Weltenbaum zu öffnen welches das Wulpix sofort nutzte. Allerdings blieben noch Pokémon zurück. Bitte verzeiht dieses was auch immer Flamme getan hat. Er ist der Einzige von uns der so denkt ich verspreche es. Ich gebe euch nicht die Schuld für sein Verhalten doch sagt mir ist dieses Wulpix wirklich Flamme über den ich so viel gehört habe auf dessen erscheinen wir Weltengeister für unzählige Jahre gewartet haben. Flamme ist dasselbe Wesen mit welchem ich gerade das Vergnügen hatte. Langsam frage ich mich das auch. Nun wie auch immer es denn ist seid ihr bereit mich für einen Moment länger anzuhören anzuhören euer Anführer denn ich möchte euch noch euren Weg in den Schatten mitteilen selbstverständlich wir sind ganz oah gut eure Reise in den Weltenbaum der Schatten wird anders als alle Vergangenen denn sie bringt euch an ein Ziel wenn ihr durch dieses Portal schreitet dann werdet ihr euch in einem großen Urwald wiederfinden in dessen Zentrum ein Baum ewig weit sich über die anderen erstreckt beinahe wie Omegons Weltenbaum hier draußen diesen Baum den Baum des Lebens müsst ihr erklimmen mindestens einer von euch denn dort wird euch Drehron empfangen und wie es weitergeht teilt er euch damit noch können wir nicht riskieren zu sprechen nicht außerhalb eines Weltenbaumes nicht auf seiner Spitze nicht im Wissen dass Omegons zuhören könnte und Drehron wird uns bei unserer Ankunft dort mehr sagen können ja und auch wenn ich gerne mehr sagen würde ich verspreche euch seine Worte werden euch freuen es dauert nicht mehr lange ihr habt viel hinter euch gerade du soll als Reisender der ersten Stunde aber nach allem ihr werdet nun sehr bald ankommen auch wenn ihr natürlich alle selber wisst die größte Hürde wartet noch aber so wenig frem es auch glauben wir wir Weltgeister glauben an eure Stärke vielleicht mag ein Weg voran unmöglich wirken doch was hat dies bisher nicht wenn ihr es wahrlich wollt ich denke ihr könnt alles schaffen ich hoffe es wenn eure Gruppe nicht vorher zerfällt an dem Mond welches euch anführen soll verzeiht mir diese Frage ihr seid nicht gezwungen zu antworten wenn ihr nicht wollt doch woher kommt sein Hass seine Abneigung ich habe bereits vernommen bei den Treffen mit Terris und Lunala war er zwar nicht die Freude in Person aber solch ein Gespräch habe ich dann doch nicht erwartet Funkenherz blickte unsicher zu ihren Teamkollegen auch Lazira wirkte nicht ganz entschlossen soll hatte aber genug gehabt zu viel um weiterhin zu schweigen es ist dieses beschissene Kraut seitdem unsere Mutter es ihm gegeben hat um seine inneren Dämon zu bekämpfen habe ich das Pokémon verloren das früher mein Bruder war anstatt es zu benutzen wie er sollte als ein Hilfsmittel im Notfall nahm er mehr und mehr von dieser Droge er kann gar nicht mehr damit aufhören und als er selbst einen Partner fand der gegen dieses Kraut war selbst dann hat er weiter gemacht er ist süchtig nach dem Telizium und es zerstört ihn auf unserer Reise durch deinen Weltenbaum für eine ganz kurze Zeit schienen sich die Dinge zu bessern aber als wir den Juwel bekamen um hierher zu kommen es wurde schlimmer als je zuvor und das was von Flamme übrig es glaubt niemandem außer seinem Kraut und glaubt niemand anderen zu brauchen er redet sich selber ein dass er es braucht um kein Monster zu werden dabei wird er wegen dem Kraut zum Monster und ich kann mir das langsam nicht mehr ansehen erst als er Funken Herz Feld spürte als sie an seine Seite trat merkte soll wie sehr er sich in Rage geredet hatte ich verstehe aber wer weiß vielleicht können sich die Dinge noch ändern sie müssen es die Flamme sollte uns alle führen und nun kann sie nicht einmal sich selber noch führen wenn dieses Wulpix nicht bald zur Vernunft kommt die Flamme wird erlöschen